Und damit starten wir jetzt auch inhaltlich in den Fachtag. Die ersten Grußworte kommen von Lara Lodin. Sie ist die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Leipzig und sie ist auch die Schirmherrin dieses Fachtags. Sie setzt sich dafür ein, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Leipzig zu ermöglichen und zu verbessern. Was heißt das? Sie möchte Zugang zu allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in Leipzig schaffen und Diskriminierung abbauen. Und jetzt fangen wir an mit dem Fachtag. Die ersten Worte kommen von Lara Lodin. Sie ist Beauftragte für Menschen mit Behinderungen in der Stadt Leipzig. Sie macht sich für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Leipzig stark. Sie macht diese Teilhabe möglich. Sie hat viele Ideen. Sie ist auch heute die Schirmherrin. Das heißt, sie unterstützt diesen Fachtag. Herzlich willkommen, Frau Lodin. Genau das wollte ich auch sagen. Herzlich willkommen, Frau Lodin. Dankeschön. Hallo, schönen guten Morgen, liebe Eltern, liebe Teilnehmende. Zunächst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich hier so ganz unscharmant den Laptop aufgeklappt habe. Passenderweise hat heute meine kleine Tochter beim Frühstück ihr Müsli über mein ausgedrucktes Grußwort gekippt. Genau, aber auch dieses Chaos gehört zum Elternsein dazu. Deswegen sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt genauso unhöflich bin und hier hinter diesem Laptop ein bisschen verschwinde. Meine Tochter hat heute Morgen leider meinen Kaffee umgekippt. Das Müsli. Das Müsli umgekippt. Deshalb muss ich jetzt alles hier in meinem Computer ablesen, weil der Ausdruck nass geworden ist. Jeder Mensch hat das Recht, eine Familie zu gründen und jedes Kind hat das Recht, bei seinen Eltern aufzuwachsen. So bestimmt es das Grundgesetz. Unterstreicht wird dies für Menschen mit Behinderung durch die UN-Behindertenrechtskonvention. Noch einmal konkretisiert wird dies durch das Bundesteilhabegesetz. Selbstbestimmte Elternschaft ist also ein Menschenrecht und ein Grundrecht. Soweit die Rechtslage, soweit, so gut. Wir alle wissen, dass dem nicht so ist. Wir alle wissen, dass Eltern mit Behinderung vor große Hürden gestellt werden. Warum ist das so? Warum können Eltern mit Behinderung oftmals nicht auch einfach Eltern sein? Lassen Sie mich ein bisschen ausholen, um diese Frage aus meiner Sicht zu beantworten und lassen Sie mich doch auch wieder ein kleines bisschen privat werden und von meinem Lieblingsthema sprechen, von meiner kleinen Tochter. Diese wird genau in einem Monat, auf den Tag genau wirklich in einem Monat, zwei Jahre alt. Mein Vater fragte mich neulich mit Blick auf den bevorstehenden Geburtstag, was ich mir denn als Mutter für meine Tochter am sehnlichsten wünschen würde. Glück kam mir dann natürlich in den Kopf. Ich will natürlich, dass sie irgendwie glücklich ist. Aber was heißt das konkret? Wann ist meine Tochter eigentlich glücklich? Meine Tochter ist glücklich, wenn sie etwas Kleine kann, wie sie sagt. Also wenn sie etwas alleine kann. Wenn sie etwas alleine schafft. Wenn sie alleine die Windel aufmacht. Wenn sie alleine die Tomatensauce oder das Müsli auf dem Tisch verteilt. Wenn sie die schwere Gießkanne alleine trägt. Kurzum, wenn sie es selbstständig ist. Wenn sie unabhängig ist. Wenn sie selbstwirksam ist. Wenn sie sich stark fühlt. Wenn sie stark ist. Und was braucht sie dafür, um stark sein zu können? Starke Kinder brauchen starke Eltern. So steht es in diesem einen sehr wertvollen Buch zur begleiteten Elternschaft geschrieben. Ein sehr kluger Satz. Kinder sind wie kleine Schwämme, wenn es darum geht, das Tun und die Gefühlslagen ihrer Eltern aufzunehmen und wahrzunehmen. Sie saugen alles auf, was die Eltern tun und wie sie es tun. Sie haben die feinsten Antennen dafür, um zu spüren, wie es den Eltern geht. Da bleibt nichts verborgen. Um selbst stark sein zu können, müssen Kinder die Selbstsicherheit und die Stärke ihrer Eltern erleben dürfen. Um stark sein zu können, brauchen Kinder starke Eltern. Doch wann können Eltern stark sein? Ich kann Ihnen jedenfalls sehr klar sagen, wann ich als Mutter nicht stark sein kann. Nämlich immer dann, wenn ich Angst habe, etwas falsch zu machen. Wenn ich mich beobachtet fühle, wenn ich mich beurteilt fühle. Und ich schaffe es vor allem dann nicht, stark zu sein, wenn mir die Unterstützung fehlt, die ich ganz dringend brauche. Stark sein vor und mit meiner Tochter kann ich dann, wenn ich weiß, dass ich auch mal Fehler machen darf und dass mein Umfeld wohlwollend mit mir ist und Vertrauen in mich hat. Und ich kann vor allem dann stark sein, wenn ich die Unterstützung erhalte, die ich manchmal brauche, wenn alle Kraft aufgebraucht ist oder ich nicht mehr weiter weiß. Oh, Ludin? Ja. Sie sind wie ein D-Zug abgezogen. Ich muss einmal kurz unterbrechen. Entschuldigung. Ja, bitte. Nee, alles gut. Jeder Mensch darf eine Familie gründen und Kinder sollen bei ihren Eltern aufwachsen dürfen, auch bei den Eltern mit Behinderung. Das Recht steht auch im UN-Vertrag und im Teilhabegesetz. Es geht um die selbstbestimmte Elternschaft. Eltern bestimmen selbst und entscheiden selbst. Das ist ein Menschenrecht und ein Grundrecht für alle Menschen. Es gibt immer noch viele Barrieren. Das klappt nicht immer gut. Die Menschen bekommen das Recht nicht. Ich erzähle etwas aus meinem privaten Leben. Mein Kind ist zwei Jahre alt und mein Vater fragte mich, was wünschst du dir? Und ich sagte, dass mein Kind glücklich ist. Wann ist meine Tochter glücklich? Wenn sie etwas alleine schafft, zum Beispiel sich selber was anziehen kann. Starke Kinder brauchen starke Eltern. Kinder sind Schwämme für die Gefühle von den Eltern. Sie saugen alles auf. Kinder sind selbst stark, wenn Eltern stark sind. Wann sind Eltern stark? Bei mir ist das so, wenn ich keine Angst haben muss, wenn ich nicht perfekt sein muss und wenn ich zu wenig Unterstützung habe, dann habe ich Angst, einen Fehler zu machen. Vielen Dank. Ich kann vor allem eben dann stark sein, wenn ich die Unterstützung erhalte, die ich manchmal brauche, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Denn alle Eltern wissen manchmal einfach nicht mehr weiter. Das gehört zum Elternsein dazu. Eltern stehen in unserer Gesellschaft unter einem enormen Druck, alles richtig zu machen. Dies führt zu einer sehr großen Angst, als Eltern zu versagen. Diese Angst und diesen gesellschaftlichen Druck, den kennen alle Eltern und verinnerlichen ihn. Doch was Eltern ohne Behinderung, und dazu zähle auch ich, nicht kennen, ist die existenzielle Angst, dass einem das eigene Kind weggenommen werden könnte. Den permanenten und enormen Druck, sich beweisen zu müssen, eben als Eltern. Und was Eltern ohne Behinderung auch nicht kennen, ist die Situation, dass man als Mama oder Papa eigentlich weiß, welche Unterstützung man konkret braucht, man aber diese nicht bekommt. Weil nicht klar ist, weil es keine geeigneten Assistenzpersonen und keine geeigneten Wohnmöglichkeiten gibt. Weil die Bedarfsfeststellung und die Gesamtbedarfsplanung noch nicht abgeschlossen sind. Oder weil Hilfsangebote nicht inklusiv ausgestaltet sind. Oder aber auch, weil mein Umfeld der Meinung ist, dass ich eh nicht Mama oder Papa sein kann. Große Angst, dauerhafter Druck und vor allem auch fehlende, passgenaue und angemessenen Unterstützungsstrukturen hindern Eltern mit Behinderung daran, starke Eltern für ihre Kinder sein zu können. Es geht darum, um das Starksein und alle Eltern wissen manchmal nicht weiter. Eltern stehen ganz doll unter Druck. Sie haben Angst zu versagen. Eltern ohne Behinderung haben eine Angst nicht. Dass das Kind weggenommen wird. Eltern mit Behinderung stehen unter Druck. Sie haben davor Angst. Eltern ohne Behinderung haben keine Angst. Sie brauchen keine Unterstützung. Sie suchen auch nicht nach Unterstützung bei den Ämtern. Das sind zum Beispiel ein Antrag auf eine barrierefreie Wohnung. Wenn diese Wohnung nicht da ist, dann kann ein Elternpaar nicht umziehen in eine größere Wohnung. Zum Beispiel jemand mit einer Körperbehinderung. Die Unterstützungsstrukturen sind sehr wichtig für Eltern mit Behinderung. Was braucht es, um Eltern mit Behinderung zu stärken? Auf diese Fragen werden wir heute konkrete Antworten erhalten und sie uns gemeinsam erarbeiten. Immer mit dem Ziel vor Augen, dass Eltern mit Behinderung einfach Eltern sein dürfen. Ein Ziel, das ein Menschenrecht ist, das möchte ich noch einmal ganz deutlich sagen. Eltern mit Behinderung haben ein Recht auf Elternschaft und sie haben ein Recht auf geeignete Unterstützung. Doch dieser Tag ist nicht nur in Anführungszeichen ein Fachtag zur Weiterbildung, zum Austausch und zur Anregung. Dieser Tag heute ist ein wichtiger Baustein, um ein großes gesellschaftliches Tabu zu brechen. Das Tabu, dass Menschen mit Behinderung überhaupt Eltern sein können. Noch immer wird gesellschaftlich und infolgedessen auch von Einzelpersonen, seien es Fachkräfte oder auch Menschen aus dem persönlichen Umfeld, teilweise in Frage gestellt, ob Menschen mit Behinderung denn überhaupt Eltern sein können. Doch Menschen mit Behinderung sind Eltern. Sie sind Eltern mit all den Bedürfnissen und Wünschen und Ängsten wie alle anderen Eltern auch. Und sie sind starke Eltern, wenn sie die Unterstützung erhalten, die sie ganz konkret und ganz individuell brauchen oder manchmal eben auch nicht brauchen. In diesem Sinne freue ich mich, gemeinsam mit Ihnen heute dieses Tabu ein Stück weit aufzubrechen und gemeinsam zu schauen, wie wir Eltern mit Behinderung stark machen können. Denn, und damit möchte ich noch einmal abschließen, Jeder Mensch hat das Recht, eine Familie zu gründen und jedes Kind hat das Recht, bei seinen Eltern aufzuwachsen. Vielen Dank. Ich sage das noch einmal kurz in leichter Sprache. Es geht um die Unterstützungsstrukturen. Das heißt, Menschen mit Behinderung brauchen Unterstützung. Dann können sie guter Eltern sein. Wie geht das? Darauf wollen wir heute Antworten finden. Und wir wollen darüber sprechen, über dieses Recht. Jeder darf ein Elternteil sein und hat auch ein Recht auf Unterstützung. Wir wollen uns heute zu diesem Thema austauschen. Wir wollen miteinander sprechen. Und wir wollen Neues lernen. Wir wollen ein Tabu brechen. Das soll ganz normal sein. Menschen mit Behinderung sind Eltern. Das sind sie auch jetzt schon. Es gibt Fragen. Warum? Warum sind die das? Können die das? Eltern sind dann starke Eltern, wenn sie Unterstützung bekommen. Und Eltern mit Behinderung brauchen diese Unterstützung. Und darauf haben Eltern mit Behinderungen ein Recht. Einen ganz herzlichen Dank, Frau Lodin, für die persönlichen Worte. Und damit geht es direkt weiter mit einem Grußwort von Michael Weltsch, dem Landesbeauftragten für Inklusion der Menschen mit Behinderungen in Sachsen. Michael Weltsch berät die sächsische Staatsregierung bei den politischen Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen. Herr Weltsch, schön, dass Sie hier sind. Vielen Dank, Frau Lodin. Jetzt spricht Michael Weltsch. Er ist der Landesbeauftragte für Inklusion vom Land Sachsen. Er berät die Regierung von Sachsen über verschiedene Fragen, die mit Menschen mit Behinderung zu tun haben. Schön, dass Sie da sind. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen an alle. Liebe Frau Dr. Michel, liebe Frau Rüttrich, liebe Laura. Ja, zunächst freue ich mich ganz sehr, dass die Einladung zu dem heutigen Fachtag ein Label trägt. Da steht nämlich auch auf allen Tagungsunterlagen, Fachstelle unterstützte Elternschaft Sachsen. Ich weiß, welchen steinlichen Weg Leben mit Handicaps zurückgelegt hat, um diese einzigartige Fachstelle zu etablieren. Eine Struktur, die Eltern mit Behinderung eine qualitativ hochwertige Beratung und Unterstützung bietet, damit diese Eltern selbstbestimmt mit ihren Kindern leben können. Und ich freue mich, dass der heutige Fachtag mit dem Thema Eltern mit Behinderungen zwischen Tabu und Normalität so eine prächtige Resonanz gefunden hat. Hier ist kein Stuhl mehr frei. Schon das zeigt, wie brisant die Materie ist. Es ist ganz wichtig, dass Eltern, Berater und Leistungserbringer, aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Eingliederungs- und Jugendhilfe ein solches Angebot vorfinden. Guten Morgen, ich begrüße Sie alle, Frau Michel, Frau Rüthrich, Lara. Mich freut, auf der Präsentation sieht man ein Logo. Das ist das Logo von der Fachstelle Unterstützte Elternschaft Sachsen. Das war gar nicht einfach, diese Fachstelle zu gründen. Die Fachstelle berät Eltern mit Behinderung. Sie macht sehr gute Arbeit. Sie unterstützt, damit Eltern selbstbestimmt leben können. Ich freue mich, dass heute so viele Menschen hier sind. Das zeigt, das Thema ist sehr wichtig. Alle brauchen diese Fachstelle. Die Menschen in den Ämtern, zum Beispiel im Jugendamt, brauchen die Unterstützung von der Fachstelle. Lassen Sie mich mit zwei Zitaten beginnen. Erster Zitat. In keinem Fall darf das Kind aufgrund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile von den Eltern getrennt werden. Das kennen Sie, das ist Artikel 23 Absatz 4 UN-Behindertenrechtskonvention. Ich will nicht den gesamten Artikel zitieren, aber das Recht, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben und ein staatliches Unterstützungssystem beanspruchen zu können, das sind Eckpfeiler für die Achtung der Familie im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention. Das zweite Zitat. Mit dem neuen Leistungstatbestand wird zur Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in der sozialen Teilhabe der Begriff der Assistenzleistungen eingeführt. Nicht damit verbunden sind neue Leistungen. Die entsprechenden Leistungen werden derzeit über andere Leistungstatbestände oder im Rahmen des offenen Leistungskataloges gewährt. Die Quelle ist vielleicht nicht so bekannt oder nicht mehr so präsent. Das steht nämlich in der Gesetzesbegründung der Bundesregierung zum Bundesteilhabegesetz, konkret zum Paragraf 78. Und diese Formulierung, ja, die kann man interpretieren nach dem Willen des Lesers. Heißt das, alles ist schon gut? Heißt das für die Mitarbeiter der Verwaltung weiter so? Maßstab muss stets und immer eine gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe der Menschen mit Behinderung, hier der Eltern mit Behinderung sein und dies orientiert am Einzelfall. Zuerst möchte ich sagen, was steht im UN-Vertrag? Das ist ein wichtiger Vertrag über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Dort steht, ein Kind darf nicht gegen den Wunsch der Eltern von ihnen getrennt werden. Jeder hat das Recht, eine Familie zu gründen. Das ist sehr wichtig. Dann möchte ich sagen, möchte ich noch ein Zitat nennen, also einen Satz aus einem Papier. Das ist eine Begründung zu einem Gesetz. Das Gesetz heißt Bundesteilhabegesetz. Dort steht, es soll Assistenz geben, damit Menschen in der Gesellschaft teilhaben können. Es soll aber keine neuen Leistungen geben. Es soll nur das geben, was es schon gibt. Was heißt das? Heißt das, alles ist schon gut? Heißt das, die Ämter machen alles richtig? Können Menschen mit Behinderung schon selbstbestimmt leben? Oder ist das ganz anders? Nicht immer entspricht die gelebte Praxis diesem Ideal. Es ist also anders. Bei meiner Institution ist im Zuge der landesrechtlichen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes eine Clearingstelle angesiedelt worden, welche die Aufgabe hat, bei Streitigkeiten zwischen Leistungsberechtigten und Leistungsträgern im Bereich der Eingliederungshilfe zu vermitteln und auf eine gütliche Einigung über Art und Umfang der Leistung sowie Verfahrensfragen hinzuwirken. In den Sitzungen wird mitunter deutlich, dass die Instrumente nach § 78 Absatz 3 SGB IX, also die Elternassistenz, offenbar in so manchen Werkzeugkästen fehlen. Bleibt zu hoffen, dass auch hier der heutige Fachtag gegebenenfalls etwas Abhilfe schaffen kann. Und ich habe gehört, dass es eine Leipziger Erklärung geben soll. Und diese Erklärung, die gehört dann natürlich in die Werkzeugkästen der Verwaltungen auch hinein. In Wirklichkeit stimmt das nicht. Oft klappen Dinge noch nicht so gut. Wir haben eine Schlichtungsstelle gegründet. Das heißt, wenn es einen Streit gibt, dann sprechen wir mit allen, damit sie sich wieder vertragen. Zum Beispiel, wenn sich die Eingliederungshilfe oder die Jugendhilfe nicht einig ist, wer bezahlt Kosten. Oft fehlt es bei der Elternassistenz an Möglichkeiten. Ich hoffe, der Fachtag heute kann Dinge verbessern. Ich denke, die Leipziger Erklärung ist ein wichtiger Schritt. Er kann so eine Hilfe sein für die Elternassistenz. Für die Clearingstelle haben wir, möchte ich auch noch erwähnen, Flyer mitgebracht. Die liegen draußen und die Kollegin, die die Geschäfte der Clearingstelle führt, die ist auch hier mit vor Ort. Liebe Frau Dr. Michel, nun schon jahrzehntelang sind Sie für Eltern mit Behinderung in Sachsen eine Art letzte Instanz. Das sage ich jetzt mal so. Durch Ihr beharrliches Wirken und das Ihrer Mitstreiterinnen haben Sie Strukturen geschaffen und Inhalte vorangetrieben. Ich denke da an die Pionierleistungen zur Etablierung von leichter Sprache im Freistaat Sachsen. Angefangen hat das Ganze explizit zu den Themen Sexualität, Elternschaft und Gesundheit. Ich denke an die Studien, die Sie im Auftrag des BMAS und des BMFSFJ gemacht haben, sowie an zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema. Die Verankerung des Vereins Leben mit Handicaps e.V. und damit eines Sprachrohrs der Belange von Eltern mit Behinderung im Sächsischen Landesbeirat für die Belange der Menschen mit Behinderung als der maßgeblichen Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung im Freistaat Sachsen war auch ein Meilenstein. Dazu kommt die Etablierung einer EUTB-Stelle und halt einer EUTB-Stelle mit einer ganz spezifischen Zielgruppenausrichtung, die weit über Leipzig hinaus strahlt. Es gibt ein Papier, das nennt sich Handreichung des Landesjugendhilfeausschusses für eine praxisgerechte Unterstützung von Eltern mit Behinderung und deren Kindern. Das hat lange gedauert, ohne sie gäbe es das Papier nie und das ist auch so ein Ding, was in den Werkzeugkasten reingehört. Und nun halt die Fachstelle Unterstützte Elternschaft Sachsen. An dieser Stelle, und das liegt mir ganz sehr am Herzen, danke ich Ihnen und Ihren Mitstreiterinnen, aber ganz besonders Ihnen persönlich für den Einsatz für diese Gruppe der Menschen mit Behinderung. Zuerst möchte ich sagen, ich habe einen Flyer mitgebracht, also ein Faltblatt, das liegt draußen über die Schlichtungsstelle und die Leiterin ist heute auch hier. Dann möchte ich sagen, vielen Dank Frau Michel, Sie setzen sich seit mehreren Jahrzehnten ein für behinderte Eltern. Sie haben sich immer mit all ihrer Kraft eingesetzt und das Thema vorangetrieben. Sie haben auch dafür gesorgt, dass die leichte Sprache immer wichtiger geworden ist hier in Sachsen. Sie haben erste Infohefte gemacht über Sexualität und Elternschaft und Gesundheit. Sie haben auch verschiedene Studien in Auftrag gegeben. Zum Beispiel hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine Studie gefördert. Sie haben viele wichtige Veröffentlichungen gemacht, also Papiere veröffentlicht mit Informationen, mit Fachinformationen. Der Verein Leben mit Handicaps macht großartige Arbeit. Sie sind auch im Behindertenbeirat in Sachsen. Das ist ein wichtiger, der ist wichtig, um die Interessen von Menschen mit Behinderung zu vertreten. Sie haben auch eine Beratungsstelle gegründet, die EUTB Beratungsstelle für unterstützte Elternschaft. Auch das ist sehr wichtig. Und Sie haben ein Infoheft geschrieben über unterstützte Elternschaft für Eltern und Kinder. Und das letzte, die Fachstelle unterstützte Elternschaft Sachsen. Vielen Dank für Ihre großartige Arbeit. An Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber vor allem an Sie. Und was die Zukunft angeht, so würde ich mal kurz auf den kürzlich auf den Weg gebrachten, fortgeschriebenen Aktionsplan der Staatsregierung zur Umsetzung der UN-BRK verweisen. Da gibt es nämlich auf Seite 298 die Maßnahme 71. Und dort steht halt drin, die Staatsregierung prüft, ob die Beratung und Unterstützung von Eltern mit Behinderungen dauerhaft gefördert werden kann. Das ist ja auch so eine Sache, die Sie schon viele Jahre verfolgen, dass das verstetigt wird, dass man nicht jedes Jahr einen neuen Antrag stellen muss. Und bei der Umsetzung dieses Prüfauftrages dürfen Sie mich natürlich auch an Ihrer Seite wissen. Lassen Sie mich zum Schluss den Bogen noch etwas weiter spannen. Mit dem Aktionsplan wurde auch das Sächsische Inklusionsgesetz novelliert. Und aus meiner Sicht muss ich an diese Evaluierung eine Novellierung anschließen. Das Sächsische Inklusionsgesetz gilt bisher nämlich nur auf der Landesebene und nicht auf der kommunalen Ebene. Also nicht für die Landkreise, nicht für die Städte, nicht für den Kommunalen Sozialverband Sachsen. Und es betrifft ja irgendwie eine kleine Gruppe, sondern es betrifft 800.000 Menschen. So viele haben eine anerkannte Behinderung im Freistaat Sachsen. Das ist jeder Fünfte. Ich sage an der Stelle immer, das ist völlig normal, behindert zu sein. Und dieses Gesetz muss in Zukunft unbedingt auch dort gelten, wo die Menschen leben. Und da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, dass die Elternassistenz eine Leistung ist, die von den Trägern der Eingliederungshilfe erbracht wird. Und die sitzen bei den Kommunen. Also da muss dann eins und eins wieder zusammen passen. Und um dort den Prozess ein Stück weit anzustoßen, haben wir eine gemeinsame Position, die nennt sich Sachsen inklusiv 2020-30, auf den Weg gebracht. Gemeinsam meine Stelle mit dem Landesbeirat für die Belange der Menschen mit Behinderung. Gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Behindertenbeauftragten. Das haben wir in die Politik eingespeist. Und ich gehe davon aus, dass wir am Ende des Prozesses die Lage der Menschen mit Behinderung damit schon nachhaltig verbessert haben. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Nun bin ich mit Ihnen gemeinsam auf die Vorträge und die Workshops gespannt. Dankeschön. Es gibt den Aktionsplan, in dem Aktionsplan steht, wie sollen Menschen mit Behinderung in Sachsen ihre Rechte bekommen. In dem Plan steht auch, die Regierung prüft, wie kann die Unterstützung für Eltern dauerhaft sein. Also nicht nur für ein Jahr. Das ist gerade ein Problem. Man muss jedes Jahr wieder einen Antrag stellen. Es gibt viel Papierkram. Ich unterstütze gerne dabei, dass das klappt. In dem Aktionsplan steht leider auch, dass das Inklusionsgesetz in Sachsen hat ein großes Problem. Es gilt für Sachsen, aber es gilt nicht in den Städten und Gemeinden. Das ist nicht gut. In Sachsen gibt es sehr viele Menschen mit Behinderung. 800.000 Menschen. Das ist jeder fünfte Mensch. Deshalb sage ich immer, es ist ganz normal, eine Behinderung zu haben. Deshalb muss das Inklusionsgesetz überall gelten. Auch in den Städten und Gemeinden. Die Eingliederungshilfe entscheidet, welche Unterstützung bekommen Eltern. Die Eingliederungshilfe ist aber in den Städten und Gemeinden. Das Inklusionsgesetz gilt also nicht für die Eingliederungshilfe. Das muss sich ändern. Deshalb haben wir einen Plan gemacht. Und deshalb haben wir auch eine Arbeitsgruppe mit den verschiedenen Behindertenbeauftragten der Städte und Gemeinden. Ich bin sicher, wir können das ändern. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Tag. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Weltsch. Ja, gerne noch mal einen Applaus. Wer setzt sich eigentlich speziell in Sachsen dafür ein, dass Kinderrechte nach der UN-Kinderrechtskonvention gestärkt und umgesetzt werden? Das tut zum Beispiel Susann Rüthrich. Die ist nämlich seit Ende 2021 die tatsächlich erste Kinder- und Jugendbeauftragte des Freistaates Sachsen. Susann Rüthrich setzt sich ressortübergreifend für die Rechte und den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein. Und sie setzt dabei vor allem auf Vernetzung und Sensibilisierung, genauso wie wir hier ja auch bei dem Fachtag, und auch auf die Beteiligung derjenigen, um die es geht, nämlich von Kindern und Jugendlichen. Frau Rüthrich, wir freuen uns sehr auf Ihr Grußwort. Herzlichen Dank, Herr Weltsch. Wer macht sich in Sachsen stark für die Rechte von Kindern? Die Rechte von Kindern stehen im UN-Vertrag. Es gibt einen UN-Vertrag auch für die Kinderrechte. und diese sollen ganz doll beachtet werden. Dafür setzt sich Susann Rüthrich ein. Das ist seit 2021. Sie ist die erste Kinder- und Jugendbeauftragte im Land Sachsen. Susann Rüthrich setzt sich für die Rechte und den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein, in vielen Bereichen. Und sie arbeitet gerne und viel mit anderen zusammen. Und sie macht auf das Thema aufmerksam. Dann wissen alle, das sind ganz wichtige Themen. Und sie tut viel dafür, dass alle mitmachen. Auch Kinder und Jugendliche. Um die geht es. Frau Rüthrich, wir freuen uns auf Ihre Rede. Ja, vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen. An Sie alle, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Da brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu mir selber sagen. Genau, seit jetzt reichlich anderthalb Jahren bin ich mit einem kleinen Team dafür verantwortlich, die Kinderrechte in Sachsen zur tatsächlichen Umsetzung mit zu verhelfen. Und mit allen zusammenzuarbeiten, die das ebenso wollen. Jetzt geht es ja heute aber um begleitete Elternschaft. Also eigentlich um die Eltern. Trotzdem haben die Rechte der Kinder unheimlich viel mit dem heutigen Fachtag zu tun. Von daher, liebe Frau Michel, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten ja schon oft auch miteinander zu tun. Weil mir ist es wirklich ein Anliegen, zu gucken, dass es eben nicht nur in der Behindertenrechtskonvention Rechte gibt, sondern eben von den Kindern, die in Familien mit Eltern mit Behinderung geboren werden, dass diese Rechte eben auch zu beachten sind. Wollen Sie erst oder soll ich weitermachen? Entschuldigung. Alles gut. Herzlichen Dank, guten Morgen. Auch für die schöne Vorstellung. Da muss ich gar nicht mehr viel sagen. Ich bin seit anderthalb Jahren zuständig für die Kinderrechte in Sachsen. Dafür, dass wir immer daran denken. Und auch für die Rechte von den Eltern. Aber vor allem für die Rechte von Kindern. Nicht nur die Rechte von Eltern stehen im UN-Vertrag. Die sind wichtig. Aber wir denken auch an die Rechte von Kindern. Also wenn es um Inklusion geht, da wird ja eben, wie jetzt auch schon mehrfach erwähnt, die Behindertenrechtskonventionen herangezogen, die Menschenrechte herangezogen. Wir können auch einfach ins Grundgesetz gucken, in dem das sehr wichtige und hochgeschätzte elterliche Erziehungsrecht steht. Da steht es ohne irgendwelche Einschränkungen. Aber wir können eben auch in die Kinderrechtskonvention gucken. Und die ist ebenfalls ein Gesetz in Deutschland seit mittlerweile über 30 Jahren. Ich gucke da zum Beispiel in den Artikel 9. Der Artikel 9 in der Kinderrechtskonvention sagt, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt werden darf. Es sei denn, es ist zum Wohl des Kindes. Was ist jetzt das Wohl des Kindes? Erstens mal kann man das Wohl des Kindes aus meiner festen Überzeugung nicht ohne das Kind selber zu befragen, bestimmen. Also es geht um die Beteiligungsrechte, die ein Kind hat. Das muss seine Meinung sagen können. Das steht auch in dem Artikel 9. Nämlich, dass alle Beteiligten sozusagen in den Umgangsfragen mitgehört werden. Also jeder Elternteil und die Kinder. Und es steht drin, dass das Wohl des Kindes dann beeinträchtigt ist, wenn das Kind misshandelt wird oder vernachlässigt wird. Das steht nicht drin, dass jemand aus gutmeinenden Einschätzungen von außen sagt, es wäre wahrscheinlich besser, das Kind wächst woanders auf. Sondern man muss schon sozusagen nachweisen, dass das Kind misshandelt wird oder stark vernachlässigt wird. Und auch dann gilt, dann muss die Familie erst unterstützt werden dabei, dass sozusagen die Erziehungsrolle ausgefüllt werden kann. Und erst wenn diese Einschränkung des Wohls eines Kindes nicht abgewendet werden kann, dann muss man zu anderen Maßnahmen greifen. Demzufolge, der Umgang eines Kindes mit seinen Eltern und das Leben in seiner Familie und nicht getrennt zu sein von seiner Familie, das ist ein Kinderrecht. Und sozusagen an dieses Gesetz haben wir uns alle zu halten. Die Unterstützung von Eltern ist damit sozusagen ja auch angesprochen. Und ich bin der festen Überzeugung, alle Eltern brauchen Unterstützung. Alle Eltern brauchen das. Die einen vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz sind alle Eltern verschieden, alle Familien sind verschieden und so ist es auch wichtig, dass alle Eltern die Unterstützung brauchen, um sozusagen das Recht der Kinder zu erfüllen, nämlich mit seinen Eltern ein gutes Familienleben gestalten zu können. Das Recht der Kinder steht, im UN-Vertrag steht das Recht der Eltern. Es geht immer auch um das Recht der Kinder. Es geht auch um die Inklusion im UN-Vertrag. Es gibt schon im Erziehungsgesetz ein Kinderrecht. Und das gibt es schon seit über 30 Jahren. Im Artikel 9 im UN-Vertrag steht, ein Kind darf nicht von seinen Eltern getrennt werden, wenn es das nicht will. Manchmal gibt es Gründe für eine Trennung. Das Kind muss weg, wenn es misshandelt wird. Das Kind erlebt Gewalt, zum Beispiel es wird geschlagen oder die Eltern kümmern sich nicht um das Kind. Es geht immer darum, dem Kind soll es gut gehen und das Kind sagt seine Meinung dazu. Die Eltern sagen auch ihre Meinung. Das Kind hat ein Recht auf Kontakt mit den Eltern. Und Unterstützung brauchen alle Eltern. Eltern mit und Eltern ohne Behinderungen. Also sind die Kinderrechte auf das Kindeswohl angesprochen. Das meint im Übrigen in dem Originaltext der Kinderrechtskonvention Best Interests of the Child. Also was ist im besten Interesse des Kindes? Nicht so eng, wie das bei uns manchmal gesehen wird. Und sozusagen, solange das Kind nicht irgendwie gefährdet ist, wird es schon okay sein. Sondern was ist im Interesse des Kindes? Und das muss herausgefunden werden, und zwar indem das Kind eben beteiligt wird. Genau, ich hatte das Recht auf Umgang mit den Eltern und die Meinungsäußerung gesagt. Ich denke aber auch an andere Rechte. Da haben wir uns, Frau Michel, auch öfter darüber schon unterhalten. Nämlich das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Und ich denke da an die Gesundheit eines Kindes, was sozusagen auch die mentale Gesundheit angeht. Auf das Bindungserleben und Bindungsverhalten. Auf die Frage, wie, also wenn, Sie hatten mir Beispiele genannt. Sozusagen, wenn ein Kind aufgrund sozusagen der Einschätzung von Ämtern schnell von einer noch stillenden Mutter weggenommen wird, ist das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit, glaube ich, nicht gewährleistet. Weil das muss ein, der Umgang ist essentiell für die, für das Aufwachsen des Kindes, damit beispielsweise gestillt werden kann und dass auch der Kontakt und die Bindung wachsen kann. Also von daher sind noch mehr Kinderrechte auch damit befasst. Von daher denke ich, es ist ganz wichtig, heute auch sozusagen diese Seite der Kinderrechte flankierend zu dem Fachtag mit in den Blick zu nehmen. Denn wir sind gut beraten, wenn wir die Kinderrechte umsetzen wollen, zu gucken, wo Eltern mit Unterstützungsbedarfen jeglicher Couleur ihre Stärken haben und wo eben die Unterstützungsbedarfe wirklich konkret ansetzen können, damit das Familienleben selber und selbstbestimmt gestaltet werden kann. Da bin ich sehr gespannt heute auf die Impulse für den Fachtag. Wir werden mit Sicherheit viel mitnehmen. Und ich danke für die Organisation, für die Einladung und wünsche natürlich bestes Gelingen. Es geht um die Kinderrechte und da geht es immer darum, dass ein Kind sich gut fühlt. Das steht so im UN-Vertrag. Das ist die Frage, was ist gut für das Kind? Was will das Kind und was ist auch gut für das Kind? Zum Beispiel im Bereich Gesundheit. Das Kind soll gesund aufwachsen. Und ein Kind wird manchmal weggenommen von der Mutter mit Behinderung. Dazu gibt es auch ein Beispiel von Frau Michel. Das Kind braucht aber die Mutter. Die Mutter muss zum Beispiel das Kind stillern. Vielleicht hören wir später noch etwas dazu. Wichtig ist, wo braucht ein Kind oder wo brauchen die Eltern von einem Kind Unterstützung? Darüber sprechen wir heute. Ich freue mich auf die Ideen. Danke für die Organisation. Ich wünsche uns einen tollen Fachtag. Und einen ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Rüthrich. Und damit kommen wir zu unserem ersten Expertinnen-Vortrag des heutigen Fachtags. Und es wird um Erfahrungen gehen aus der Arbeit der Fachstelle Unterstützte Elternschaft. Und wer könnte uns da besser einen Einblick gewähren als die Leiterin dieser Fachstelle, nämlich Frau Dr. Marion Michel, die zudem auch noch die Vorsitzende des Vereins Leben mit Handicaps e.V. ist. Marion Michel berät und unterstützt alle Menschen, die beim Thema Unterstützte Elternschaft involviert sind. Das heißt natürlich die Eltern mit Behinderungen, aber auch die LeistungsträgerInnen und die LeistungserbringerInnen. Und sie bietet auch noch Weiterbildungen zu dem Thema an. Marion Michel ist außerdem politisch sehr aktiv. Sie setzt sich im, jetzt kommt ein langer Name, sie setzt sich im Sächsischen Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen und im Landesjugendhilfeausschuss für das Thema Unterstützte Elternschaft ein. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag Eltern mit Behinderungen in Sachsen, Erfahrungen aus der Arbeit der Fachstelle Unterstützte Elternschaft. Frau Dr. Marion Michel. Jetzt beginnt der erste Vortrag von einer Expertin für Unterstützte Elternschaft, Frau Marion Michel. Sie spricht von der Erfahrung in der Fachstelle Unterstützte Elternschaft. Sie leitet die Fachstelle, deshalb kann sie darüber besonders gut sprechen. Sie leitet auch den Verein Leben mit Handicaps. Marion Michel berät Eltern mit Behinderung, aber sie berät auch Menschen im Amt, zum Beispiel im Jugendamt oder im Sozialamt. Und sie macht Schulungen zum Thema Unterstützte Elternschaft. Außerdem macht sie in der Politik mit. Sie ist im Beirat vom Land Sachsen für Menschen mit Behinderung. Und sie ist im Jugendhilfeausschuss vom Land Sachsen. Dort bringt sie das Thema Unterstützte Elternschaft ein. Wir freuen uns auf den Vortrag Eltern mit Behinderung in Sachsen. Erfahrungen aus der Fachstelle Unterstützte Elternschaft. Frau Marion Michel. Sehr geehrte Frau Lodin, sehr geehrte Frau Rüttrich, sehr geehrter Herr Welch, vielen Dank für die Grußworte, die uns zeigen, dass die Arbeit unseres Vereins, die Arbeit unseres Teams wirklich auch im Land geschätzt wird. Sehr geehrte Teilnehmende, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und möchte einiges aus unserer Arbeit berichten. Vielleicht zunächst, warum Eltern mit Behinderung zwischen Tabu und Normalität? 2018 stellten wir im Rahmen des Fachtages zwischen Tabu und Normalität zwei Studien vor. Eine zu Teilhabechancen an sexueller Bildung von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen in Sachsen, also für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Und unterstützte Elternschaftsangebote für behinderte und chronisch kranke Eltern. Analyse zur Umsetzung des Artikel 23 der UN-Behindertenrechtskonvention. Und diese Studie war im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die Auftraggeber haben uns immer wieder bestätigt, dass die Ergebnisse dieser Studie der I-Punkt darauf waren, dass die Elternassistenz explizit mit im Bundesteilhabegesetz erwähnt wurde. Und Kerstin Blochberger und andere Aktivisten auf diesem Gebiet, Aktivistinnen, haben wesentliche Vorarbeit geleistet, haben uns auch bei dieser Studie unheimlich unterstützt. Und ich denke, wir können stolz darauf sein, dass das dann auch so passiert ist. Ergebnis dieser Studie war, dass sowohl in Bildungs- und Beratungsangeboten als auch bei der Realisierung selbstbestimmter Elternschaft viele Probleme sichtbar wurden. Es letztlich die Rahmenbedingungen waren, die bestimmen, ob Eltern mit Behinderung die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, ob sie wahrgenommen werden oder eben, so wie wir es in den Grußworten schon immer wieder eingedeutet haben, mit der Angst leben müssten, ihre Kinder zu verlieren. Auch wenn der Blick auf Eltern mit Behinderungen begonnen hat, Also erst einmal vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Vielen Dank auch für die Grußworte. Das hat gezeigt, das Land Sachsen findet unsere Arbeit wichtig. Ich möchte heute über die Arbeit der Fachstelle sprechen. Zuerst möchte ich sagen, warum heißt der Fachtag Tabu und zwischen Tabu und Normalität. Im Jahr 2018 haben wir zwei Studien gemacht. In der ersten Studie ging es darum, wie können Menschen mit Lernschwierigkeiten in Sachsen Wissen über Sexualität erlernen. In der zweiten Studie ging es um unterstützte Elternschaft für Eltern mit Behinderung oder Eltern mit chronischer Krankheit. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat das Geld für die Studie gegeben. Sie sagen, diese Studie war ein wichtiger Grund, weshalb im Gesetz, im neuen Gesetz, im Bundesteilhabegesetz auch die unterstützte Elternschaft vorkommt. Wir haben uns stark gemacht. Es gab auch andere, die haben uns unterstützt und dafür sind wir sehr dankbar und wir sind sehr stolz darauf, was wir geschafft haben. Die Studie hat gezeigt, es gibt noch viele Probleme. Viele Eltern nutzen die unterstützte Elternschaft nicht. Viele haben Angst, dass ihnen die Kinder weggenommen werden. Wir sehen, es hat ein Blickwechsel begonnen. Von 2010, als ich immer wieder gehört habe, auch 2015 noch, solche Eltern gibt es doch gar nicht, sehen wir jetzt, 2023, doch, dass Eltern bei den Leistungsträgern, Leistungsanbietern auch in der Politik zunehmend wahrgenommen werden. Das ist ein großer und wichtiger Schritt. Aber deshalb zwischen Tabu und Normalität, es ist noch ein weiterer Weg bis zur vollen Realisierung des Artikels 23 der UN-Behindernrechtskonvention und der Artikel 2, 5 und 9 der UN-Kinderrechtskonvention. Deshalb haben wir für unseren heutigen Fachtag diesen Titel so gewählt. Es besteht immer noch sehr großer Handlungsbedarf und ich hoffe, wir werden heute darüber auch sprechen können. Es ist schon viel besser geworden. 2010 hat man noch oft gehört, Eltern mit Behinderung gibt es doch gar nicht. Heute wissen viele Menschen in der Politik und in den Ämtern, es gibt Eltern mit Behinderung. Aber es ist noch viel zu tun. Es ist noch ein weiter Weg, damit wir das einhalten, was in den UN-Verträgen steht, für Menschen mit Behinderung und für Kinder. Deshalb heißt der Fachtag heute so, wie er heißt. Es ist noch viel zu tun. Und letztendlich Tabu und Normalität auch in Erinnerung an Ursula Pixa-Kettner, die mit ihren bahnbrechenden Arbeiten zur begleiteten Elternschaft eigentlich den Grundstein gelegt hat, dass wir heute an dieser Stelle weiterarbeiten können. Ja, ich möchte kurz was zu unserer Fachstelle sagen, zu Ergebnissen des ersten Jahres, zu nächsten Schritten unserer Arbeit und ein wichtiger Schwerpunkt in meinem Vortrag werden ideelle Barrieren und Stolpersteine sein. Ein kurzer Blick in die Geschichte. Erste Arbeiten zum Thema Eltern mit Behinderung haben wir 2006 an der Universität Leipzig begonnen. 2010 bis 2013 gab es eine Reihe von Studien zum Thema Eltern mit Behinderung an der Universität, an der ich bis zu meiner Berendung gearbeitet habe, mit unterschiedlichen Förderungen. Und wir haben damals gesagt, wir können nicht einfach die Eltern nur befragen, weil wir ja die Probleme in den Studien gesehen haben. Wir haben gesagt, wir können nicht bloß befragen. Und dann sagen, bleibt mit euren Problemen alleine. Sondern wir haben damals angefangen, parallel dazu das Kompetenzzentrum für behinderte, chronisch kranke Eltern aufzubauen. 2013 wurde dieses Zentrum aus der Uni ausgegliedert. Zunächst waren wir völlig mittellos. Ab 2015 kriegten wir dann eine Förderung durch die Stadt Leipzig. In den Jahren 2014 bis 2017 entstanden weitere Studien, insbesondere eben die zur unterstützten Elternschaft und seit dem 01.01.2020 dürfen wir uns Fachstelle unterstützte Elternschaft nennen und bekommen dazu eine Förderung vom Land. Die ist mir auch ermöglicht, auch Mitarbeiter einzustellen und nicht alles nur immer ehrenamtlich zu machen. Ich möchte kurz sagen, was haben wir schon geschafft. Im Jahr 2006 gab es erste Forschungsarbeiten über unterstützte Elternschaft an der Uni Leipzig. Von den Jahren 2010 bis 2013 gab es dann erste Studien an der Uni Leipzig. Wir haben aber gesagt, alleine mit Menschen sprechen und Gespräche führen ist nicht genug. Deshalb haben wir ein Zentrum gegründet. Das soll die verschiedenen Ämter unterstützen. Das heißt, Kompetenzzentrum über die Förderrichtlinie Teilhabe. Am Anfang gehörte das Zentrum zur Uni Leipzig. Später gehörte das Zentrum nicht mehr zur Uni und seit dem Jahr 2015 fördert die Stadt Leipzig das Zentrum. In den Jahren 2014 bis 2017 gab es noch eine Studie für ganz Deutschland über unterstützte Elternschaft. Und seit Januar 2022 gibt es die Fachstelle unterstützte Elternschaft. Ja, was sind die Schwerpunkte unserer Arbeit? Das erste ist natürlich das wichtigste, Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei der Wahrnehmung ihres Rechts auf selbstbestimmte Elternschaft. Das beginnt teilweise schon damit, dass uns Eltern fragen, meine Gynäkologin hat mir gesagt, ich darf kein Kind kriegen, weil ich mich meine Behinderung vererben kann. Und wir dann beraten, dass auch eine Frau, die sich mit einer vererbbaren Behinderung durchaus das Recht hat, Kinder zu kriegen. In dem Fall war es nicht meine vererbbare. Setzt sich dann fort über Antragstellung, Unterstützung bei Sorgerechtsverfahren und, und, und. Und es ist eigentlich eine sehr dankenswerte, aber auch eine sehr aufwendige Arbeit, muss ich sagen. Wir beraten und unterstützen Leistungsträger und Leistungsanbieter, damit sie einfach auch mehr erfahren über die Möglichkeiten der unterstützten Elternschaft und bei der Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten. So haben wir Kollegin aus Sachsen unterstützt bei einer Konzeptentwicklung für ihr Angebot. Wir unterbreiten Bildungsangebote für Menschen mit Behinderung. Hier sind wir noch nicht ganz so gut im Geschäft, aber wir haben unter anderem eine ganze Reihe von Bildungsangeboten für Leistungsträger und Leistungserbringer in der Vergangenheit gemacht. Ein wichtiger Beitrag, Herr Welch sprach es vorhin schon an, ist die barrierefreie Kommunikation, also Texte in leichter Sprache, bei Bedarf auch eine Tandemberatung mit unserem, unserer Fachkraft für leichte Sprache und Stephen Wallner. Und der letzte Punkt Aufbau einer Assistenzbörse für einfache und qualifizierte Elternassistenz haben wir jetzt mit Unterstützung des Bundesverbands Behinderte und Chronisch Kranke Eltern ausgelagert aus unserem Konzept. Es wird den, wir sind eine Geschäftsstelle oder Betriebsstätte, das habe ich immer noch nicht begriffen, eine Außenstelle des Elternassistenzvereins Hannover hier für Sachsen. Die Ergebnisse des ersten Jahres, es klingt nicht viel, aber es waren 18 Beratungen. Einen Moment. Genau, was, wie sieht unsere Arbeit aus? Das sieht man hier, was tun wir? Wir beraten und unterstützen Menschen mit Behinderung, damit sie Eltern sein können. Wir beraten und unterstützen auch Ämter. Die Beratung von Menschen mit Behinderung ist ganz verschieden. Zum Beispiel ist einmal eine Frau gekommen, sie war beim Frauenarzt und der Frauenarzt hat gesagt, sie dürfen keine Kinder bekommen, weil sie eine Behinderung haben. Und wir beraten dann und sagen, das stimmt nicht. Klar dürfen sie Kinder haben. Wir helfen auch bei Anträgen oder manchmal gibt es Rechtsstreit um das Sorgerecht. Auch dann beraten wir. Es ist viel Arbeit, aber es ist auch sehr schön. Genau, wir beraten auch die Ämter, damit sie besser informiert sind. Wir haben auch unterstützt, bei einem Plan über unterstützte Elternschaft. Wir machen auch Informationen, zum Beispiel in leichter Sprache. Und es gibt eine Beratung. Die Beratung ist auch im Tandem. Das heißt, sie ist zusammen mit einem unserem Kollegen und er hat Lernschwierigkeiten. Er heißt Stephen Ballner. Und es gibt eine Assistenzbörse, also eine Liste mit Personen, die Assistenz anbieten. Das gehört jetzt zu einem anderen Verein. Der Verein heißt Bundesverband für Behinderte, Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern. Das ist ein bisschen kompliziert. Die Börse ist irgendwie die Außenstelle vom Verein Hannover in Sachsen. Genau. Die Assistenzvereine als Leistungserbringer sind ausgegliedert aus den Vereinen, die die Interessenvertretung der Eltern übernehmen und die eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatung unterhalten. So, das blättert sich hier von der Lene weiter. Ergebnisse im ersten Jahr. Wir haben 18 Beratungen von Eltern mit Behinderungen durchgeführt. Daraus resultierten acht mit sehr intensiver Betreuung. Wenn ich sage sehr intensive Betreuung, heißt das wirklich Bekleidung über einen langen Zeitraum, teilweise auch in den Abendstunden nach Feierabend noch zur Verfügung zu stehen, wenn die Sorgen so groß sind, dass noch mal telefoniert oder Nachrichten hin und her geschickt werden müssen. Das heißt, Stellungennamen zu schreiben. Also, es klingt, es sind keine großen Zahlen, aber es sind sehr intensive und sehr wichtige Zahlen. Wir haben fünf Beratungen mit Leistungsanbietern durchgeführt, sind dabei, ein sachsenweites Netzwerk Elternassistenz aufzubauen, um einfach gerade auch die kleinen Anbieter, die auch als Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung selbst entstanden sind und als Initiativen von Menschen mit Behinderung entstanden sind, um hier auch die Kräfte zu bündeln, uns gegenseitig zu unterstützen und auszutauschen. Es gab drei Stellungnahmen zu familienpsychologischen Sachverständigen, gut achten, dazu sage ich nachher noch mal was. 15 zum Teil ganztägige Weiterbildung für Leistungseinbieter, Leistungsträger, vier zur leichten Sprache mit unserem Team von der leichten Sprache und fünf hausinterne Weiterbildung, dass die neuen Kolleginnen auch ganz schnell rankommen. Wir haben ein Konzept erarbeitet zur Weiterbildung für einfache und qualifizierte Elternassistenzen und hoffen, dass wir im September nun endlich damit starten können. Was haben wir im ersten Jahr geschafft? Wir haben 18 Eltern mit Behinderung beraten. Acht Personen haben wir sehr stark unterstützt. Das war viel Arbeit. Oft haben wir auch noch nach Feierabend telefoniert oder Nachrichten geschrieben. Wir haben auch fünfmal Ämter beraten und wir haben ein Netzwerk gegründet, also eine Gruppe. Dort kommen verschiedene Vereine und Gruppen im Bereich Elternassistenz zusammen. Hier kann man sich austauschen und gegenseitig unterstützen. Wir haben auch dreimal unsere Meinung aufgeschrieben zu Gutachten. Gutachten sind Papiere. Dort schreiben Experten können Eltern sind Eltern geeignet als Eltern. Welche Unterstützung brauchen sie? Und wir waren nicht einverstanden mit den Gutachten. Aber später sage ich dazu noch mehr. Wir haben auch 15 Schulungen gemacht. Vier waren über leichte Sprache und wir haben einen Plan aufgeschrieben, wie man Elternassistenz ausbilden kann. Der Plan ist hoffentlich bald fertig. Fertig ist es schon eingesetzt werden, soll er jetzt? Der Plan ist schon fertig. Unsere Wegweiserreihe, Sie sehen draußen die Hälfte ausliegen, hat Zuwachs bekommen in diesem Jahr durch die Broschüre Begleitete Elternschaft in Leichter Sprache, in der wir die Eltern darüber informieren, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für sie gibt. Es gibt eine Broschüre Gesunde Ernährung in Leichter Sprache, sollte eigentlich ein Kurkurs werden, mussten wir abändern, weil die Eltern nicht freigestellt wurden in den Werkstätten. Und wir werden in diesem Jahr aufbauend auf dieser kleinen Broschüre ein Kochbuch in Leichter Sprache Gesundes Kochen für Kinder entwickeln. Es soll bis zum Jahresende soweit fertig sein, dass es nächstes Jahr zur Verfügung steht. Die Expertise, die auf Landesebene eingebracht wurde, denke ich, ist heute hier schon ganz oft genannt worden. Danke für die vielen umreichen Worte. Es ist also einiges auf den Weg gebracht worden, aber es gibt immer noch zu viele Tabus. Die nächsten Schritte unserer Arbeit werden sein, dass wir mit der Weiterbildung beginnen, dass wir das Netzwerk weiter ausbauen, um einfach wirklich unsere Kräfte zu bündeln und Eltern qualifizierter Assistenzleistungen zur Seite zu stellen. Wir werden Weiterbildungsangebote für Eltern entwickeln, unter anderem, das hat sich jetzt schon herauskristallisiert, ein Angebot zum Thema sexuelle Entwicklung unserer Kinder, weil die bleiben nicht so klein, dass sie Müsli über das Skript schütten, sondern die werden groß, verlieben sich, kriegen Probleme mit ihrer Sexualität und die Eltern wissen dann teilweise nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Es wird bleiben die Mitarbeit in politischen Gremien, weil ganz viel wirklich auf dieser politischen Ebene passieren muss, damit wir nicht immer wieder mit Einzelfällen kämpfen. Wir möchten uns dafür einsetzen, haben auch damit schon begonnen, dass es ein Bedarfsfeststellungsinstrument entwickelt wird, das auch die Bedarfe von Eltern mit einbezieht. und dass auch ein Konzept entwickelt wird, ein Rahmenkonzept für die finanzielle Absicherung der Assistenzleistungen. Und ganz, ganz wichtig, wir werden uns auf jeden Fall weiter dafür einsetzen, dass ein Blickwechsel auf Eltern mit Behinderung erfolgt. Das ist eigentlich die Hauptsache, der darauf gerichtet ist, was Eltern mit Behinderung können, welche Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen, um Eltern vor Überforderung zu schützen, und den Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Weil ohne diesen Blickwechsel bleiben wir immer an der Stelle, an der wir jetzt stehen. Wir hoffen, mit der Arbeit der Fachstelle etwas zu bewegen, etwas beizutragen und vielleicht beim nächsten Fachtag schon einen großen Schritt weiter gekommen zu sein. Wir haben drei Infohefte in leichter Sprache gemacht. Eins ist am Ende von diesem Jahr fertig. Das erste ist ein Infoheft über unterstützte Elternschaft. Das zweite ist ein Heft über gesundes Essen und das dritte ist ein Kochbuch für Kinder. Es gibt immer noch viele Tabus. Oft darf man nicht haben, spricht man nicht über das Thema Elternschaft von Menschen mit Behinderung. Was haben wir vor? Wir wollen, dass noch mehr Menschen in dem Netzwerk sind für Elternassistenz. Noch mehr Menschen und noch mehr Vereine und Gruppen. So wollen wir mehr Kraft bekommen, um Eltern gut zu unterstützen und wir wollen noch mehr Schulungen machen. Zum Beispiel eine Schulung für Eltern über Sexualität von Kindern, denn Kinder werden groß, sie verlieben sich, irgendwann wollen sie auch Sexualität erleben und damit müssen die Eltern umgehen, lernen. Wichtig ist auch Politik. Wir bringen uns hier immer weiter ein, damit es für alle besser wird. Wir haben auch ein Instrument geschaffen, das ist ein Bedarfs- Feststellungsinstrument heißt das, das sind Informationen, wie kann ein Amt sagen, was brauchen Eltern, ist das richtig? Das Bedarfs- Feststellungsinstrument ist in Sachsen für die Eingliederungshilfe der integrierte Teilhabeplan. Jugendhilfe für die Jugendhilfe gibt es nicht so etwas Standardisiertes und es soll ein Papier sein, bei dem ermittelt wird, welchen Unterstützungsbedarf haben die Eltern, welche Möglichkeiten haben sie, welche Ressourcen haben sie, um einfach passgenaue Unterstützung zu geben. Also es sind Informationen für die Eingliederungshilfe, damit die Eingliederungshilfe weiß, wie kann sie herausfinden, welche Unterstützung brauchen Eltern. Genau, wir haben auch einen Plan gemacht, der soll damit unterstützte Elternschaft sicherer ist. Besonders wichtig ist uns, dass die Menschen anders über unterstützte Elternschaft denken, dass man sieht, was können Menschen mit Behinderung, was brauchen sie, damit sie nicht überfordert sind, was brauchen sie, damit die Kinder bei ihren Eltern gut aufwachsen können. Wir hoffen, dass die Fachstelle hier viel verbessern kann. Gestatten Sie mir jetzt einiges zu ideellen Marrieren und Stolpersteinen zu sagen. Das Wichtigste ist die Kommunikation, also das Gespräch mit Eltern mit Behinderung. In Hilfeplan bedarf Feststellungsgesprächen. Das nächste sind familienpsychologische Sachverständigengutachten, denen unsere Eltern immer wieder ausgesetzt sind und Gerichtsbeschlüsse dazu zu Sorgerechtsverfahren. Kurz und knapp lässt sich sagen, es fehlen geeignete Erhebungsinstrumente, also geeignete Fragebogen, um das zu ermitteln. Es fehlen Standards für Sachverständigengutachten, die die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen mit berücksichtigen und es fehlt vor allen Dingen noch viel zu auf den ressourcenorientierten Blick auf die Eltern. Also was können die Eltern und nicht nur darauf, das können sie alles nicht. Was gehört zur barrierefreien Kommunikation? Das ist eigentlich ganz einfach, achtungsvoll und wertschätzend. Und Frau Lodin hat vorhin darüber gesprochen, dass Kinder wie ein Schwamm sind. Kinder registrieren, ob mit ihren Eltern achtungsvoll umgegangen wird oder nicht. Und auch das ist ein Beitrag, Elternschaft mit Behinderung gelingen zu lassen. Die Kommunikation in der für Eltern möglichen Form, also über Gebärdensprachdolmetschung in leichter Sprache, in einem für die Eltern möglichen Rahmen, das heißt also in einer ruhigen Atmosphäre, frei von Störfaktoren, Geräuschen, mit ausreichenden Pausen. Und die Pausen aber nicht so, dass gesagt wird, wollen sie jetzt eine Pause machen, sondern es gesagt wird, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause, dass wir uns alle erholen können, denn in dem Moment, wo ich die Eltern frage, möchten sie jetzt eine Pause, kommt sofort die Angst, wenn ich jetzt sage, ich schaffe das nicht, dann sehen die wieder, was ich nicht kann. Und ganz, ganz wichtig, Informationen in schriftlicher Form mitgeben, dass sie in Ruhe nochmal nachgelesen und geprüft werden können und von den Eltern keine Unterschriften fordern, wenn die Eltern nicht genügend Zeit haben, die Papiere durchzulesen, die sie unterschreiben müssen. Gute Beispiele belegen, es ist machbar. Die Eltern werden mitgenommen, sie verstehen die notwendigen Maßnahmen, können Vertrauen aufbauen und das ist besonders notwendig, weil die Unterstützung für die Eltern häufig über sehr lange Zeiträume gehen, bei Bedarf bis zur Volljährigkeit der Kinder. Aber Eltern, die zu uns kommen, haben oft andere Erfahrungen gemacht. Aus Angst, ihre Kinder zu verlieren, willigen sie in Maßnahmen ein, die sie gar nicht wollen. Das heißt, es wird dann ganz schnell unterschrieben und dann heißt, die Eltern sind noch damit einverstanden gewesen. Nein, die haben es unter Druck unterschrieben. Sie fühlen sich noch zu oft als Bittsteller. Wenn sie dann solche Aussagen nicht so krank, dass sie im Rollstuhl sitzen oder blind sind. Mehrere Fehler drin sind in dieser Aussage. Sie fühlen sich ausgegrenzt, bevormundet, verunsichert und wissen teilweise gar nicht mehr, was sie mit ihren Kindern noch besprechen dürfen, zum Beispiel, wenn begleitete Umgänge sind. Wenn dann der Mutter vorgeworfen wird, dass sie das Kind überfordert, wenn sie ihrem siebenjährigen Kind erklärt, dass Kind Parentifizierung und sie fühlen sich nicht ernst genommen. Welche Schwierigkeiten und Hindernisse haben Eltern mit Behinderung? Oft gibt es Schwierigkeiten in den Gesprächen mit den Ämtern. Zum Beispiel sind die Gespräche zu schnell. Es gibt keine leichte Sprache oder auch kein Gebärdensprach Dolmetschen. Es gibt nicht genug Pausen. Eine weitere Schwierigkeit sind die Gutachten. Die sind oft nicht gut gemacht. Oft wird nur geschaut, was können die Eltern nicht. Es wird nicht geschaut, was können die Eltern denn. Und dann entscheiden die Gerichte auch oft nicht gerecht. Es fehlen Informationen Informationen, wie können die Ämter richtig entscheiden, welche Unterstützung brauchen Eltern. Und für die Gutachten muss es Regeln geben, damit die Experten auch wissen, wie sie die Gutachten richtig machen sollen. Wie kann das Gespräch so sein, dass es keine Hindernisse gibt? Ich habe es schon gesagt, die Gespräche sollten in Ruhe sein. Man muss genug Pausen machen und man sollte dabei nicht fragen, brauchen sie eine Pause? Weil dann haben die Eltern oft Angst, wenn ich jetzt sage, mir ist das zu viel, ich brauche eine Pause, dann denken die wieder, ich kann das nicht. Also sagen sie lieber, nein, kein Problem. Man sollte also die Pausen einfach machen und es sollte Dolmetscherinnen und Dolmetscher dabei geben, damit alle alles gut verstehen können. Ganz wichtig ist auch, die Eltern müssen Informationen zum Nachlesen bekommen, damit sie später alles in Ruhe lesen können. Und auch sehr wichtig, sie dürfen nicht in dem Moment etwas unterschreiben müssen, weil sie haben nicht die Zeit, das genau zu lesen und sie können gar nicht entscheiden, will ich das oder will ich das eigentlich nicht. Viele Eltern machen schlechte Erfahrungen. Sie erzählen, sie haben Angst, ihr Kind zu verlieren, wenn sie nicht einverstanden sind mit etwas. Sie haben auch immer das Gefühl, ich muss bitten, damit ich Unterstützung bekomme und sie fühlen sich auch oft schlecht behandelt oder sie haben das Gefühl, die entscheiden einfach über uns. Viele fühlen sich unsicher. Sie denken, ich darf gar nicht mehr mit meinem Kind sprechen. Es gab zum Beispiel einen Vorwurf, eine Mutter hat ihrer Tochter erzählt, ich habe Krebs. Die Tochter war sieben Jahre. Dann wurde ihr gesagt, das überfordert das Kind. Aber eine Mutter muss doch das erzählen können. Das ist doch sehr wichtig. Oft haben die Eltern das Gefühl, wir werden gar nicht ernst genommen. Die Folge davon ist, dass die Eltern dann aus Maßnahmen ausbrechen, dass sie die Maßnahmen beenden. In familienpsychologischen Gutachten steht dann, es gab einige Maßnahmen, aber die Eltern haben sie nicht angenommen, sie waren nicht ausreichend, es sind durch die Mutter abgebrochen worden. Vielleicht waren es nur nicht die richtigen Maßnahmen. Und mit der Elternassistenz in der begleiteten Elternschaft haben wir zwei bedarfsgerechte Maßnahmen zur Unterstützung der Eltern mit Behinderungen und darüber werden meine beiden verehrten Kollegen nachher selbst referieren. Auch im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist nochmal formuliert, dass junge Menschen und ihre Eltern nicht als Objekte fürsorgender Maßnahmen oder intervenierender Eingriffe zu betrachten sind, sondern stets als Experten und Expertinnen in eigener Sache auf Augenhöhe aktiv und mitgestaltend in die Hilfen- und Schutzprozesse einbezogen werden sollen. Und wenn wir das erreicht haben, in der Jugendhilfe mit der Eingliederungshilfe dann können wir uns auf den nächsten Fachtag freuen. Oft brechen die Eltern dann ab, weil sie es nicht aushalten und dann schreiben die Experten in das Gutachten die Mutter hat abgebrochen aber vielleicht hat sie nicht die richtige Unterstützung bekommen. Wichtig ist, Eltern müssen die Unterstützung bekommen die sie brauchen. Das steht auch im Gesetz. Ein wichtiger Stolperstein machen wir immer wieder die Erfahrung sind diese schon mehrfach erwähnten sozialpsychologischen familienpsychologischen Sachverständigen Gutachten. Diese Gutachten werden auch in der Jugendhilfe, werden auch in der Eingliederungshilfe kritisch gesehen. Noch kritischer von Anbietern begleiteter Elternschaft und Elternassistenz die Sache. Wir machen uns selber ein Bild von den Eltern. Trotz der Kritiken an den Gutachten sind sie Grundlage der Entscheidungsfindung in Sorgerechtsverfahren. Sie werden immer wieder bei Bemühung der Eltern um ihre Kinder zitiert, selbst wenn sie offensichtlich Fehler enthielten. Beispiele könnte ich abendfüllend berichten. Die Gutachten orientieren sich kaum an der ICF, also es werden kaum die Umweltfaktoren, die Kontextfaktoren mit einbezogen und es gelingt den Eltern kaum dagegen in Einspruch zu gehen. Die Folge davon, das erleben wir immer wieder, sind lange aussichtslose Kämpfe der Eltern um bedarfsgerechte Unterstützung, um Teilhabe am Leben ihrer Kinder und letztendlich um ihre Eltern Rechte. Die Gutachten sind oft schlecht, oft gibt es wirklich viele Fehler. Trotzdem hören die Gerichte auf die Gutachten. Das ist ein großes Problem. In den Gutachten wird gar nicht geschaut, was ist bei dieser Person wichtig, wie ist ihr Leben? Die Eltern kämpfen oft sehr lange um ihr Recht. Was sind die wesentlichsten Kritikpunkte? Nicht nur Eltern mit Lernschwierigkeiten verstehen die akademische Sprache in den Gutachten nicht. Es sind Papiere von 100 bis 150 Seiten. Die Begutachtung findet teilweise in extremen Ausnahmesituationen statt. Zum Beispiel, wenn die Kinder schon aus der Familie genommen wurden und die Interaktionsbeobachtung dann bei einem Besuchsumgang stattfindet. Das ist keine vernünftige Begutachtung. Aussagen werden kaum hinterfragt, Ressourcen unzureichend einbezogen, Unterstützungsangebote ausschließlich oder ganz häufig nur im Kontext von den klassischen jugendhilflichen Maßnahmen gesehen und nicht als Teilhabeleistung und die Testverfahren, die eingesetzt werden. Ich mache mir dann immer die Mühe mal zu gucken, was zu den Tests beschrieben wird. Die sind in aller Regel nicht für Menschen mit Behinderung geeignet. Und wir finden immer wieder diskriminierende Aussagen in den Gutachten. Und ein Beispiel dazu möchte ich Ihnen bringen. Es ist sehr aktuell, es hat uns alles sehr bewegt und ich denke, wenn wir einen Blickwechsel erreichen wollen, muss man einfach auch mal auf die emotionale Ebene gehen. Wir haben Kontakt zu diesen Eltern seit 2017. Die Mutter hat eine leichte Lernschwierigkeit, ist schwerhörig, wird durch Elternassistenz seit zwei Jahren sehr gut unterstützt, nimmt das gut an und hat sich seit dieser Zeit sehr positiv entwickelt. Der Vater ist psychisch gewalttätig zur Mutter, aggressiv gegenüber jedem Helfer-System, das für die Mutter bisher Erfolg gezeigt hat. Diskriminiert die Mutter vor dem Kind, unter anderem mit Sätzen, du brauchst auf die Mutti nicht zu hören, die ist dumm und du sollst ja mal nicht so dumm werden wie deine Mutti, lehnt jede Unterstützung für sich selbst ab und fühlt sich als Opfer. Die Eltern leben getrennt, seit 2021 liefen neue Sorgerechtsverfahren, die Begutachtung, Begutachtung lief von September 21 bis April 23 aufgrund der Verweigerungshaltung des Vaters. Trotzdem er als kritische Sicht des Sachverständigen auf den Vater schlägt er vor, dass die elterliche Sorge wieder voll auf den Vater übertragen wird. Und das begründet er damit, dass der Vater durch seine Persönlichkeit nur die emotionale Entwicklung des Kindes beeinträchtigt, die Mutter aufgrund ihrer Behinderung die geistige Entwicklung, dass sie das Kind perspektivisch nicht mehr an der Schule fördern kann. Im gesamten Gutachten wird die Mutter diskriminiert, abwertend wird über sie gesprochen, sie sei nicht einfühlsam, nicht schwingungsfähig, bis hin zur nicht überprüften Behauptung, sie würde das Kind schlagen. Positive Aussagen der Assistenzen zur Mutter, unsere Stellungnahme wird als Pamphlet abgetan, wird nicht zur Kenntnis genommen oder als beschönigend dargestellt. Und als der Anwalt der Mutter den Sachverständigen in der Gerichtsverhandlung mit Blick auf die offene Diskriminierung im Gutachten auf die UN- Behindert Konvention hinweist, bekommt er vom Sachverständigen die Antwort, das ist immer so ein Totschlag Argument, dadurch werden die anderen benachteiligt. Und dieses Bild fand ich im Status der Mutter nach der Verhandlung. Es steht hier, ich hatte mal ein Herz, dieses Herz habe ich zu vielen Menschen ausgeliehen. Diese Menschen haben das Herz rücksichtslos und hart behandelt und es mir am Ende kaputt und zerfetzt wiedergegeben. Letzte Woche habe ich das Herz begraben und auf dem Grabstein steht geschrieben, ich wollte doch nur einmal im Leben glücklich sein. War das der Preis dafür? Es geht aber auch anders, um Sie nicht mit diesem schlimmen Bild in die Pause zu entlassen. Ich fand in der Rezension zum Buch Tabu Normalität von Ursula Pixer-Kettner und Mitautorinnen. Darf ich kurz? Okay. Ist jetzt nicht so leicht zu sprechen. Ja, die Gutachten haben oft viele Fehler und sind oft sehr schlecht gemacht und auch sehr ungerecht und sehr behindertenfeindlich. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Es geht um eine Mutter. Sie hat eine leichte Lernschwierigkeit und sie ist schwerhörig. Und wir unterstützen sie schon lange und sie hat sich sehr gut entwickelt. Der Vater ist sehr gemein zu ihr. Also der Vater von dem Kind. Er sagt, du bist dumm. Und er sagt auch zu dem Kind, deine Mutter ist dumm. Die Eltern sind jetzt getrennt und sie streiten darum, wer bekommt das Recht, das Kind aufzuziehen. Also das Sorgerecht. Das geht schon lange. Und jetzt gibt es ein Gutachten. Ein Experte hat geschrieben, wer sollte das Kind bekommen. Und er hat aufgeschrieben, bei dem Vater kann das Kind vielleicht am Ende nicht gut mit seinen Gefühlen umgehen. Aber bei der Mutter kann es seinen Geist nicht gut entwickeln. Die Mutter kann das Kind nicht fördern. Deshalb sollte das Kind zum Vater. In dem ganzen Gutachten wird sehr schlecht über die Mutter gesprochen. und es wird sogar gesagt, sie hat das Kind geschlagen, obwohl es dafür gar keine Beweise gibt. Der Anwalt hat vor Gericht gesagt, das geht gegen den UN-Vertrag. Und dann hat der Experte gesagt, der das Gutachten geschrieben hat, damit kommen sie dann immer mit dem UN-Vertrag und dass es irgendwelche Nachteile gibt. Dieses Beispiel mit dem Bild von der Mutter zeigt, wie schwingungsfähig und wie emotional die Mutter sein kann. Ich möchte aber nicht mit diesem traurigen Bild in die Pause entlassen, sondern in dem Buch zum Buch Tabu und Normalität gibt es eine sehr schöne Rezension, die ich gefunden habe. Hier schreibt eine junge Frau, ich selbst mit meiner Schwester bin von einer leichtgeistig behinderten Mutter und einem normalen Vater erzogen wurde. Was sie mir gegeben hat, merke ich deutlich im Vergleich mit anderen Menschen. Sie ist einfach gelassener, weniger berechnend, extrem liebevoll gewesen. Im Alter hat sie etwas an Temperament eingebüßt, sie war sehr emotional, trotzdem oder gerade deswegen ist und bleibt sie etwas ganz Besonderes für mich. Als Kind sind mir die Unterschiede zu anderen Müttern schon aufgefallen. Ich war trotzdem sehr froh sie zu haben. Sie ist nicht zu toppen in Loyalität, in ihrer liebevollen Art. Leider können viele mit diesen Werten wenig anfangen. Werden sie aber oft damit konfrontiert, spüren sie den Unterschied. Danke Rosemarie. Und wenn alle heute mit diesen Gedanken im Hinterkopf nach Hause gehen, denke ich haben wir schon ein wichtiges Ziel erreicht. Ich bedanke mich. Ich möchte noch kurz ein schönes Beispiel nennen. Eine Frau schreibt, meine Mutter hatte Lernschwierigkeiten, mein Vater war normal. Meine Mutter war immer sehr ruhig und hat mir sehr viel Liebe mitgegeben. Sie war sehr besonders für mich. Ich habe gemerkt, sie ist anders als andere Mütter, aber ich war sehr froh, dass sie meine Mutter war. Sie war die Beste, sie hat immer zu mir gestanden und hat mir sehr viel Liebe mitgegeben. Das war für mich wichtig. Danke Rosemarie. Rosemarie ist meine Mutter. Sie haben gerade noch gesagt, wenn wir diese Gedanken mitnehmen, dann ist schon ganz viel gewonnen. Ich denke, dass wir alle ganz viele Gedanken aus diesem Vortrag im Hinterkopf mit nach Hause nehmen, auch aber nicht nur die letzten. Dafür einen ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Marion Michel. Elternschaft ist ein Menschenrecht. Das haben wir heute schon mehrfach gehört. Das ist auch die Botschaft von Kerstin Blochberger. Kerstin Blochberger ist Bundesgeschäftsführerin bei gleich zwei Vereinen, die aber auch zusammengehören, nämlich dem BBE e.V. Das steht für Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern und von Elternassistenz e.V. Kerstin Blochberger berät Menschen eben unter anderem zu Elternassistenz, aber auch zur persönlichen Budgetplanung. Sie setzt sich außerdem für die politische Selbstvertretung in Partizipationsprojekten ein, also Eltern und Familien als Expertinnen in eigener Sache. Und sie bietet auch Fortbildungen und Vorträge an zum Thema Elternschaft und Behinderung, so wie heute. Und sie bietet auch, und da sind wir auch wieder bei den Expertinnen in eigener Sache, sie bietet auch Peer Counseling für Eltern mit Behinderung an. Und in ihrem Vortrag inklusive Kinder und Jugendhilfe für Eltern mit Behinderungen wird sie uns jetzt von den Erfahrungen des BBE e.V. mit einfacher Elternassistenz berichten. Und ich gebe das Wort an Sie, Frau Blochberger, mit der Frage, die ich von Ihnen geklaut habe, was brauchen Eltern mit Behinderungen und ihre Kinder? Dankeschön. Ja, ich danke meinen Vorrednerinnen, begrüße sie nicht nochmal extra, das wird ja alles verdoppelt, insofern kommen wir auf den Inhalt. Ich danke insofern, als dass ich die erste Folie jetzt gleich überspringen werde und nicht nochmal etwas zur UN-Behindertenrechtskonvention sage, weil das haben meine zwei Vorrednerinnen tatsächlich schon gesagt, auf welcher Grundlage Eltern mit Behinderung auch in Deutschland unterstützt werden, aber ich wollte gerne nochmal einen Ausflug machen, über wie viele Kinder reden wir eigentlich in Deutschland, weil wir hatten tatsächlich ganz lange überhaupt keine Zahlen und wir haben auch immer noch keine statistischen Zahlen für die Eltern interessanterweise, also wie viele Eltern mit Behinderung es gibt, wir haben aber Zahlen, wie viele Kinder mit Eltern mit Behinderung zusammenleben. Diese Zahl gibt es inzwischen, das Statistische Bundesamt, was also unser Leben in Zahlen umformuliert, letztes Jahr uns tatsächlich aufgrund unserer Nachfrage uns tatsächlich eine Sonderauswertung, also sie haben gezielt nach diesen Zahlen gesucht, mal gegeben und das heißt, dass in Deutschland ungefähr 17,5 Millionen Kinder und Jugendliche nicht mit Eltern mit Behinderung zusammenleben, aber ungefähr 580.000 Kinder und Jugendliche haben einen Elternteil mit einem Grad der Behinderung von unter 50 und noch mal knapp 890.000 Kinder und Jugendliche haben einen Elternteil mit einem Grad der Behinderung, das ist ja das Maß, wo man Behinderung sozusagen misst, um bestimmte Leistungen zu bekommen höher als 50. Das nur noch mal so als Hintergrund, um wie viele Kinder und Jugendliche reden wir, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Gesamtanteil der Bevölkerung in Sachsen leben, könnte ich das jetzt ausrechnen, wie viel es in Sachsen ist, habe ich nicht getan. Was brauchen Eltern mit Behinderung tatsächlich im Alltag? Und das habe ich immer überschrieben mit flexible Hilfen, also bedarfsentsprechend. Wenn das Kind ganz klein ist, kurz nach der Geburt, leben die meisten Kinder den ganzen Tag mit den Eltern zusammen zu Hause, da kann das schon mal 24 Stunden sein, geht ein Kind in die Kita, wird es schon schwierig, weil dann ist der Bedarf für eine Unterstützung oder für eine Hilfe morgens vielleicht ein bis zwei Stunden und dann am Nachmittag, wenn die Kita vorbei ist, noch mal drei bis vier, fünf Stunden, bis vielleicht der andere Elternteil kommt oder das Kind ins Bett geht abends und dann eben keine Elternassistenz mehr benötigt wird. Wichtig ist, dass die tariflich entlohnt wird, das hatten wir heute auch schon mal gehört, dass es eines der wichtigen Grundlagen ist, überhaupt Assistenz noch finden zu können, also dass sie gerecht bezahlt werden, dass nicht gesagt wird, naja, ihr habt ja keine Ausbildung als Assistentinnen für die sogenannte einfache nicht qualifizierte Assistenz, dann braucht es ja auch keinen Tariflohn, dann könnt ihr ja Mindestlohn zahlen. Da findet man heutzutage keine Assistenzkräfte mehr. Das ist einfach so. Und es ist eben tatsächlich ganz wichtig, damit man die Familienangehörigen, also die nichtbehinderten Partnerinnen und Partner und auch die Kinder von Alltags Dingen, die der behinderte Elternteil sonst machen würde, in der Familie ohne Behinderung, dass die Partnerinnen und Partner und die Kinder das nicht alles mit übernehmen müssen. Der Fachbegriff heißt dann oft Parentifizierung, also wenn Kinder Dinge tun, die eigentlich ihre Eltern für sie tun müssten. Nach individuellen Bedarf und Stundenweise hatte ich gerade schon gesagt, dass es je nach Alter des Kindes sehr unterschiedlich ist, wann Elternassistenz erforderlich ist. Das haben wir heute auch schon ganz oft gehört, die Eltern sollen ernst genommen werden in ihren eigenen Fähigkeiten, also das, was sie selbst können, soll wahrgenommen werden, ernst genommen werden und soll ihnen nicht noch abgenommen werden. Und man muss den Eltern eben auch Entscheidungen zutrauen, wenn sie sagen, in bestimmten Lebensbereichen kann ich ganz gut für mein Kind sorgen, da brauche ich keine Hilfe, in anderen Lebensbereichen ist es aber wichtig, dass ich Unterstützung habe, dann soll das eben auch so akzeptiert werden, weil die Eltern sind die Experten für ihre eigene Familie und wissen am besten, wann und wo sie Unterstützung brauchen. Das hatte ich jetzt auch schon mal in leichterer Sprache gesagt. Ganz wichtig ist es, wenn Eltern das erste Kind bekommen, ist es ganz schwer einzuschätzen, wann brauche ich Hilfe, weil das hängt ja nicht nur von meinen eigenen Fähigkeiten als Mutter ab oder als Vater, es kommt ja auch darauf an, welches Temperament hat das Kind. ist es ein Kind, was mit einem halben Jahr immer noch auf der Matte liegt und zufrieden ist, wenn die Mutter oder der Vater eine Viertelstunde beim Wickeln brauchen oder ist es ein Kind, was mit einem Vierteljahr schon sich drehen gelernt hat und davon robbt und die Bremsspur übers ganze Bett zieht, dann ist Wickeln alleine mit einem Arm vielleicht nicht mehr so möglich oder nur noch unter sehr viel Anstrengung und das Kind macht es eben je nach eigenen Eigenschaften um das Wort Temperament zu beschreiben auch unterschiedlich mit. Es gibt geduldige Kinder und es gibt Kinder die da weniger Geduld haben obwohl sich Kinder tatsächlich sehr gut an die Bedingungen der Eltern anpassen und das weiß jede Familie dass Kinder unterschiedlich auf Mutter oder Vater reagieren auf unterschiedlich ihr Verhalten auch Großeltern anpassen Kinder sind da selbst sehr anpassungsfähig aber Eltern müssen eben sagen können das ist ein Part da brauche ich jetzt Unterstützung und gerade im ersten Lebensjahr verändert sich ja sehr viel und das ist das Problem das gut einschätzen zu können man kann einer schwangeren Frau die das erste Mal ein Kind erwartet schlecht minütlich genau also im Tagesablauf schon abverlangen wann sie im ersten Lebensjahr welche Hilfe braucht das kann niemand einschätzen wichtig ist dass die sogenannten Zuständigkeiten also wer zahlt für die Hilfe sehr schnell geklärt wird ich sage immer wir sind keine Elefanten wir sind Menschen wir tragen in der Regel unser Kind neun Monate wovon wir in den ersten paar Wochen noch nichts wissen also die Zeit ist begrenzt wo man Eltern Assistenz bewilligt bekommen kann damit es dann zur Geburt da ist und das ist eine unserer Erfahrungen dass Assistenzanbieter also diejenigen die die Assistenz organisieren und zu den Eltern schicken oft in den ersten Wochen nach der Geburt die Assistenz vorleisten müssen vielleicht eine mündliche Zusage haben ja das Amt bezahlt aber es eben nicht schriftlich haben und das macht es für beide Seiten sehr schwer rechtzeitig Assistenzkräfte zu finden weil wie will man Arbeitskräfte anwerben wenn man noch nichts schriftlich hat wie viele Stunden sind bewilligt wie lange dauert die Bewilligung heutzutage ist es eh schwer Mitarbeiterinnen zu finden das kennen wir aus den täglichen Nachrichten wenn 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 dann aber noch einer potenziellen Bewerberin gesagt werden muss es tut mir leid wir wissen noch nicht ob wir sie sechs Monate anstellen können oder vielleicht auch schon zwei Jahre das macht es natürlich fast unmöglich noch Assistenzkräfte zu finden und dabei ist wichtig dass für die Eltern das Wunsch und Wahlrecht tatsächlich nicht ausgehebelt wird sondern weiter bestehen bleibt auch bei Elternassistenz also sowohl in der Art nutze ich einen Anbieter einen Dienstleister und hole mir die Assistenz dort beantrage ich die Auszahlung der Elternassistenz Leistung als ein persönliches Budget das heißt ich brauche ein extra Konto dort wird das Geld überwiesen und damit kann ich dann die Assistenzkräfte bezahlen oder auch einen Dienstleister bezahlen oder auch beides ich empfehle Eltern tatsächlich in der Beratung immer wenn es für sie selbst machbar ist organisatorisch wenn es nicht so viel Aufwand ist tatsächlich ein persönliches Budget also die Auszahlung als persönliches Budget zu beantragen damit sie dann eben flexibel sein können wenn der Anbieter der Elternassistenz zum Beispiel tatsächlich keine Assistenzkräfte hat das kommt immer wieder vor dass man eben keine Vertretung im Urlaub oder im Krankheitsfall organisieren kann in so einem Fall tatsächlich einfach mal eine Nachbarin fragen kann und sagen kann kannst du mal 14 Tage diesen Job für mich erledigen mir helfen ich kann sonst mein Kind nicht zur Kita bringen und das dann eben aus dem persönlichen Budget zu bezahlen für eine kurze Zeit bis der Assistenzanbieter wieder die Krankheit vertreten kann oder die Assistenzkraft wiederkommt konsequente Umsetzung des Grundprinzips personenzentrierte Hilfen ist alles andere als Leichtsprache bedeutet im Endeffekt tatsächlich es muss geguckt werden was diese einzelne Person diese Mutter dieser Vater im Umgang mit dem Kind also bei der Betreuung und Versorgung des Kindes tatsächlich benötigen es geht nicht um pauschale Leistungen also sprich der Leistungsträger sagt wir haben einer blinden Mutter vor fünf Jahren mal fünf Stunden in der Woche bewilligt das machen wir jetzt auch wieder das wäre keine bedarfsgerechte Bewilligung sondern es muss geguckt werden was braucht diese behinderte Elternteil tatsächlich im Alltag wir haben ja heute auch schon gehört wir gucken auf die Kinder deshalb habe ich das auch mit in meinen Vortrag gemacht wenn es um einfache Assistenz geht heißt das ja das sind keine pädagogischen Unterstützungskräfte es sind Menschen die in meinem Auftrag das tun was ich aufgrund meiner Behinderung nicht kann das ist der Unterschied zur begleiteten Elternschaft und deswegen wird halt auch immer geguckt die Forschung Teile der Forschung haben mal behauptet es geht den Kindern schlecht sie hätten nur Nachteile ich habe mal in einem Fachbuch für Verfahrenspfleger nicht zu verwechseln mit dem Verfahrenslotsen die ab nächstes Jahr in der Jugendhilfe unterstützen sollen sondern Verfahrenspfleger sind Beauftragte vom Jugendamt die das Interesse des Kindes im Blick haben in deren Fachbuch habe ich mal gelesen bei chronisch kranken Eltern sollte man grundsätzlich überlegen ob die Kinder zu Hause leben können weil es dort nur um Sterben und Tod geht wörtlich in einem Fachbuch für Verfahrenspfleger da braucht man sich über die Qualität der Gutachten nicht zu wundern wenn so was dann rauskommt wenn Menschen sozusagen nachgucken wollen wie kann ich bei diesem Thema reagieren und solche fachlichen Hinweise bekommen grundsätzlich gilt je mehr Unterstützung und umso besser die Unterstützung die Assistenz auf den Bedarf der Eltern abgestimmt ist umso weniger Bedarf haben die Kinder für sich an Unterstützung das haben wir vorhin auch schon gehört die altersgerechte Erklärung der Diagnose oder der Situation der Eltern ist unheimlich wichtig das ist wie in Situation wenn Kinder Entscheidungsphasen sich selbst die Schuld geben dass ihre Eltern sich trennen so ähnlich ist es eben auch wenn Eltern krank werden dass Kinder bis zum gewissen Alter immer überlegen bin ich schuld daran dass es meiner Mutter oder meinem Vater nicht ist diese Erklärung wichtig immer mit dem Hinweis das ist nicht deine Verantwortung beziehungsweise deine Schuld du hast damit nichts zu tun deine Eltern kümmern sich dass es ihnen gut geht manchmal braucht die Schule oder die Kita eine Information was sind es eigentlich für Menschen die da mitkommen plötzlich und das Kind mitbringen das ist wichtig und in manchen Situation ist es wichtig dass Kinder unabhängig von ihren Eltern Entlastung bekommen dass sie sich austauschen können gerade wenn es um Erkrankungen der Eltern geht die tatsächlich zum Tod führen können gibt es gute Angebote für Kinder und Jugendliche wo sie sich austauschen können und aufgefangen werden können weil Kinder dann eben oft das Problem haben mit ihren eigenen Sorgen nicht noch zu den eh gerade belasteten Eltern zu gehen gibt es gute Angebote gerade in größeren Städten die wirklich gut genutzt werden können und auch sollten absolut keine leichte Sprache hat man heute auch schon öfter gehört wo ist es fest geschrieben und deswegen bringe ich es hier nochmal es gibt hier keine Einschränkung zur Behinderungsart im Absatz 3 des Paragraf 78 SGB 9 nicht zu verwechseln mit SGB 8 also wo es um die Assistenzleistung geht hier steht nur die Leistung für Assistenz nach Absatz 1 umfassen auch Leistung an Mütter und Vätern mit Behinderung bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder hier steht nicht Eltern mit psychischen Behinderung sind ausgeschlossen steht da nicht hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen und trotzdem ist es unser Alltag in der Beratung sichtbar behinderte Eltern kriegen mittlerweile ganz gut Unterstützung Eltern mit Lernschwierigkeiten je nach Region mal mehr mal weniger gute Unterstützung aber Eltern mit psychischen Behinderung sind oft von den Leistungen der Eltern Assistenz angeblich ausgeschlossen wir sehen aber hier sie sind es nicht und das ist mein Appell an gerade Leistungsträger also diejenigen die die Hilfen bemessen müssen gucken müssen wie viel und ob ein Elternteil Hilfe in Form von Eltern Assistenz oder begleitete Elternschaft bekommt da genauer hinzusehen ich glaube meine Zeit ist schon fast um weil ich will noch eine Mutter zu Wort kommen lassen ich habe hier nochmal die Unterschiede weil danach kommt ja der Vortrag zur begleiteten Elternschaft die einfache Assistenz oder nicht qualifizierte Assistenz hat keinen pädagogischen Auftrag deswegen sind das auch keine qualifizierten Kräfte sind in dem Sinn auch keine Fachkräfte es sind Assistenzkräfte ohne Ausbildung bei Eltern mit Lernschwierigkeiten sprechen wir häufig davon dass es eben begleitete Elternschaft also qualifizierte Assistenz benötigt bei Eltern mit psychischen Behinderung gab es immer sozialpädagogische Familienhilfe die macht aber nur den Anteil des pädagogischen Bedarfs spricht mit den Eltern über Tagesablauf was sie besser machen können in der Kommunikation mit dem Kind aber wenn eine psychisch erkrankte Mutter im Alltag zu sehr in Stress gerät weil eben der Haushalt zu machen ist und sie aufgrund ihrer psychischen Behinderung immer wieder in so einen Kreislauf gerät dann ist manchmal tatsächlich zusätzlich zur sozialpädagogischen Familienhilfe Elternassistenz sehr sinnvoll weil sie im Alltag so entlasten kann dass die Kinder eben nicht einkaufen gehen müssen oder sich das Essen selbst machen müssen wenn eine Mutter mit Depressionen morgens nicht aus dem Bett kommt heißt das nicht dass sie nicht emotional gefühlsmäßig die Interessen ihrer Kinder sehr gut verstehen und verfolgen kann sie kann vielleicht sehr gut wissen mein Kind sollte in die Kita gehen und nicht mit mir zu Hause bleiben es ist aber niemand da der das Kind hinbringt und da finde ich braucht es keine Pädagogen weil Eltern die ihre Kinder zur Kita bringen sind auch nicht Pädagogen also da muss man genauer hingucken was ist im Sinne Kind und Eltern wirklich die richtige Hilfe so das hatten wir heute schon ganz oft erwähnt welche Unterstützungsform es gibt ergänzende unabhängige Teilhabe Beratungsstellen in Sachsen gibt es extra das Zentrum was sehr gute Unterstützung macht und es gibt viele Homepages wo zu verschiedensten Behinderungsarten verschiedene Hilfen zu sehen sind ich denke mal die Folien werden ja im Anschluss an die Teilnehmerin sicherlich verteilt also meine kann ich auf alle Fälle freigeben einen Punkt würde ich gerne noch anbringen aus der Erfahrung für Assistenz in Richtung Verantwortliche die Leistungsvereinbarungen abschließen wir unter einer sehr rigiden Leistungsvereinbarung vereinbart wird die bedeuten würde dass die Assistenzkräfte regelmäßig Berichte über die Zusammenarbeit mit den Eltern schreiben also ich habe bei mir jemanden im Haushalt der mir hilft mein Kind zu wickeln dem ich sage was zu tun ist und dann soll diese Person über mich Berichte schreiben warum A muss die nicht mal lesen und schreiben können weil sie ist nicht qualifiziert auch der Anbieter kann nicht Berichte über mich schreiben weil das kommt ja gar nicht zu mir in meinen Haushalt also es ist Unsinn ich würde da tatsächlich die politisch Verantwortlichen auch in Sachsen daran erinnern dass es einfache Assistenz ist die Eltern im Alltag unterstützt und wir Eltern sagen was wir brauchen da brauchen wir auch keine zweite Hilfe Planung mit dem Anbieter was soll also was soll ich als Anbieter ich habe ja mal beide Perspektiven im Kopf was soll ich als Anbieter mit Eltern in einen Hilfeplan schreiben was nicht schon in der Zielvereinbarung bei der Bedarfsermittlung festgelegt wurde das Kind soll regelmäßig gewickelt werden soll ich dann mit dem Anbieter noch verhandeln ob ich links oder rechts rum wickele also es ist Unsinn wir könnten viel Zeit viel Personal viel mehr Hilfe bei den Eltern ankommen lassen und deren Kinder statt im Verwaltungsbereich das ist so mein Appell aus der Erfahrung jetzt gerade auch auf der politischen Ebene in Niedersachsen da rechtzeitig aufzupassen wenn so Musterleistungsvereinbarungen auf Landesebene abgeschlossen werden dass man genauer hinguckt was da drin steht nicht dass der Mitarbeitermangel noch mehr versteht. weil wir so einen hohen unnötigen Aufwand vereinbaren genau das war mein Beitrag ja herzlichen Dank Frau Blochberger für die wirklich spannenden Einblicke in ihre Arbeit und auch für das wie ich finde sehr eindrückliche die eindrückliche Fallgeschichte am Ende ihres Vortrags jetzt haben sie wahrscheinlich gerade schon gedacht hier fehlt doch irgendwie was wir haben jetzt ein bisschen das Dolmetschen in die leichte Sprache reduziert und unsere Rednerinnen und Redner darum gebeten sich etwas leichter auszudrücken weil wir schon ein solides halbes Stündchen hinterher hängen aber wenn es zu kompliziert wird dann werden unsere beiden Dolmetscherinnen auf jeden Fall eingreifen eingreifen und nochmal eine Dolmetschung Dolmetschung in leichte Sprache vornehmen so unser nächster Gast Christiane Sprung berät ebenfalls Menschen zum Thema Elternschaft von Menschen mit Behinderungen und sie macht das in Dortmund bei der Fachstelle EUTB also ergänzende unabhängige Teilhabeberatung das haben wir ja auch gerade schon im Vortrag von Frau Blochberger gehört und dass sie zu diesem Thema also bedarfsgerechte und qualitätsgesicherte Unterstützung von Eltern zum Beispiel mit Lernschwierigkeiten dass sie also dazu so viel Expertise zur Verfügung stellen kann das liegt nicht zuletzt daran dass sie in einem dreijährigen Modellprojekt zusammen mit ihren Kolleginnen vom Verein mobile selbstbestimmtes Leben behinderter e.V. Leitlinien entwickelt hat und zwar Leitlinien zu Qualitätsmerkmalen begleiteter Elternschaft in Nordrhein-Westfalen und diese Leitlinien werden heute Nachmittag auch in Workshop 2 vorgestellt und von den Erkenntnissen und Impulsen aus diesem Modellprojekt begleitete Elternschaft in NRW wird uns Christiane Sprung in ihrem Vortrag berichten wir sind ganz gespannt herzlich willkommen Christiane Sprung Ja hallo und vielen Dank für die Einladung ich freue mich sehr dass unser Modellprojekt aus Nordrhein-Westfalen auch in Sachsen Aufmerksamkeit findet und ich hier unsere Ergebnisse vorstellen darf wie gesagt ich arbeite aktuell seit Ende 2020 in der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung und habe davor von 2006 bis 2020 eben begleitete Elternschaft gemacht habe elf Jahre lang selber Familien unterstützt und die letzten drei Jahre wie gesagt dieses Modellprojekt mit meiner Kollegin Ulla Riesberg von mobile e.V. zusammen durchgeführt und wir haben das zusammen gemacht mit dem mit der Universität Siegen die haben die begleitende Forschungsarbeit gemacht und Frau Riesberg und ich waren zuständig für den Praxisblick und den Praxisteil und das Projekt wurde gefördert von der Stiftung Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen Ich möchte Ihnen in meinem Vortrag kurz berichten warum wir das Projekt überhaupt gemacht haben wie die Situation in Nordrhein-Westfalen war und natürlich auch noch zu großem Teil ist werde die Projektaktivitäten vorstellen also vorstellen was wir tatsächlich gemacht haben in den drei Jahren und dann komme ich zu dem Punkt was wir eigentlich für Erkenntnisse in diesem Projekt gewonnen haben In den vorherigen Vorträgen ist ja schon mehrfach gesagt worden dass es ganz viele Schwierigkeiten gibt bei Antragstellung bei den Behörden bei der Zusammenarbeit von verschiedenen Menschen die in ihren Bereichen zuständig sind darüber könnte ich auch einen langen Vortrag halten aber ich habe mich jetzt dafür entschieden dass ich hier über die praktische Unterstützungsarbeit spreche also ich rede hauptsächlich darum wie die Familien in ihrem Leben unterstützt werden können was man da beachten muss was wir daraus gefunden haben genau und als letzten Punkt dann noch die Impulse für die Praxis da habe ich so aufgeschrieben begleitete Elternschaft kann gelingen wenn also wenn die Fachkräfte das und das machen die und die Haltung haben dann kann das gelingen das will ich am Ende erzählen genau unser Projekt hieß Entwicklung von Leitlinien zu Qualitätsmerkmalen begleiteter Elternschaft in NRW das ist ein ganz schwieriger sperriger Begriff und das haben wir uns gemeinsam mit der Stiftung Wohlfahrtspflege überlegt da ging es einfach darum dass man einen Namen haben musste für die Geldgeber so ne und aber wichtig ist es geht um Leitlinien leiten leiten ist immer wo soll es hingehen woran kann ich mich halten was soll ich tun das war das eine was wichtig in dem Namen ist und das zweite was wichtig in dem Namen ist dass es um Qualität geht also dass man eine Sache gut macht und dass wir versucht haben zu beschreiben was ist eigentlich begleitete Elternschaft denn das hat vorher eigentlich noch keiner so genau gemacht ja die Ausgangslage war bei uns 2018 in NRW dass wir in den ganzen Jahren die wir schon vorher gearbeitet haben und uns auch mit vielen anderen Fachleuten aus ganz Deutschland immer wieder ausgetauscht haben war dass es einfach viel zu wenig Unterstützungsangebote in ganz Deutschland gibt und eben auch in Nordrhein-Westfalen gibt es immer noch zu wenige oder dass auch die Unterstützungsangebote die es gibt dass die nicht genau passend für die Eltern sind dass sie einfach nicht so richtig geeignet sind und das führt dazu dass Eltern teilweise ganz weit weg ziehen müssen von ihrem Heimatort um die passende Unterstützung zu bekommen und es kommt auch vor dass Familien getrennt werden müssen also Kinder vielleicht in eine Pflegefamilie ziehen müssen oder in ein Kinderheim und die Eltern ihre Kinder nur noch besuchen können weil einfach keine geeignete Hilfe zu finden ist das ist ein riesengroßes Problem dass es keine Qualitätsstandards gab habe ich schon oder gibt gab habe ich schon gesagt ich sage immer so ein bisschen flapsig nicht überall wo begleitete Elternschaft draufsteht ist auch begleitete Elternschaft drin so also dass viele Anbieter überlegen sich wie kann ich das gut machen die suchen Bücher und die rufen bei anderen an und versuchen Ideen zu sammeln und jeder versucht wieder neu das gut zu machen und jeder macht es so gut wie er oder sie meint aber es ist bisher eben nie so richtig aufgeschrieben worden was muss man beachten und das wollten wir eben ändern und Hilfestellungen geben dass die dass die Einrichtungen und Anbieter eigene Konzepte entwickeln können und dann auf Material also auf Texte und Hinweise von uns zurückgreifen können was weiterhin ja ein Problem ist das hatte ich ja gerade kurz erwähnt ist die Zusammenarbeit von Jugendämtern und den Ämtern die für die Bezahlung der Eingliederungshilfe zuständig sind und die Zusammenarbeit von Behörden und Anbietern oder die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Fachkräften also da gibt es große Schwierigkeiten und das war eben auch 2018 so als wir das Modellprojekt angefangen haben und wir wollten eben auch dort die Menschen miteinander ins Gespräch bringen und Leitlinien dafür entwickeln und Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen wie eben diese verschiedenen Menschen die jeweils in ihrem Bereich zuständig sind gut miteinander zusammenarbeiten können und müssen ja und der letzte Punkt ist dass es im Prinzip keine Kriterien also keine festen Beschreibungen gibt in welcher Form eine Unterstützung geleistet werden muss also man kann ja Unterstützung in der eigenen Wohnung in Anspruch nehmen man kann ja aber auch in eine Mutter-Kind-Einrichtung zum Beispiel ziehen und unser Eindruck war und dieser Eindruck hat sich auch im Projekt durch die Forschung bestätigt dass es ein bisschen Zufall ist also die Mütter und Väter die Unterstützungsbedarf haben unterscheiden sich eigentlich gar nicht großartig also die die in einer eigenen Wohnung sind und die in einer in einer Einrichtung leben und manchmal ist es vielleicht einfach so dass eine Mutter in eine Einrichtung zieht weil die Unterstützungspersonen Angst haben wenn sie in einer eigenen Wohnung lebt also es gibt keine festen Hinweise und da also das ist einfach auch ein Problem so jetzt zu dem was wir im Projekt gemacht haben wir haben zuerst versucht rauszufinden was gibt es alles schon also wir haben ganz viele Einrichtungen befragt und angeschrieben wir haben Konzepte von Einrichtungen gelesen und ausgewertet wir haben geguckt was es schon alles an Büchern gibt die schon geschrieben wurden und an Forschung die schon gemacht wurde dann haben wir Interviews mit Eltern geführt und wir haben Workshops mit Eltern gemacht denn wichtig war uns für dieses Modellprojekt dass wir nicht wieder nur mit Fachleuten reden sondern uns war das ganze Projekt von Anfang bis Ende wichtig dass immer Eltern beteiligt waren und immer wir die Sichtweise von den Eltern wie die ihre Unterstützung erleben und wie die Eltern sagen was sie gut finden an Unterstützung und wie gute Unterstützung aussehen soll und das haben wir in Interviews versucht rauszukriegen und wie gesagt in diesen Workshops zusätzlich haben wir dann auch noch Fachleute interviewt und Gruppendiskussionen gemacht mit Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen das waren dann, da haben wir Gruppen zusammengestellt von Menschen die in Behörden arbeiten beim Jugendamt, beim Landschaftsverband Behindertenbeauftragte die ja heute auch da ist oder die da sind, haben wir eingeladen dann Fachkräfte die Unterstützung leisten also wirklich ein buntes Fachkräfte Gruppe und die haben dann auch miteinander zu bestimmten Fragestellen diskutiert Im Verlauf des Projekts haben wir dann eben diese ganzen Sachen ausgewertet und die Leitlinien entwickelt das Rahmenkonzept angefangen zu entwickeln und ja ganz viel Material zu entwickeln und im Verlauf des Projektes haben wir dann an zwei Orten angefangen das was wir rausgefunden haben und entwickelt haben auszuprobieren das haben wir in einer kleinen Stadt gemacht und in einem Landkreis und haben dort erste Anfänge der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten von Eltern mit Lernschwierigkeiten haben wir begleitet Zum Schluss haben wir, das war eigentlich nicht vorgesehen, aber wir hatten noch Zeit im Projekt und dann haben wir noch Menschen gesucht, erwachsene Menschen die mit Eltern mit Lernschwierigkeiten aufgewachsen sind und Unterstützung in Anspruch genommen haben also die jetzt schon erwachsen sind und aber eine Mutter oder einen Vater mit sogenannter geistiger Behinderung haben und Unterstützung bekommen haben und da haben wir mit drei Frauen Interviews geführt und das war auch wirklich sehr interessant einmal diese Sichtweise der Kinder auf die Unterstützung zu sehen also wir haben nicht mit Kindern gesprochen, sondern eben mit den Erwachsenen die sich dann erinnert haben, wie das für sie war aber das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Hinweis was man so daraus erfahren kann Ja und ganz wichtig, wir haben auch noch eine Online-Umfrage gemacht in Nordrhein-Westfalen, weil wir rausfinden wollten wo gibt es eigentlich Unterstützung und haben da sozusagen eine Liste erstellt mit Unterstützungsangeboten Ja, zu den Projektergebnissen Wie gesagt, das Kernstück ist das Rahmenkonzept begleitete Elternschaft mit diesen besagten Leitlinien davon haben wir zwölf Stück entwickelt wir haben Informationsmaterial und Arbeitsmaterial für Eltern entwickelt was diese eventuell gemeinsam mit Unterstützungspersonen bearbeiten können Ja und wir haben ganz viel Material zum Nachlesen für Fachkräfte zusammengestellt und geschrieben Die Kolleginnen von der Begleitforschung haben auch ihre ganzen Interviewergebnisse zusammengeschrieben und es wurden Fachartikel in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht und am Ende haben wir auch noch einen Sammelband veröffentlicht und alle Ergebnisse sind zusammengefasst auf dem Informationsportal begleitete Elternschaft das zeige ich Ihnen gleich am Ende meines Vortrags auch noch So, nun aber zu den Erkenntnissen, die ich hier heute vortragen soll Ich möchte Ihnen die Erkenntnisse einmal aus der Sicht von den Eltern und den Kindern vortragen und einmal aus der Sicht von den Fachkräften Ich fange mal mit den Eltern und Kindern an Wie gesagt, bei den Eltern, mit den Eltern haben wir Interviews geführt und Workshops durchgeführt und alle Ergebnisse haben wir hinterher ausgewertet und haben sogenannte Spannungsfelder herausgearbeitet Damit ist gemeint, dass wir sozusagen versucht haben, diese sechs Bereiche, die Sie da auf der Folie sehen, versucht haben zu beschreiben, also dass die Eltern sind oft sehr, also ein Spannungsfeld Wie kann man ein Spannungsfeld beschreiben? Also es ist keine einfache Situation, man muss viel darüber diskutieren Vielleicht können Sie mir helfen Vielleicht etwas kann gut sein, aber auch schlecht sein Also man muss schauen, oft haben Dinge zwei Seiten Genau, oft haben Dinge zwei Seiten und Eltern sind in der Bewertung ihrer Unterstützung oft sehr hin- und hergerissen gewesen Also das eine Spannungsfeld ist das zwischen Hilfe und Kontrolle Viele Eltern oder eigentlich die meisten Eltern haben angegeben, dass sie ihre Unterstützung gut finden und dass sie die auch brauchen und dass sie diese Hilfe auch gerne in Anspruch nehmen Aber auf der anderen Seite haben sie auch beschrieben, dass sie sich durch die Unterstützung an vielen Stellen auch kontrolliert und überwacht fühlen Es sind dann auch Beispiele gebracht worden, natürlich in den Interviews Zum Beispiel hat ein Vater gesagt, dass er nach dem Einkauf immer die Kassenzettel vorlegen musste Oder ein anderer Vater hat erzählt, dass immer wieder in der Wohnung die Kindersicherungen überprüft wurden Also ja, Eltern sind da sehr hin- und hergerichs in der Bewertung Das zweite Spannungsfeld ist das zwischen Nähe und Distanz Nähe meint, wie gut man sich versteht, ob man miteinander befreundet ist oder ob man eher so ein Verhältnis hat wie zu einem Lehrer oder so Und Eltern wünschen sich oder haben beschrieben, dass sie sich eigentlich eine sehr enge Beziehung zu ihren Unterstützungspersonen wünschen Sie würden am liebsten die Unterstützungsperson auch als Freundin oder Freund haben Was natürlich nicht geht, weil die Unterstützungsperson arbeitet ja in der Unterstützung Gleichzeitig beschreiben sie aber auch, dass ihnen manchmal die Unterstützung zu viel ist Also auch da sind sie sehr hin- und hergerissen Und wir sagen dann wieder, wir brauchen mehr Rückzugsräume für mich, die sollen nicht so oft zu Besuch kommen Die sollen mir mehr zutrauen und mich mehr alleine machen lassen Das dritte Spannungsfeld ist das zwischen Ermutigung und Bevormundung In vielen Interviews sagen die Eltern, dass sie was die Unterstützung angeht mitbestimmen Und dass sie zu eigenen Entscheidungen ermutigt werden und dass die Unterstützungspersonen sie dabei unterstützen Selber einen Weg zu finden, selber Lösungen zu finden und ihren eigenen Weg zu gehen Aber es gibt auch Aussagen, dass die Eltern sagen, Fachkräfte stülpen mir ihre Meinung über Zum Beispiel wurden da Beispiele gebracht, dass die Fachkräfte gesagt haben Ihr sollt nicht immer so viel Plastikflaschen hier benutzen, ihr müsst doch mehr Wegflaschen benutzen Oder ich lass mein Kind nicht impfen, das ist das Beste, lass dein Kind nicht impfen Also es ist wirklich eine sehr breite Bandbreite und wo wir Fachleute auch miteinander diskutieren müssen Und jede Fachkraft wirklich immer wieder nachdenken muss, was ist hier eigentlich meine Aufgabe Und was darf ich sagen und was ist wichtig an Informationen Und was ist aber auch wirklich meine persönliche Meinung und man kann auch Dinge ganz anders machen Der vierte Punkt ist der zwischen Entlastung und Verselbstständigung In der begleiteten Elternschaft ist Entlastung wichtig Eltern mit Lernschwierigkeiten können sehr gute Eltern sein Aber oftmals ist es so, dass diese Fülle an Aufgaben, die man als Eltern machen muss Die so von morgens bis abends auf einen eintrudeln und auf die man dann reagieren muss Dass die manchmal zu viel sind und dann fallen Aufgaben hinten rüber Und da ist es einfach wichtig, dass Fachkräfte und Eltern das gemeinsam merken Wo Entlastung notwendig ist und wo vielleicht auch jemand anders eine Elternaufgabe übernehmen kann Wo es einfach nicht so schlimm ist, wenn es einfach nicht die Mutter oder der Vater macht Und wir haben schon häufiger heute gehört, alle Eltern brauchen Unterstützung Ich hatte eine Tagesmutter für mein Kind früher Mein Kind ist in Ferien zu den Omas und Opas gegangen Es gibt OGS und was weiß ich alles Und man hat vielleicht auch Nachbarn, wo ein Kind mal spielen geht Also wir alle nehmen Unterstützung in Anspruch Und Eltern mit Lernschwierigkeiten brauchen da vielleicht einfach ein bisschen mehr als andere vielleicht Oder eine andere Unterstützung und Entlastung Ja und der Gegenpol, also die andere Seite zu der Entlastung ist eben die Verselbstständigung Dass man wirklich unabhängig von Hilfe wird und alles alleine macht Und auch in diesem Bereich sind die Eltern eben sehr hin und her gerissen Und das ist auch wieder ein Bereich, wo wir als Fachkräfte gut drüber nachdenken müssen Weil zum Beispiel haben Eltern beschrieben, dass sie zum Beispiel in einer Mutter-Kind-Einrichtung Gab so eine Art Second-Hand-Laden auf dem Gelände Da konnten sie sich dann irgendwie Klamotten für die Kinder kaufen Oder es werden Transporte durch die Einrichtung organisiert Also dass eine Mutter-Kind-Einrichtung sehr viel Service und Dienstleistung anbietet Die man aber, wenn man in einer eigenen Wohnung hat, eigentlich nicht so in Anspruch nehmen kann Und wo man sich die selber suchen muss Und das kann es natürlich für Eltern auch schwierig machen, wenn sie in einer Einrichtung sind Und sie so ein Gesamtpaket haben und ganz viel Hilfe ist da Und dann kommt so dieser Sprung aus der Einrichtung raus Und auf einmal steht man da und muss sich um alles kümmern Und ja, und das gibt eben nicht mehr diesen Service Genau, ein ganz wichtiges Spannungsfeld ist natürlich das zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung Ich glaube, da muss ich gar nicht viel zu erklären Natürlich ist allen Eltern wichtig, dass sie so viel wie möglich selbst bestimmen können Und das sollen sie ja auch, das ist ja auch wichtig Und das ist ja auch der Sinn der Unterstützung Aber gleichzeitig beschreiben Eltern eben auch Fremdbestimmung Da müssen wir wieder als Fachkräfte sehr sensibel sein Und das letzte Spannungsfeld ist das zwischen Angst und Sicherheit Das ist auch schon mehrfach heute angeklungen Eltern mit Lernschwierigkeiten, die pädagogische Unterstützung in Anspruch nehmen Denen ist sehr wohl bewusst, dass sie unter Beobachtung stehen Und auch aus meiner eigenen Praxiserfahrung Nicht nur in den Interviews habe ich das erfahren Sondern auch aus meiner eigenen Praxiserfahrung Weiß ich, dass das immer dieses über den Köpfen ist und im Kopf Und ich manchmal verwundert war bei Eltern Wo wir jahrelang schon unterstützt haben und wo es überhaupt gar kein Thema ist Dass es vielleicht nicht gut läuft und die Kinder fremd untergebracht werden müssen Selbst die Eltern sind immer mit dieser Angst im Bauch rumgelaufen Und ich denke, das ist auch was ganz Wichtiges, was wir in unserer pädagogischen Arbeit uns bewusst machen müssen Genau, damit sage ich auch schon, worauf es mir ankommt Und wir haben eigentlich weniger in unserem Modellprojekt hinterher beschrieben So geht begleitete Elternschaft und so machen sie das richtig und das muss man so und so und so machen Sondern wir haben eigentlich ganz viel zum Nachdenken zur Verfügung gestellt Wir beschreiben ganz viel in unseren Sachen, was die Kinder denken, was die Eltern denken, was Fachkräfte erlebt haben Und das soll eigentlich Fachkräfte dazu bringen, ihre eigene Arbeit, über ihre eigene Arbeit nachzudenken Und dann selber den Weg zu finden, wie sie es gut machen können Mit dem, was wir zum Nachdenken zur Verfügung stellen So, jetzt zu der Perspekt, zu der Sichtweise der Kinder Wie gesagt, das sind erwachsene Frauen gewesen, die sich an ihre Kindheit erinnert haben Dort war für uns sehr eindrücklich und wäre vielleicht auch überraschend Dass die Frauen sehr viel darüber gesprochen haben, was ihre Eltern alles nicht konnten Das war für die in der Erinnerung sehr eindrücklich, dass die sich daran erinnert haben, was ihre Mütter oder Väter nicht gut konnten Die Frauen haben auch viel über die Schule gesprochen, dass ihnen da die Unterstützung durch die Eltern komplett fehlte Und dass da die Fachkräfte sehr wichtig für sie waren im schulischen Bereich Da wird eben dieser Punkt kompensatorische Unterstützung Kompensatorische Unterstützung meint, dass Fachkräfte in der begleiteten Elternschaft durchaus an bestimmten Punkten auch Elternaufgaben übernehmen können Und nach Abschluss des Projektes sage ich auch sollten Weil es ist einfach so, dass Eltern viel lernen können, aber manche Sachen vielleicht auch nicht Und vielleicht sollten wir auch irgendwann mal aufhören und sagen, das musst du aber lernen, das musst du aber lernen, das musst du aber lernen Sondern dann ist irgendwie klar, bestimmte Sachen macht eben jemand anders Und so haben eben diese Frauen auch beschrieben, dass die Fachkräfte, dass sie viel mit denen gesprochen haben Auch über Zukunftsperspektiven, wo will ich eigentlich hin, was ist mit meinem Schulabschluss, das ist mit Berufsausbildung und so weiter Und damit hatten diese Fachkräfte nicht nur im engen Rahmen schulische Unterstützung eine wichtige Bedeutung Sondern auch im emotionalen Bereich und im Bereich der Motivation Also eine junge Frau schilderte auch, also die Fachkraft war eigentlich die einzige, die auch mal gesagt hat Nee, komm jetzt, du musst aber auch mal dranbleiben und nicht schon hier wieder schlapp machen Also die Mutter konnte das nicht so richtig nachvollziehen, worauf es ankommt Und die Fachkraft hat dann sozusagen diesen Part so ein bisschen mit übernommen Und die Tochter da ermutigt und heute in der Rückschau sagte, das war total gut, ich habe jetzt eine Ausbildung abgeschlossen Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so durchgezogen hätte, wenn es diese Fachkraft nicht gegeben hätte Es gibt dann aber auch Bereiche, wo man sagen muss, da sind wir wieder in diesem Bereich, da müssen wir gut nachdenken Also dass Fachkräfte auch wirklich sehr viel Aufgaben übernommen haben bis hin zu Wie gestaltet die Familie den Tag, dass das organisiert wurde Oder auch richtig erzieherische Aufgaben setzen von Grenzen Das darfst du, das darfst du nicht So, das ist wieder was, wo ich denke, da muss man immer gut nachdenken Wo hört das jetzt auf und wo nimmt nachher eine Fachkraft auch den Eltern die Elternrolle Denn das sollte ja nicht passieren Genau, ein wichtiger Aspekt kommt den Fachkräften auch im Hinblick auf Parentifizierung zu Parentifizierung hat Frau Blochberger schon erklärt Das bedeutet, wenn Kinder Aufgaben übernehmen, die eigentlich Aufgaben ihrer Eltern sind Und eine gute Unterstützung kann das natürlich abmildern Und das haben diese Frauen auch beschrieben Also dass dann eben, dass die Fachkräfte Aufgaben übernommen haben, die sie vorher vielleicht zum Teil auch übernommen haben Die emotionale Zuwendung habe ich schon angesprochen Und das ist auch was, wo das für die Frauen in der Rückschau sehr widersprüchlich war Und wo die sehr hin und her gerissen waren, wie sie es jetzt finden, ob sie es gut finden oder nicht Auf der einen Seite waren die Fachkräfte wichtig und es war eine wichtige Bezugsperson Und auf der anderen Seite haben sie aber auch aufgepasst, dass keiner mitbekommt, dass die in die Familie gekommen sind Also sie wollten das auf jeden Fall geheim halten und haben auch gesagt, die sollen nicht mit zum Elternsprechtag kommen zum Beispiel Oder haben auch zum Teil versucht, das vor Freunden geheim zu halten Und haben dann zum Beispiel immer gesagt, nee, mittwochs um 16 Uhr kann ich nicht Weil das war immer die Zeit, wo dann die Fachkraft kam, um einen Termin auch mit der Tochter zu machen und Zeit zu verbringen Und also von daher sind die Kinder auch hin und her gerissen Auf der einen Seite schätzen sie Unterstützung und auf der anderen Seite ist es aber eben auch was Wo man wieder als besonders gesehen wird und wo es ein sogenanntes Stigma sein kann Also wo man diskriminiert werden kann oder wo es einem unangenehm ist, wenn das jemand mitbekommt So, dann zu den Herausforderungen aus Sicht der Fachkräfte Hier möchte ich doch einmal kurz auf die sogenannten strukturellen Probleme zu sprechen kommen Also die jetzt sich nicht nur an die Unterstützung richten Einfach der Vollständigkeit habe nochmal bewusst zu machen, dass es in der begleiteten Elternschaft eben Die Situation ist, dass einfach zwei Hilfesysteme miteinander zusammenarbeiten müssen Das ist auf der einen Seite die Jugendhilfe, die Hilfestellungen in die Familie geben kann oder gibt Und auf der anderen Seite die Eingliederungshilfe Und das sind zwei Hilfesysteme, die komplett unterschiedlich funktionieren Die haben unterschiedliche Antragsverfahren, unterschiedliche Bedarfserhebungsverfahren, Hilfeplanverfahren Es gibt andere Ziel- und Maßnahmenverfahren und auch die Abrechnung für die Träger ist mit den jeweiligen Behörden unterschiedlich Und das hat eben zur Folge, dass es für die Eltern ist es total undurchsichtig Wer da jetzt eigentlich was für was zuständig ist Und das andere ist, dass es dann eben auch bei den Kostenträgern häufig Unklarheiten gibt Bis hin zu Streitigkeiten über die Zuständigkeiten für die Kostenübernahme Und auch die fachlichen Anforderungen in der Jugendhilfe und in der Eingliederungshilfe sind ja unterschiedlich an die Fachkräfte Und die Zielrichtung der Jugendhilfe, wenn man einmal nachliest, was Ziele der Jugendhilfe sind und was Ziele der Eingliederungshilfe sind Also da bedarf es einfach noch der Weiterentwicklung und der Zusammenarbeit Und ich denke, das ist in jedem Bundesland auch unterschiedlich Genau, aber nur nochmal so der Vollständigkeit halb, weil das natürlich ein Thema ist, was die Fachkräfte auch ansprechen Genau, und zu den Anforderungen Ist es so, dass bei den Fachkräften im Prinzip als zentrales Spannungsfeld Wieder dieses Feld, wo man Dinge so oder so sehen kann, ist das zwischen Elternrecht und Kindeswohl Da hat Frau, also die Kinder- und Jugendbeauftragte vorhin drüber gesprochen, dass es ja ganz wichtig ist Und in dieser Situation stecken ja die Fachkräfte, die unterstützen auf der einen Seite die Eltern beim Elternsein Auf der anderen Seite haben sie immer im Blick, dass es den Kindern gut geht Und immer dieses Abwägen, wie viel Unterstützung, wie wenig Unterstützung Und wann ist es vielleicht wirklich mal so ein Bereich, wo man denkt Oh, jetzt wird es langsam haarig, da geht es einem Kind nicht so richtig gut Funktioniert das hier eigentlich noch? Und daraus resultiert, also daraus folgt dann auch, dass die Fachkräfte einen hohen Druck fühlen In Bezug auf ihre Verantwortung, weil sie ja diejenigen sind, die immer in der Familie sind Und die ersten sind, die ja eigentlich aufmerksam werden müssen, wenn irgendwas nicht gut läuft Und das macht den Fachkräften auch Angst Genau, über Nähe und Distanz habe ich schon gesprochen, das haben die Eltern benannt sozusagen Und das ist bei den Fachkräften natürlich ganz genauso Auch die sind so hin und her gerissen, je länger man in so einer Familie ist Desto mehr fühlt man sich ja den Menschen verbunden Und gleichzeitig muss man immer wieder sagen Ich bin aber hier nur Besuch und ich bin Gast und ich bin Fachkraft Und ich berate und unterstütze und ich bin hier kein Freundinnenersatz Kein Mutterersatz, kein Omaersatz, wie auch immer Und aus den Interviews oder den Gesprächen mit den Fachkräften wurde deutlich, dass das Insbesondere natürlich in den Einrichtungen, wo die Familien 24 Stunden am Tag Unterstützung bekommen Dass das natürlich nochmal sehr viel schwieriger ist für die Fachkräfte als im ambulanten Bereich Genau, und als letzten Punkt haben die Fachkräfte auch aufgeführt Oder haben wir rausgezogen aus den Gesprächen der Umgang mit Emotionen Also das ist schon eine Arbeit, die natürlich teilweise sehr emotional ist Weil man sehr in diesem privaten Umfeld der Familie arbeitet und ganz viel mitbekommt aus dem Familienleben Und die Fachkräfte eben beschreiben, nicht nur mit ihren eigenen Emotionen müssen sie klarkommen Sondern auch die Emotionen der einzelnen Familienmitglieder sind ja immer in ihrem Blick So, ich habe eingangs schon gesagt, wir wollten im Modellprojekt beschreiben, so geht das und so ist es richtig Sondern Material geben zum selber nachdenken und einen Weg finden Und deswegen habe ich jetzt die Leitlinie 5 mal rausgesucht, beispielhaft Denn das ist im Prinzip der zentrale Punkt aller Unterstützungsarbeit Dass wir nämlich eine entsprechende professionelle Haltung mitbringen müssen in die Arbeit Und daraus leitet sich dann ja sozusagen die Unterstützungsarbeit ab Und die professionelle Haltung beschreiben wir so Fachkräfte bringen in die Unterstützungsarbeit eine professionelle Haltung mit Die von Offenheit und Wertschätzung geprägt ist Und sich durch Ermutigung, Beteiligung und Transparenz in den Handlungen auszeichnet Also Offenheit und Wertschätzung hatte auch Frau Blochberger schon genannt Ermutigung habe ich ja auch schon drüber gesprochen Beteiligung meint nicht die Fachkräfte wissen wo es lang geht Sondern man entwickelt ja alles gemeinsam mit den Eltern Und Transparenz in den Handlungen, Transparenz meint Sichtbarkeit, Durchsichtbarkeit Also es für die Eltern immer alles ersichtlich ist, warum eine Fachkraft bestimmte Dinge tut Oder vielleicht auch im krassesten Fall eben wenn ein Bericht geschrieben werden muss Dass nicht eine Fachkraft irgendwie so einen Geheimbericht schreibt Sondern dass dann immer gesagt wird Hier das habe ich in den Bericht geschrieben oder man schreibt den Bericht gemeinsam Oder die Eltern können auch noch selber ihren Blickwinkel reinbringen in einen Bericht So abschließend habe ich hier zusammengestellt Begleitete Elternschaft kann gelingen Und habe ganz viele Punkte aufgeschrieben Und das Wichtigste ist, dass wir eigentlich rausgefunden haben und zu dem Schluss gekommen sind Man kann zu praktischen Hilfen, die notwendig sind Kann man ganz viel Unterstützung in eine Familie bringen und in die Familie basteln Aber die Bindungsfähigkeit und die Bindung zwischen Eltern und Kindern ist das Wichtigste eigentlich Und Fachkräfte müssen eigentlich die Überzeugung mitbringen, dass das das Wichtigste ist und daran auch zu arbeiten Sie sollen den Eltern ihre Rolle zutrauen und sie darin ermutigen Und die Eltern auch als Expertinnen in eigener Sache Das wird auch schon heute häufiger gesagt Also Expertinnen für ihre Familie und sich selbst betrachten Und auch noch ganz wichtig aus der Sichtweise der Kinder Natürlich, was heißt nicht natürlich, da habe ich jetzt noch nichts dazu gesagt Aber es war auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir natürlich auch versucht haben rauszufinden Wie geht es den Kindern in den Familien? Gibt es dort Schwierigkeiten? Oder was ist die Situation der Kinder? Und man muss schon deutlich aussprechen, dass Kinder in den Familien mit Eltern mit sogenannter geistiger Behinderung häufig höheren Risiken ausgesetzt sind Aber wir als Fachkräfte sollten schon die Überzeugung mitbringen und das Zutrauen, dass die Kinder sich gesund und gut entwickeln können Und dass sie auch eine Stärke haben, auch mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen Und Stichwort Resilienz, jetzt an die Fachkräfte gerichtet, ist, denke ich, ein wichtiges Thema, mit dem man sich beschäftigen muss Wenn es um begleitete Elternschaft geht Also wie man sozusagen diese Widerstandskraft mit schwierigen Situationen umgehen zu müssen Wie man diese auch stärken kann Verständnis für die Lebenssituation und auch für die jeweiligen Sichtweisen der Familien müssen die Fachkräfte mitbringen Und das klang bei dem Beispiel vorhin an Also sie müssen ihre eigenen Werte und Normen darüber nachdenken Es muss nicht jede Familie das so machen, wie ich es ganz persönlich bei mir zu Hause mache und vielleicht richtig finde Sondern es geht immer darum, was ist ausreichend Das habe ich auch gelernt in der Unterstützungsarbeit beim Jugendamt Es geht beim Kindeswohl nicht darum, den Idealfall und etwas ganz Tolles hinzukriegen Sondern es geht um ausreichend tatsächlich Es muss ausreichen, dass es den Kindern gut geht und allen Familienmitgliedern gut geht Genau, Offenheit, Nachvollziehbarkeit der eigenen Handlung hatte ich schon gesagt Und die gemeinsame Gestaltung der Unterstützung Ja, ich hatte schon erwähnt, dass wir alle Ergebnisse auf dem Informationsportal zusammengestellt haben Wenn ich jetzt noch zwei Minuten hätte, würde ich Ihnen das gerne zeigen Ich weiß nicht, wie die Zeit ist Darf ich noch? Escape musste ich drücken und dann? Können Sie mir doch nochmal helfen? Achso, okay Genau Genau, so sieht das Ne, das war jetzt falsch Wie kriege ich es jetzt groß? Ich möchte es ganz groß haben Diesen hier Ah, genau Ja, also hier sind die Leitlinien Das sind wie gesagt zwölf an der Zahl Oh, jetzt kann ich hier nicht scrollen So, genau Das sind diese zwölf Leitlinien Rausgesucht hatte ich Leitlinie 5, die professionelle Haltung Leitlinie 6 und 7 beschäftigen sich auch noch mit der pädagogischen Unterstützung Zum Thema ausgewählte Methoden Da haben wir uns rausgesucht Leichte Sprache natürlich Video gestützte Beratung war eine Erkenntnis des Projekts Das also zum Beispiel Marte Meo oder Video Home Training wird an vielen Einrichtungen und Trägern angewendet Und das ist eine wirklich gute Methode um mit den Eltern zu arbeiten Und persönliche Zukunftsplanung Und ansonsten haben wir uns eigentlich zurückgehalten, weil wir gedacht haben Es ist wirklich die Erkenntnis, die professionelle Haltung ist das, was so die Basis von allem ist Genau Wie kam ich jetzt wieder zurück? Hier unten ist ein Pfeil nach oben Ach da, ne ich hab's schon, dankeschön Hier haben wir noch einen Bereich für Eltern Also wir haben beschrieben, was ist eigentlich begleitete Elternschaft Und dann so ein paar Dokumente mit denen man eben arbeiten kann So möchte ich mit meiner Familie wohnen Das ist eine Materialsammlung, wo man mal gemeinsam mit den Fachkräften eben nachdenken kann Meine Meinung zählt Da wird im Prinzip auch beschrieben So läuft das Hilfeplanverfahren Und so muss ich auch angehört werden Und wie kann ich mich da gut drauf vorbereiten Und dann haben wir auch eine Broschüre Kindliche Bedürfnisse, die Sie kennen sollten Also das ist sozusagen nochmal Informationsmaterial zu kindlicher Entwicklung Für Eltern Und wir haben auch auf die Website von Leben mit Handicaps verlinkt Weil es ja hier diese vielen schönen Broschüren gibt Genau Und noch als letztes möchte ich noch darauf hinweisen Für Interessierte hier auf der Seite der Forschung sind wirklich alle Forschungsergebnisse Also da kann man sich die ganzen Interviews, Zusammenfassungen und Ergebnisse Alle auch nochmal durchlesen Genau Wo ich auch nichts zu gesagt habe, ist ja zu dem, wo wir in diesen beiden Bereichen ausprobiert haben Da möchte ich kurz hinterher schieben Dass da auch so eine Erkenntnis war, dass es eigentlich erstmal um Sensibilisierung geht Ehe man anfängt, ans Arbeiten zu kommen Muss man erstmal darüber sprechen, Ängste zu nehmen Und worüber sprechen wir überhaupt Und ja wirklich für die Situation zu sensibilisieren Dann das Thema Vernetzung war das zweite große Thema Weil ein kleiner Träger alleine, der kann da überhaupt nichts reißen Sondern das muss dann wirklich in Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern und mit anderen Angeboten Und das dritte dann eben die Angebotsentwicklung So, jetzt mache ich aber Schluss und wir können endlich Mittag essen Dankeschön Ja, herzlichen Dank an Christiane Sprung für diese wirklich tolle praxisorientierte Übersicht Und das Zusammenstellen all dieser wertvollen Informationen Und ich habe herzlich willkommen zu Workshop 4 Nämlich der Podiumsdiskussion zum Thema qualifizierte Elternassistenz Bedarfsfeststellung und Gesamtplanverfahren In diesem Workshop wollen wir diskutieren Und zwar, und das steckt ja auch schon im Namen Über Anforderungen an trägerübergreifende Bedarfsfeststellung Über Gesamtplanverfahren und über Leistungsgewährung aus einer Hand Außerdem wird die sogenannte Handreichung für eine praxisgerechte Unterstützung Von Eltern mit Behinderung und deren Kinder vorgestellt Wir wollen über bereits bestehende Möglichkeiten individueller und passgenauer Unterstützungsangebote sprechen Aber auch über Wünsche Und ich stelle Ihnen jetzt ganz kurz unsere Rednerinnen und Redner auf dem Podium Nennen wir es mal vor Wir haben zu Gast Karin Hoffmann Sie ist Sachbearbeiterin im Fachdienst Grundsatz im Fachbereich Eingliederungshilfe Beim Kommunalen Sozialverband Sachsen Ihr Thema sind die allgemeinen rechtlichen Voraussetzungen für die Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch 9 Aktuell für begleitete Elternschaft und Elternassistenz Ihre Hauptbotschaft ist Die Situation in den Familien ist individuell sehr unterschiedlich Bedingt eben durch die Art und den Umfang der Behinderung, Alter und Anzahl der Kinder, das soziale Umfeld, all das Und dadurch sind auch die Bedarfe sehr individuell Und es gibt eben kein Schema, es gibt keine allgemeine Checkliste, die man so abhaken kann Um dadurch die passende Leistung zu finden Unser zweiter Gast ist Hartmut Mann Er ist Referent für Jugendhilfe und Gewaltschutz beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Landesverband Sachsen Hartmut Mann ist zuständig für Jugendhilfe, also Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Angebote für Familien und erzieherische Hilfen Er berät unter anderem Träger, er entwickelt fachliche Positionen und Strategien, von denen wir heute auch eine hören Er arbeitet in verschiedenen Gremien mit und auch er bietet Weiterbildungen an Und worauf ich gerade schon angespielt habe, er ist außerdem Mitglied des Landesjugendhilfeausschusses Und ist deshalb an der Entwicklung der Handreichung zur begleiteten Elternschaft in Sachsen, die wir hier ja heute besprechen möchten, beteiligt Hartmut Mann betont die Verantwortung der Jugendhilfe für Leistungen der begleiteten Elternschaft als Komplexleistung Und er sagt, dass Zusammenarbeit an der Stelle ganz hohe Priorität hat Und als Dritte im Bund begrüßen wir noch einmal Frau Dr. Marion Michel Frau Michel ist Leiterin der Fachstelle Unterstützte Elternschaft beim Verein Leben mit Handicaps e.V. Sie ist Mitglied im Landesbeirat für die Belange von Menschen mit Behinderungen und sie ist beratenes Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss Ihr Thema ist die bedarfsgerechte Unterstützung von Eltern mit Behinderungen Und zwar kann sie dabei sowohl auf ihre wissenschaftliche als auch auf ihre praktisch beratende Expertise zurückgreifen Und ihre Hauptbotschaft ist, es bedarf klarer Regelungen von der Bedarfsermittlung über die Leistungsbewilligung bis hin zur Ausgestaltung dieser Leistungen Und das in einem respektvollen Miteinander aller Beteiligten Unser vierter Gast, die geplante Expertin in eigener Sache, kann heute leider aus persönlichen Gründen nicht an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen Und Frau Michel möchte dazu noch ein paar Worte mit Ihnen teilen Ja, ich hatte vorhin in meinem Vortrag über dieses unsägliche Gutachten gesprochen Und es geht genau um diese junge Frau, die wir heute als Expertin in eigener Sache hier haben wollten Sie hat ein ganz tolles Bedarfsfeststellungsverfahren vor zwei Jahren durchgemacht mit einem sehr sensiblen Bedarfsermittler vom KSV Und wir wollten Sie gerne als gutes Beispiel vorstellen, wie es laufen kann Wir könnten sie in den letzten zwei Jahren sehr gut stabilisieren, sehr gut aufbauen Und sie hat unheimlich viel dazugelernt, dieses unsägliche Gutachten und der Beschluss, ihr das Kind wieder wegzunehmen Aufgrund ihrer Behinderung hat dazu geführt, dass die Frau heute völlig am Ende ihrer Kräfte ist Und wir es nicht verantworten konnten, sie heute mit hierher zu bringen Ich bitte dafür, Verständnis zu haben Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Fachtagen solche Beispiele nicht mehr haben müssen Dankeschön So, und dann starten wir in die Eröffnungsrunde Unsere Rednerinnen und Redner haben einen kurzen Einstiegsimpuls vorbereitet Und da würde ich Frau Hoffmann zunächst bitten Sie können auch tauschen, wenn Sie möchten Hier können Sie drücken, oder? Ja Ja, also auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen Ich habe mir mal einen kleinen Vortrag vorbereitet Wie läuft das Gesamtplanverfahren in der Praxis? Und wie kann es gelingen? Also, zunächst einmal Also es gibt ja zwei Rechtssysteme bei der begleiteten Elternschaft Zum einen die Jugendhilfe, die Leistungen der Jugendhilfe und das Leistungssystem Und dann die Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX Und Voraussetzung für die Eingliederungshilfe ist das Vorlegen einer wesentlichen Behinderung Wir prüfen das, also wesentlich, so sagt der Gesetzgeber Jemand muss aufgrund seiner Behinderung wesentlich an der Teilhabe, an der Gesellschaft eingeschränkt sein Also nicht jeder Mensch, der einen Schwerbehindertenausweis mit einem Grad der Behinderung von XY hat Ist zugleich wesentlich behindert Das ist etwas kompliziert Sie können das nachlesen im Paragrafen 99 SGB IX Und wir beauftragen das Gesundheitsamt mit einem Gutachten zur Art und Umfang der Behinderung Aber wenn jemand schon Eingliederungshilfe erhält, egal ob vom Sozialamt oder vielleicht schon vom KSV Ist das alles schon geprüft, die wesentliche Behinderung kann man Haken dran machen So, es wurde ja heute schon mehrfach gesagt Ziel der Eingliederungshilfe ist die Befähigung der Mutter, der Vater und des Vaters mit Behinderung Zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung mit ihrem Kind Und zumeist im eigenen Wohnraum Unsere Erfahrung ist, die meisten Menschen, Eltern möchten in ihrer Wohnung leben bleiben Also sie möchten nicht gerne in eine stationäre Einrichtung oder Mutter-Kind-Einrichtung Und hierfür die nötige Unterstützung im Rahmen der Eingliederungshilfe anzubieten Das ist der KSV Sachsen als Einträger der Eingliederungshilfe Und begleitete Elternschaft nochmal Das ist die Befähigung und Anleitung Also die pädagogische Anleitung Eltern sollen fit gemacht werden Und das ist eine qualifizierte Assistenzleistung Es ist nicht so eine Ersatzvornahme Ich sage Eltern, du kannst das nicht Ich nehme einfach die Handlung vor Nein, das sind pädagogische Fachkräfte von einem Träger, von einem Leistungserbringer Die die Eltern eben anleiten sollen Und Hinweise, Hilfestellungen geben Also im Hinblick Hilfe zu einer Befähigung Und welche Ziele und Maßnahmen konkret im Einzelfall dann bestehen Das wird dann im Rahmen der Bedarfsfeststellung Also für die Eingliederungshilfe im Rahmen des ITP Sachsen festgestellt Also das allgemeine Ziel wird dann auf konkrete Ziele Für die Mutter, für den Vater runtergebrochen Und festgehalten in einem Gesamtplan So Das Gesamtplanverfahren ist ja im Gesetz ganz ausführlich Hat der Gesetzgeber im SGB IX geregelt Das beginnt mit einem Antrag auf Eingliederungshilfe Und da sollen die Eltern auch keine Scheu haben Es gibt keine Formvorschrift für den Antrag Also das Verfahren beginnt, wenn ein formloser Antrag Das kann ein Zweizeiler sein Ich, Name, wohne da und da Ich möchte Hilfe, möchte Eingliederungshilfe haben Für Unterstützung für meine Elternrolle Oder man kann das mit einfachen Worten umschreiben Damit die Behörde weiß, um was geht es eigentlich Was will derjenige Wenn man, wir haben auch Beispiele, da schreibt jemand Ich brauche Hilfe, Punkt Dann vergeht natürlich wieder Zeit Dann muss die Behörde nachfragen Ja, was genau, was willst, was wollen Sie Für welche Art der Hilfe Also vielleicht kurz mit zwei, drei Sätzen beschreiben Und dann beginnt das Verwaltungsverfahren Wir brauchen dann im Folge dessen Sicher noch weitere Angaben von dem Antragsteller Und dann schicken wir mal ein Formular oder so Und dann hilft der gesetzliche Betreuer Oder vielleicht auch der Leistungserbringer oder oder Aber zunächst einmal Start ist ganz einfach Dieser einfache Antrag Und noch ein Hinweis Zu wann der KSV ins Spiel kommt Also wir sind Einträger der Eingliederungshilfe Es sind auch die Sozialämter Bei den kreisfreien Städten Also bei der Stadt Leipzig Ist Träger der Eingliederungshilfe Und aber auch bei den Landkreisen Die Sozialämter Und wenn es um die Betreuung in der eigenen Wohnung geht Dann ist der KSV zuständig Für die begleitete Elternschaft Wenn die Mutter der Vater zugleich Auch Hilfe für das Wohnen Unabhängig von der Elternrolle auch braucht Also viele behinderte Menschen Bekommen schon vom KSV Leistungen Früher hieß es ambulant betreutes Wohnen Jetzt heißt es weitere besondere Wohnform Und dann kommt vielleicht eine Schwangerschaft Ein Kind dazu Und dann kommen die Bedarfe auch Für die Wahrnehmung der Elternrolle hinzu Das ist für uns so der Klassiker In allen anderen Fällen wäre dann das Sozialamt zuständig Und wir würden aber Wir sind vom Gesetz her verpflichtet Dann den Antrag weiterzuleiten Also das komplizierte Zuständigkeitsrecht Müssen die Eltern nicht beherrschen Dafür sind wir da als Behörde Zu sagen wir schicken den Antrag Wir leiten den Antrag dann weiter Nach § 14 SGB IX Ja dann nächster Schritt Die Eltern zu beraten Das kann auch im Vorfeld passieren Bevor eine Antragstellung Das kann auch im Rahmen eines Hilfeplan Oder Bedarfsfeststellungsverfahrens passieren Es kann durch die EUTB passieren Das Jugendamt berät genauso Ist genauso gesetzlich verpflichtet Zu beraten Und wir ermutigen dann die Eltern Auch im Rahmen der Beratung Sofern bislang noch nicht erfolgt Dass die Eltern auch einen Antrag Auf Jugendhilfe stellen sollen Je mehr Hilfen im Alltag für die Familie Umso besser Im besten Fall ist es eine Kombination Aus Eingliederungshilfe nach SGB IX Und Hilfen zur Erziehung Sozialpädagogische Familienhilfe nach SGB VIII Und beides ergänzen sich Und hier kommt eigentlich unsere Handreichung Die wir hier am Land vom Landesjugendhilfeausschuss Verabschiedet wurde Es gab Das ist eigentlich so die Grundlage Für Kooperation und Zusammenarbeit Also diese Erst einmal diese Plattform zu sagen Wir haben ein gemeinsames Verständnis Wir Behörden Sowohl das Jugendamt Wie auch wir als Träger der Eingliederungshilfe Ja Also wir empfehlen immer zusätzlich Bei begleiteter Elternschaft Das sind begleitete Elternschaft Wird für Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung gewährt Eben da die sozialpädagogische Familienhilfe Kommt damit ins Spiel Die Leistungen nach SGB VIII Dann kommt der Schritt Bedarfsermittlung Und das ist eigentlich auch die Stellschraube Wie viel Hilfen braucht die Mutter der Vater Zur Wahrnehmung der Elternrolle Also meistens ist es eine Anzahl von bestimmten Fachleistungsstunden Und das Jugendamt fragt danach Wie viel Hilfe braucht es aufgrund Schutz und Förderung Der Entwicklung Also was braucht das Kind Wir haben in der Eingliederungshilfe den Blick So sagt uns der Gesetzgeber Aufgrund der Behinderung Und behindert sind die Eltern Also sind unsere Leistungen In der Eingliederungshilfe Kommen den Eltern zugute Und indirekt natürlich dem Kind Also wenn die Eltern fähig sind Oder befähigt werden Und angeleitet werden Für ihr Kind gut zu sorgen Kommt das natürlich dem Kind Indirekt zugute Aber wenn das Kind selber auch einen Bedarf hat Oder die Jugendhilfe Hat ja den Blick auf die gesamte Familie Und nicht Also wie wir in der Eingliederungshilfe Behinderungsbedingt Dann kommt die Jugendhilfe sozusagen ins Spiel Und deswegen plädieren wir Ich glaube auch so wie der Deutsche Verein das sagt Im Idealfall gehen die Mitarbeiter des ASD Vom Jugendamt und unsere Hilfebedarfsermittler Gemeinsam vor Ort in die Familie Und schauen Was ist der Bedarf Und jeder Ja zwar aus seinem Sicht Aus seinem Blickwinkel Aber doch im Hinblick Wie kriegen wir ein gutes Hilfesystem zusammen Und vielleicht gibt es da auch noch gute Umfeldhilfen Vielleicht gibt es da den hilfreichen Nachbarn Vielleicht gibt es auch noch die Oma Die auch mal einspringen kann Also je mehr Hilfen für im Alltag Für die Familie umso besser Und wir Durch diese gemeinsamen Hausbesuche In der Familie Für die Bedarfsermittlung Entsteht auch für die Familie Weniger Belastung Also nicht, dass erst das Jugendamt kommt Eine Woche später kommt der KSV Und guckt Und jeder fragt nach den Gleichen Also wir versuchen uns auch Also wir stimmen uns schon Mit den Jugendämtern vor Ort ab Und versuchen das hinzukriegen Klappt auch nicht immer Aber vielleicht gewährt das Jugendamt schon Hilfe Also die Fallgestaltungen sind halt auch vor Ort vielfältiger Und auch keine Scheu für die Eltern Die Eltern können bei dem Bedarfsermittlungsgespräch Auch eine Vertrauensperson mitnehmen Und wenn das vielleicht die Oma ist Oder die Schwester Oder wer auch immer Oder sie hatten sich schon einen Leistungserbringer ausgeguckt Und sagen, dann kommt eben derjenige Also die zukünftige gewünschte Assistenzkraft Schon mal mit Und guckt Und ist mit dabei Ja In der Praxis erleben wir es sehr oft Dass diese Bedarfe Jugendhilfe Und Eingliederungshilfe Kaum voneinander zu trennen sind Ja Braucht die Mutter nun diese Begleitung Also für ihr Kind abzuholen aus der Kita Ist das nur behinderungsbedingt Dann Eingliederungshilfe Oder ist es mehr Schutz und Förderung des Kindes Dann Jugendhilfe Also hier versuchen wir auch in Sachsen Uns eine Konstrukt zu stricken Auch schon mal eine hälftige Kostenteilung Manchmal einfach auch pragmatisch zu agieren Aber das muss man dann schauen Wenn sich die Bedarfe nicht Trennscharf ermitteln lassen Oder Wie Herr Mann das vorhin auch schon sagte Wir stricken eine Komplexleistung Aber eine rechtliche Grundlage für eine Komplexleistung Gibt es nicht Weder im SGB VIII noch im SGB IX Der Gesetzgeber im Rahmen SGB IX hat vorgeschrieben Es gibt dann eine Gesamtplankonferenz Das klingt jetzt großartig Eigentlich ist das alles so Man setzen sich alle mal gemeinsam an einen Tisch Die in dem Fall beteiligt sind Also sowohl der Träger der Eingliederungshilfe Das Jugendamt Die Eltern Die können auch eine Vertrauensperson wieder mitbringen Oder wer sonst noch in dem Fall Vielleicht irgendwie beteiligt involviert ist Und man bespricht gemeinsam Wer ist für welche Hilfe zuständig Wer bezahlt was und wie viel Und was gibt es vielleicht im Umfeld noch Was kann die Familie noch nutzen Also der Gesetzgeber wollte mit dieser Gesamtplankonferenz Hat er eigentlich eine gute Sache gemacht Er hat das für Leistungen Für Eltern mit Behinderung Hat er das ins Gesetz ausdrücklich geregelt Dass sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen müssen Und Gesamtplankonferenz genannt Es gibt vielleicht auch mal Fälle Wo sich dann Eltern scheuen davor Also wir versuchen Wir werden auch die Hinweise Was wir heute bekommen haben Eben mal eine Pause machen Oder dies, jenes Das nehmen wir natürlich auch alle mit Also wir lernen mit jedem Fall neu Ja und zum Schluss Wenn alles klar ist Man sich geeinigt hat Dann gibt es einen Gesamtplan Da stehen die einzelnen Ziele und Maßnahmen Für die Familie dann drin Und es gibt dann auch eine Kostenzusage Wo dann drin steht Ja wie viele Stunden pro Monat Der KSV übernimmt Und bei Leistungen der Jugendhilfe Wie viele Stunden macht dann das Jugendamt auch einen Bescheid Wie viele Stunden das Jugendamt Im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe Zum Beispiel gewährt Ja und ganz zum Schluss Leistungen aus einer Hand Was heißt das? Im Idealfall Sagen wir Geht ein Träger in die Familie Und betreut Und fördert Und macht die Anleitung Und dann liegt es in einer Hand Der eine Träger Er bringt dann sowohl die Leistungen der Eingliederungshilfe Wie auch die Leistungen der Jugendhilfe Dann braucht es natürlich die Profession Und das Verständnis aus beiden Leistungssystemen In der Praxis wird es Also wir suchen schon geeignete Leistungserbringer Nicht jeder Träger traut sich das zu Aber ich denke, dass diese Strukturen Da sind wir auch auf einem guten Weg Und dass die auch in Sachsen In jedem Stadt-Landkreis da aufgebaut werden Und gute Leistungserbringer Ja, an den Start gehen Das braucht halt Der Leistungserbringer muss halt Den Blick haben Zum einen auf die Behinderung Er muss also auch mit den behinderten Menschen Angemessen umgehen können Und auch kommunizieren können In einer wahrnehmbaren Form Und auf der anderen Seite dann Die Leistung der Jugendhilfe erbringen Das alles zu einen Das ist nicht so einfach Und aber wenn alles gut läuft Dann schließt der KSV auch eine Vereinbarung mit dem Träger Wo dann alles Rechtliche geregelt ist Die Familie muss sich nicht drum kümmern Wie viel Geld muss ich bezahlen an wen Sondern wir bezahlen dann den Leistungserbringer So Und das war es jetzt Herzlichen Dank Frau Hoffmann Für den sehr umfangreichen Überblick Tatsächlich haben Sie damit sämtliche Fragen beantwortet Die ich Ihnen später noch gestellt hätte Aber umso besser Da kam mir nämlich der Gedanke Vielleicht haben Sie jetzt gerade schon mal Konkrete Fragen Zu dem was Sie gerade von Frau Hoffmann gehört haben Ja da sehe ich schon eine Wortmeldung Ach perfekt Ich wollte gerade Dann können wir es nämlich aufzeichnen Das ist noch besser für die Dokumentation Gibt es eine Zeit In der der Bescheid Über den Assistent Abgeschlossen sein muss Weil wir hatten gerade ja die Sitzung Mit dem Behindertenbeirat Und da wurde festgestellt Dass sich das unnötigerweise Ewig lange hinzieht Ja also ich glaube es gibt eine Vorschrift Im Rahmen von Paragraf 1415 In dem der Träger der Eingliederungshilfe Entscheiden sollte Aber ich muss fairerweise dazu sagen Ich habe ja auch das Verfahren Das ist sehr kompliziert Diese Frist ist in der Praxis Auch kaum einzuhalten Aber Sie sehen auch die komplizierten Verfahrensschritte Eine Gesamtplankonferenz durchzuführen Eine Bedarfsermittlung durchzuführen Noch gemeinsam mit dem Jugendamt Das Jugendamt müsste Zeit haben Wir als Träger der Eingliederungshilfe Einen gemeinsamen Termin zu finden Also da bitte ich um Verständnis Nee habe ich nicht Als betroffene Mutter Ich bin in so einer Selbsthilfegruppe Und da ist es zum Beispiel Was Sie gesagt haben am Anfang Wenn man einen Grad der Behinderung hat Dann heißt es nicht automatisch Dass man Assistenz bekommt Da muss man noch irgendwas anderes nachweisen Ich finde das gibt so unnötige Hürden Die man ruhig mal abbauen könnte Mittlerweile ja Und das Ja Was sagen Sie denn dazu? Also es muss eine Entkomplizierung Neu geschöpftes Wort Es muss eine Entkomplizierung geben Im Sinne der Eltern und der Kinder Dass so etwas schneller entschieden werden muss Es ist sowieso schon schwierig mit den Assistenten Aber den Elternassistenten ist es noch viel viel wichtiger Und Sie müssen da irgendwie einen Dreh hinkriegen Bitte Also nochmal zu der Behinderung Ja dann Und der Gesetzgeber hat uns reingeschrieben ins SGB IX Es muss eine wesentliche Behinderung sein Und ich glaube Sie kennen alle Kollegen Oder einen bekannten Freundeskreis Die haben zwar einen Schwerbehindertenausweis Gehen aber arbeiten Sind voll integriert im Leben Wir haben eine Behindertenbeauftragte Die Frau Bentele Die ist unstrittig behindert Und die hat garantiert auch einen Schwerbehindertenausweis Aber ich glaube sie ist sehr autonom Sie braucht keine Eingliederungshilfe Aufgrund ihrer Behinderung Deswegen ist dieses Kriterium Gerade der Behinderung Nur Also ein Anhaltspunkt Ein Kriterium Aber es muss jemand auch noch Wesentlich beeinträchtigt sein Und so hat es der Gesetzgeber geregelt Da können wir aber vielleicht auch im Anschluss Nochmal ins Gespräch kommen Ich wollte nämlich mal schauen Ob es vielleicht noch eine Da gibt es noch eine Wortmeldung Ja Eine Sekunde Wir wiederholen noch mal kurz Also wesentlich behindert heißt Jemand muss an der Teilhabe Im Gesetz steht das so allgemein leider Wesentlich an der Teilhabe Am Leben in der Gemeinschaft Auch eingeschränkt sein Aufgrund seiner Behinderung Also wenn das kompensiert ist Die Behinderung zum Beispiel durch den Rollstuhl Und der braucht keine Hilfe beim Umsetzen Oder er braucht auch sonst keine Unterstützung Er kommt damit voll klar Oder Dann ist das Keine wesentliche Behinderung Oder ein Diabetiker Der aber Der hat auch eine Behinderung Nämlich die Diabetes Seine Niere Funktioniert nicht richtig Aber er ist medikamentös So gut eingestellt Dass er keine Unterstützung Im Alltag Braucht So müssen Sie sich das vorstellen Aber es gibt Ich glaube Ja Danke Bitte Wenn Herr Mann und Frau Michel Noch Dinge ergänzen möchten Sie sind natürlich eingeladen Das auch zu kommentieren Gibt es sonst jetzt gerade noch Eine akute Frage Ja da vorne Wie ist denn die Möglichkeit Diese Hilfeplanzeiträume Übereinander zu legen Also wir erleben es gerade nur Mit dem Sozialamt Dass die Hilfebewilligung stattfindet Komplexleistung Aber unterschiedliche Zeiträume Und da würde ich mich dann fragen Wie ist der KSV dazu in der Lage Da flexibel zu sein Dass man im Jugendamt abzustimmen Dass man nicht Im Juni endet die Eingliederungshilfe Dann muss man neu beantragen Den Bericht schreiben Die Jugendhilfe endet aber im Oktober Dann muss ich auch einen Bericht schreiben Dann passen die Hilfeplanzeiträume Nicht wieder übereinander Dann sagen natürlich die Sozialarbeiterinnen Das Planverfahren ist ja einmal Gerade schon gewesen Und einmal findet es noch statt Und das ist ein bisschen schwierig Also jetzt geht es ja im Grunde Um die Zusammenarbeit von Jugendhilfe Und Eingliederungshilfe Also nicht nur um Eingliederungshilfe allein Jeder hat so seine Fristen Würde ich gleich noch was dazu sagen Die Jugendhilfe ist das Verfahren Nicht so straff durchstrukturiert Das ist vor einer längeren Zeit Konzipiert worden Und folgt einem ganz anderen Anliegen Ich habe mal gelernt von Von den Engagierten auf der Bundesebene Für die Eingliederungshilfe Dass die gesagt haben SGB IX Wir wollten das genau so haben So durchstrukturiert und detailliert Jeden Schritt kann man gerichtsfest machen Aber das ist natürlich auch sehr aufwendig Es ist jetzt so Der Gesetzgeber hat es so gemacht Ich sage gleich noch was zur Jugendhilfe Die eigentlich eher in der Situation wäre Sozusagen flexibel zu reagieren Möchten Sie noch was ergänzen Ich weiß Ja mein Mikrofon geht noch Frau Krause Ich dachte das ist ja ein sehr komplexes Vorgehen Was gerade geschildert wurde Und ob ich das Angebot machen darf Das möglichst kurz Das Gesamtplanverfahren Einmal in leichter Sprache Zu formulieren Ja Ist das so in Ordnung Super Idee Ja Okay Es ist so Das Wichtige im Gesamtplanverfahren ist Dass ein Mensch kommt Und sagt Ich brauche Hilfe Dann fragen sie nach Also vom Amt aus Es gibt in dem Rahmen Zwei Ämter Die wichtig sind Das Jugendamt Und die Eingliederungshilfe Diese beiden setzen sich auch zusammen Wenn der Mensch verschiedene Hilfen braucht Es geht darum Die Eingliederungshilfe Bietet Leistungen An In der eigenen Wohnung Also zum Beispiel Unterstützung Der Ausübung der Elternrolle Ist das richtig Frau Hoffmann? Ja Das ist richtig Okay Es gibt da verschiedene Hilfen Zum Beispiel Eingliederungshilfe bei der Arbeit Beim Wohnen Oder insgesamt nennt sich das Bei der Teilhabe am Leben Das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt Oder? Der Leistung Dass es um Ermöglichen von Teilhabe geht Ja Es geht um Teilhabe am Leben In der Gemeinschaft Also Sie sagen Das ist Soziale Teilhabe Ja Die wichtige Frage ist Kann jemand überall mitmachen Oder mitbestimmen Und die Frage In diesem Gesamtplanverfahren ist Was braucht jemand? Und zu diesem Gesamtplanverfahren Gibt es ein großes Treffen Das heißt Gesamtplankonferenz Und das ist ein Treffen Wo über die Unterstützung Über die Wünsche gesprochen wird Und was jemand eben braucht In diesem Fall Um seine Elternrolle auszufüllen Und die Antragsteller oder Antragstellerin Erzählen von sich Was sie können und was sie nicht gut können Sie können auch eine Vertrauensperson mitnehmen Zum Beispiel jemand aus der Familie Oder jemand, den sie sonst kennen Eine Nachbarin Oder jemand anderes Jemand, dem sie vertrauen Und dann bei dem Treffen Spricht man über die Unterstützung Um die Wünsche und Ziele Und um die Unterstützung Und das schreibt man dann Später in den Plan rein Und dann haben sie noch gesagt Bei ihnen ist es so Dass auch manchmal Jugendamt und die Eingliederungshilfe zusammenarbeiten Also das Ich meine nur Das ist nicht überall so Und sie sagen Sie kooperieren Die arbeiten zusammen In leichter Sprache In leichter Sprache Aber zumindest bei begleiteter Elternschaft Aber bei diesem Thema hier bei uns Bei diesem Thema Und da gelingt es uns zunehmend Dass wir sagen Jugendamt und Sozialamt Also und KSV Sachsen Aber auch ich glaube ich Sozialamt und Jugendamt Wir setzen uns an einem Tisch Und das große Verständnis Das gemeinsame Verständnis Eigentlich durch die Handreichung Erstmal gekommen Wo man gesagt hat Wir haben jetzt alle Einheitliches Verständnis Für das Thema Und nicht Das ist auch passiert Jugendamt hat gesagt Behinderte Eltern mit Behinderung Ausschließlich Träger der Eingliederungshilfe Aber hier steht drin Auch Eltern mit Ohne Mit Jugendhilfe Also wenn Sie diese benötigen Also mein letzter Satz ist Im Grunde braucht nur jemand merken Oder sie braucht Hilfe Und dann das in den Antrag schreiben Und dann gibt es erstmal ein Gespräch Ja Ein Gespräch kann telefonisch Mündlich Persönlich sein Also eine Beratung Ja okay Die Eltern müssen dann sicher Aber noch mehr ausfüllen Aber da kann ja dann jemand Unterstützen Wenn dann Bedarf Also ein Antrag auf Eingliederungshilfe Der ist dann schon etwas umfangreicher Aber ja Und wo wir gerade bei der Kooperation sind Das ist die perfekte Überleitung Zu Herrn Mann Ich bitte Sie mal hier ans Rednerpult Und wir freuen uns auf Ihren Impuls Hier oder hier Gut Vielen Dank Ja das Thema Es geht ja um die individuelle Leistungsplanung Also Bedarfsfeststellung Leistungsplan von zwei Sozialleistungsbereichen Die sich in manchen Bereichen ähnlich sehen Aber im Detail sehr verschieden Und die Gesetze sind nicht so zugeschnitten Dass das eins zu eins zusammenpasst Sondern es geht darum Zueinander zu finden Und das Grundprinzip ist ja im Grunde Der öffentlichen Verwaltung Sie kennen es Manchmal nervt es Manchmal hilft es Die erste Frage ist ja immer Bin ich zuständig Das ist die Frage Die sich die Leute in der Verwaltung stellen sollen Damit sozusagen jeder seiner Aufgabe nachkommt Die staatlich definiert ist Und hier haben wir sozusagen Überschneidung Grenzen der Zuständigkeit Und es geht um Kooperation Ich will ganz kurz was vorstellen Zum Hilfeplanverfahren in der Jugendhilfe Also im Grunde konzipiert Anfang der 90er Jahre Mit einigen Ergänzungen Ich zeige Ihnen nicht alles Was hier als Folie da ist Das können Sie sich im Nachhinein Dann nochmal in Ruhe anschauen Weil wir wollen ja auch noch diskutieren Ich habe hier kurz So ein Exzerpt aus dem Grundauftrag Kinder- und Jugendhilfe Der aus dieser Perspektive das Thema klar macht Also das Mandat der Kinder- und Jugendhilfe ist Zu sagen Entwicklungsförderung, Erziehung junger Menschen Eigenständig gemeinschaftsfähig zu sein Also ein Mitglied der Gesellschaft Das mehr oder weniger glücklich ist Und wenn es gelingt So sollen keiner weiteren Unterstützung bedarf Das Thema selbstbestimmt ist hinzugekommen Weil wir ja in der Kinder- und Jugendhilfe In Kürze wahrscheinlich auch für Leistung Der Eingliederungshilfe zuständig sein werden Das heißt wir haben sowieso In der Jugendhilfe in den nächsten Jahren Viel zu lernen Und es gibt auch diesen Lernbedarf Das zweite ist Damit das klappt mit dem Kindeswohl Wird hier natürlich auf den Verfassungsrahmen hingewiesen Das Recht der Erziehung ist zuerst bei den Eltern Und der Staat sozusagen unterstützt und hilft Wenn es das braucht Das mit den drei schwarz geschriebenen Punkten Das ist dann sozusagen die Aufgliederung Für das Kinder- und Jugendhilfegesetz Das heißt junge Menschen fördern Eltern und andere Erziehungsberechtigte Beraten und unterstützen Darüber reden wir ja auch hier Und das Mandat sozusagen Schutz des Kindeswohls Das heißt wenn man den Eindruck hat Begründet den Eindruck hat Dass das Kindeswohl gefährdet ist Dann gibt es den Auftrag einzugreifen Wir haben ja einige Beispiele gehört Im Guten wie im Schlechten Das ist das Mandat Was sozusagen beim Jugendamt liegt Und auf einer gerichtlichen Ebene Ja dann beim Familiengericht Das ist sozusagen der Grundauftrag Mit dem die Jugendhilfe In die begleitete Elternschaft geht Ein Blick auf das Hilfeplanverfahren So heißt es in der Jugendhilfe Dort im Paragraf 36 ganz kurz Das ist auch eine längere Beschreibung Aber die ist sehr offen Im Grunde genommen wird hier klar gemacht Bevor es um eine Hilfe geht Soll auf jeden Fall beraten werden Die Eltern sind umfänglich zu beraten Der Beratungsauftrag der Jugendhilfe Ist vor kurzem nochmal deutlich erweitert worden Und der Beratungsauftrag soll im Grunde genommen Eigentlich sich auf alle Möglichkeiten Des Sozialgesetzbuches beziehen Also auch den Hinweis Wenn man den Eindruck hat Sie könnten vielleicht einen Teilhabebedarf haben Auch darauf ist hinzuweisen von dem Amt Das heißt das Jugendamt Soll auch das mit in den Blick nehmen Soweit man das eben erkennen kann Weil die Feststellung ist ja bei anderen Behörden Und im Grunde genommen Ist hier dieses Hilfeplanverfahren Da gibt es relativ wenige Regelungen Es ist sozusagen sehr offen angelegt Es geht um Beratung und Beteiligung Es sind Methoden Also anerkannte fachliche Methoden einzusetzen Und im Grunde genommen soll der Bedarf Über Gespräch, über Begegnung, über Nachfragen Über Einbeziehen fallbeteiligter Personen Oder eben auch verschiedenster Institutionen Schule, Kita, wer da alles am Start ist Soll das geschehen Also es geht sozusagen um zuhören Einfühlen, fühlen, verstehen, nachfragen Was ist den Menschen wichtig, die dort sitzen Was haben sie für Probleme Und daraus gemeinsam mit ihnen Den Hilfebedarf zu entwickeln und aufzuschreiben So ist es idealtypisch Und hier gibt es, habe ich mal kurz aufgezählt Was sozusagen im Gesetz steht, was dabei alles zu beachten ist Das heißt, keine einsamen Entscheidung Wenn Entscheidung über den Hilfebedarf und die erforderliche Hilfe zu treffen ist Dann sollen das immer mehrere tun Das ist eine Teamentscheidung Damit man eben nicht den Blick der einzelnen Personen zum absoluten Maßstab macht Wir haben ja was zum Thema Gutachten gehört Das klingt immer so, als hätte dort eine Person mit den eigenen Wertungen dann sozusagen das Urteil gefällt Das will man hier ausdrücklich vermeiden Der Hilfeplan soll gemeinsam aufgestellt werden Das heißt, da wird keine Entscheidung mitgeteilt Was wir jetzt für sie oder mit ihnen tun Sondern das ist gemeinsam zu entwickeln Es soll regelmäßig überprüft werden Das ist die Wortmeldung, die wir vorhin hatten Sondern die einen haben ihren Rhythmus für die Hilfeplanung so Und die anderen so Es gibt keinen gesetzlich vorgeschriebenen Hilfeplanungsrhythmus in der Jugendhilfe Das heißt, im Jugendamt ist sozusagen vom Gesetzgeber Also mit nichts gebunden zu sagen Wenn wir jetzt eine Veränderung in der Hilfe haben In der Laufenden Weil zum Beispiel deutlich wird Hier gibt es einen Bedarf an Teilhabeleistungen Da kann ich einen Hilfeplan ansetzen Das Einzige, was das sozusagen bremst Ist meine Struktur, meine Möglichkeiten Wie komme ich hinterher Das ist sehr offen gestaltet hier Also Jugendhilfe kann sich sehr einstellen auf Fälle So wie es eben vermag in der Praxis Geschwisterkinder sind einzubeziehen Sämtliche Hilfe beteiligten Personen Und natürlich auch nicht sorgeberechtigte Eltern Weil sozusagen Sorgerecht und Erziehungsfähigkeit Das ist nicht eins zu eins Es gibt Gründe, dass jemand nicht das Sorgerecht hat Das heißt aber nicht, dass man nicht für Teile der Erziehung Auch Verantwortung übernehmen kann Und das ist genau unser Thema, was wir hier haben Bei begleiteter Elternschaft Also hier ist ganz viel möglich Und es hängt sehr davon ab Wie das Amt funktioniert Wie die Kooperation funktioniert Wie gut die fachliche Reflexion funktioniert vor Ort Gut, das wäre schon eins zu viel Und das auch Das machen wir jetzt nicht Herzlichen Dank, Herr Mann Ich könnte mir vorstellen, dass es dazu Nachfragen gibt Wir schauen mal Moment, das Mikro kommt Es ist keine Nachfrage Also mein Name ist Andreas Sachse Ich arbeite bei der Klirrenstelle, die der Herr Welch heute schon erwähnt hatte Eine Schlichtungsstelle im Bereich der Eingliederungshilfe Und dort ist festzustellen Oder kann ich mal Wollte ich das mal eingeben Dass häufig dort Fälle vorgebracht werden Wo es um die Streitigkeiten geht Von Zuständigkeiten Also wo das eben Sie hatten das so schön dargestellt Im Idealfall Aber leider muss ich sagen Dass doch viele Fälle Wo es um begleitete Elternschaft geht Oder Elternassistenz Sich durch die Zuständigkeiten Zwischen Jugendamt und Eingliederungshilfeträger streiten Also wo es sogar so ist Dass der eine Träger sagt Gehen Sie mal zur Klirrenstelle Also so und Das ist das eine Also in der Praxis Dass es dort nicht so optimal läuft Also da geht es um Vorrangigkeit Oder teilweise auch Wie das Also das gesagt wird Vielleicht erstmal sozialpädagogische Familienhilfe Also dass dort auch vielleicht die Fachlichkeit Dort noch nicht so gesehen wird Das ist das eine Und das andere Im schlimmsten Fall Wenn Hilfen bewilligt werden Kann ich feststellen Dass das dann häufig auch konträr Passiert Also in aller Also Fälle Wo zum Beispiel Assistenz fürs Wohnen Also diese weitere besondere Wohnform Jemand ein Dienst Also eine Person ist Von einem Dann eine begleitete Elternschaft Assistenz Und die sozialpädagogische Familienhilfe Die völlig konträr Auch agieren Und teilweise auch zum Ergebnis Die eine sagt Vielleicht das Kind müsste in Abhut genommen werden Und die andere kämpft dafür Dass es eben Oder arbeitet mit der Mutter Und die sich gar nicht einig sind Und sie streiten Also das ist irgendwie verrückt Also da müsste meiner Meinung nach dringend was getan werden Also auch unter den Ämtern Dass die wirklich das wie sie es dargestellt haben So gelebt wird Dass man das aus einer Hand leistet Für die Familien ist es Also von meinem persönlichen Oder vom Menschenverstand Ist es irgendwie verrückt Was dann in den Familien passiert Also auch drei verschiedene Personen Menschen im Haushalt Zu haben Für die Kinder Das ist Also irgendwie Von außen betrachtet Wie das Eine gute gemacht dann Dankeschön Für Ihren Einblick In Ihre Erfahrung Ich weiß nicht Ob Sie da was zu sagen Möchten Ja Sie haben recht Das ist ein Phänomen In der Praxis Also nicht nur Sie beobachten das Ich habe Wenig unmittelbar mit Fällen zu tun Weil ich eher so Auf so einer Meta-Ebene unterwegs bin Aber das taucht immer wieder auf So die Fragen der Zuständigkeit Wir haben es im Grunde Genommen Für Im Reha-Recht Ist es ziemlich klar geklärt Da sind Sie deutlich sicherer als ich Weil die Jugendhilfe da auch drin ist Aber sich das nicht immer klar macht Dort ist es gesetzlich geklärt Zu sagen Ich gehe einen Träger zuerst an Und der muss sich kümmern Und wenn er das nicht hinkriegt Aus welchem Grund auch immer Ist er es Das haben wir für diesen Kontext hier nicht Ich habe diese Woche noch mal überlegt Ob man dort tatsächlich sich noch mal Um eine gesetzliche Änderung bemühen müsste Zumal ja die Für die Kinder- und Jugendhilfe Das sowieso im Moment gerade das Thema ist Wie das Gesetz aussehen soll Ob man dort nicht so ein Verfahren haben müsste Die andere Ebene ist die Ebene der Die sozusagen Leistung erbringen In der Praxis entsteht manchmal der Eindruck Man bringt eine Dienstleistung für ein Amt Aber das ist ja so nicht In der Eingliederungshilfe noch mal deutlicher formuliert eigentlich In der Jugendhilfe auch so Weil wir haben dieses Dreieck Im Amt Die Institution, die eine Leistung erbringt Und die Leistungsberechtigten Und sich deutlich zu machen Für wen arbeiten wir denn hier eigentlich Das gerät manchmal aus dem Blick an der Stelle Und das, was Sie gesagt haben, Frau Hoffmann Wo wir auch die besten Erfahrungen haben Wenn man von vornherein zu einem Start geht Wenn ein Träger sagt Wir machen das Und kombiniert einfache und qualifizierte Assistenzleistungen In dem Fall Gute Erfahrungen machen wir mit den Trägern Die sozusagen in beiden Welten so ein bisschen zu Hause sind Weil die können sich in diese unterschiedlichen Logiken eindenken Das brauchen wir eigentlich Ist aber noch nicht überall so Also es ist eine Baustelle auf jeden Fall Vielleicht noch ein ergänzender Hinweis Die Hilfen zur Erziehung der Jugendhilfe Nach SGB VIII sind keine Reha-Leistungen Und deshalb gilt der Paragraph 14 nicht SGB IX mit dieser Weiterleitung Und diesem ganzen Verfahren Was in Paragraphen 14 und so weiter geregelt ist Aber wir schauen auch Also meine Kollegin von der Sozialplanung Dass wir hier überall in Sachsen Leistungserbringer etablieren können Die auch fachlich geeignet sind Wie es auch heute hier ist Nicht überall dort, wo drauf steht Begleitete Elternschaft ist auch Begleitete Elternschaft drin Und die dann Möglichst alle Hilfen aus einer Hand Erbringen Also auf jeden Fall noch Entwicklungsbedarf Weil alles noch sehr verwirrend ist Intransparent auch an manchen Stellen Aber es ist auch einiges schon auf dem Weg Ja, ich habe das Mikro Ja, super Genau zu diesen Zuständigkeitsstreitigkeiten Ich habe im ambulant betreuten Wohnen Seit Jahren eine Mutti mit drei Kindern Alleinerziehend Und wir haben schon seit Jahren versucht Hilfe zu bekommen außerhalb des ambulant betreuten Wohnens Weil ich ja offiziell nicht für die Kinder Also mit den Kindern alleine was machen kann Wir haben beim Jugendamt angefragt Nach Erziehungsbeistand Das war noch zu früh Es wurde auch gesagt Das ist eigentlich Einliederungshilfe alles Vor drei Jahren noch Ganz klar Es wurde ein Antrag auf Elternassistenz gestellt Das wurde abgelehnt vom KSV Der Erste Dann haben wir lange weiter versucht Dann haben wir dann Doch von der Jugendhilfe Hilfe bekommen Auf Anfrage der Mutti Das wurde uns aber nur in Form von einer SPV gewährt Das fing an Und die beiden Leute Die dort eingesetzt waren Von denen war einer dauernd krank Die andere war sehr mangelorientiert Und hat immer gefragt Na, wie geht es Ihnen denn? Meine Klientin hat eine geistige und leichte psychische Behinderung Und sie hat es gewagt mal zu sagen Also mir hat es immer erzählt Es ist immer anstrengend für sie Wenn die Frau da ist Und sie fühlt sich dann unter Druck Und unter Kontrolle Und sie hat mal gewagt zu sagen Ich kann nicht mehr Ganz klar für mich Sie ist überlastet Ja und kriegt zu wenig Hilfe Oder zu wenig adäquate Hilfe Und daraufhin wurde dann im Jugendamt entschieden Und die Frau wurde in meinem Beisein Und auch in ihrer Betreuerin Regelrecht überredet zu sagen Ich möchte bitte mal in eine stationäre Behandlung gehen Um meine psychische Problematik zu behandeln Ja, es ist eine chronische Krankheit Entschuldigung, ich bin aufgeregt Und natürlich kann man das nicht heilen Ja Und sie hat aber zugestimmt Weil sie dachte, sie macht uns was falsch Und seitdem sind die Kinder Seit Monaten, seit Oktober letzten Jahres weg Es gab dann Verhandlungen mit dem KSV Und nochmal einen Antrag auf Elternassistenz Das wurde im April in einem gemeinsamen Gespräch Mit Jugendamt und KSV besprochen Und es wurde mündlich zugesagt Dass die Hilfe ab April gelten kann Fifty-fifty wurde sogar gesagt Seitdem ist das Jugendamt aber abgetaucht Der KSV bemüht sich Hat das natürlich nicht jeden Tag auf dem Schirm Aber die letzten Termine mit dem Jugendamt Fanden nicht statt Weil keine Reaktion Ich finde das ziemlich ärgerlich Und deswegen auch die Frage nach der Zeit Sicherlich gibt es da einen Zeitrahmen Der sicherlich längst überschritten ist Aber was kann man da effektiv machen Ich dachte schon an Besetzung Irgendwie des Jugendamtes Den Raum zu sagen Ich gehe nicht wieder weg Bevor wir einen Unterschied haben Wo wir es machen können Das ist mein Problem Vielleicht auch an Frau Michel Weil sich das ja wahrscheinlich auch Mit ihren Erfahrungen deckt Das deckt sich mit unseren Erfahrungen Auf jeden Fall Der Verweis auf eine psychiatrische Diagnostik Ist dann immer ganz schnell gestellt Während wenn die Eltern von Anfang an Die Unterstützung bekommen hätten Die sie brauchten Ich sage es jetzt mal so Wären manche Probleme in den Familien nicht entstanden Dass die Eltern dann irgendwann überfordert sind Dass die Eltern irgendwann über die Grenze ihrer Belastbarkeit geraten Das ist eigentlich schon eine Frage der Zeit Und wenn ich dann eben solche Aussagen Ich hatte es glaube ich vorhin schon mal gesagt Die Mutter ist ja nicht so behindert Dass sie im Rollstuhl sitzt oder blind ist Beziehungsweise bei nicht sichtbaren Behinderungen Dann so getan wird Die soll sich ein bisschen zusammenreißen Andere Mütter müssen sich auch die Hilfe organisieren Brauche ich mich nicht zu wundern Dass die Mütter dann tatsächlich psychische Auffälligkeiten aufweisen Wenn sie eben über lange Zeit so viel belastet sind Dass sie nicht mehr können Und wenn eine Mutter die ohnehin Aufgrund eines chronischen Erschöpfungssyndroms Zum Beispiel Unterstützung braucht Einfach nur dass die Kinder mal abgenommen werden Die Assistenz mit den Kindern auf den Spielplatz geht Und die Mutter in der Zeit mal ein paar Minuten Zeit hat Sich auszuruhen Ist das nicht weil die faul ist Sondern weil sie nicht mehr kann Und dann nützt der Mutter das auch nichts Wenn eine SPFH mit einem Flipchart angerückt kommt Und mit der Mutter eine Tagesstruktur erarbeiten will Auch diese Fälle haben wir Ja also wir müssen hier wirklich noch ganz ganz viel Weiterdenken, weiterentwickeln Dass die Hilfe so kommt wie sie gebraucht wird Und eben solche Fälle nicht mehr passieren Und vielleicht werden ja auch Herr Mann und Frau Hoffmann In der anschließenden Kaffeepause nochmal Auf diesen individuellen Fall ein bisschen eingehen können Denn da haben wir direkt noch eine Frage Nur ein Kommentar Ich finde es ein bisschen gruselig Also wie oft sagen vielleicht Menschen ohne Behinderung Oh ich kann nicht mehr Oder ne Und wie krass da in diesem System einfach drauf geguckt wurde Und wie dann reagiert wurde Einfach nur so als Kommentar Das ist auch nochmal sehr Ja oh hier sind noch ganz viele Dann machen wir mal hier vorne weiter Also ich muss jetzt mal eine Lanze fürs Jugendamt brechen Weil ich nämlich vom ASD komme Und ich kann Ihnen nur raten Ich weiß jetzt nicht welches Jugendamt das ist Wie? West, also Leipzig Okay gut ich komme aus dem ländlichen Raum Aus dem Erzgebirgskreis Aber es gibt natürlich auch beim Jugendamt fristen Wenn ein Antrag auf Hilfe zur Erziehung gestellt wird Dann muss der bearbeitet werden Dann muss auch ein Bescheid erstellt werden Und es gibt sicher jetzt keine Na gesetzlich festgelegten Dass man sagt innerhalb von 14 Tagen Aber das kann nicht sein Wenn Sie im April was vereinbart haben Und die Mutti hat diesen Antrag gestellt Oder wie auch immer Selbst Antragstellung bedarf nicht der Schriftform Ist auch mündlich verbindlich Dann müssen Sie eine Antwort einfordern Also würde ich Ihnen einfach so sagen Es ist gruselig was Sie erzählt haben Ich kann das nicht nachvollziehen Und ja denke auch Dass nicht alle Jugendämter so arbeiten Aber ich wollte noch was Zum Zusammenarbeit zum KSV sagen Also auch ich erlebe das Nicht im Einvernehmen Nicht mit Hand in Hand Sondern mit Jeder macht sein Ding Und der KSV entscheidet also Über die Höhe der Elternassistenzstunden Auch gekoppelt an das Alter des Kindes Wir haben einen Fall im Erzgebirgskreis Wo also einer schwer mehrfach Körperlich behinderten Mutter Mit einer psychischen Erkrankung Die Elternassistenz reduziert wurde von Ich sage jetzt mal sieben auf drei Stunden Ich glaube es waren sieben auf drei Weil das junge Mädel dann eben über 16 war Und man eben meinte Die kann jetzt im Haushalt so viel machen Da brauchen wir die Elternassistenz nicht mehr Dass das Mädel seit Anfang an In einer Parentifizierung steckt Weil es einfach gar nicht anders geht Und das immer mehr zunimmt Hat also der KSV nicht im Blick gehabt Wir haben dann zusammen mit dem Amtsvormund Im Widerspruch erwirkt Gegen diese Kürzung der Leistungen Es wurde dann um eine Stunde höher gesetzt Und wenn die junge Frau jetzt 18 wird Ist die Elternassistenz erledigt Obwohl ja die Elternschaft nicht aufhört Aber ich glaube diese Elternassistenz ist sehr Aus meinem Erleben star Also zumindest ans Alter des Kindes gekoppelt Ohne zu schauen Oder zu wenig zu sehen Was sind die Bedarfe des Kindes Oder beziehungsweise Was hat dazu geführt Dass diese Elternassistenz Ja in diesem Umfang auch gebraucht wird Wir haben ein gesundes Junge entwickeltes Mädchen Aber die kann ja nicht die Mutter versorgen Aber die Mutter kann ja Einfachste Dinge die Als Mama nicht ausüben Die kann nicht mit dem Kind zum Zahnarzt fahren Und ihre Hand halten Und die kann auch nicht die Wäsche aufhängen So in dieser Bandbreite Das heißt also Wir haben einen Erziehungsbeistand drin Da muss ich sagen Mit sehr viel Stunden Aber der räumt eben nicht den Kühlschrank auf Und wäscht nicht ab Ja Der beschäftigt sich eben wirklich nur mit dem Mädel Und dann wird das reduziert Die Elternassistenz Weil das Mädel eben ja Den Haushalt selber erledigen kann Frau Hoffmann sitzt schon auf heißem Kohl Und möchte antworten Halten Sie sich das Mikrofon gerne noch ein bisschen näher An den Mund Also ich kann jetzt nur kurz dazu sagen Ich kenne den Einzelfall nicht Und ich glaube Es ist auch hier schwierig Einzelfälle zu diskutieren Aber ich kann nur mutmaßen jetzt hier Also der Bedarf Den muss die Mutter oder der Vater Aufgrund der Behinderung haben Und nicht das Kind Also Sie haben jetzt immer von dem 16-jährigen Kind Den Bedarf des Kindes gesprochen Ja, aber der Bedarf wurde reduziert Am Alter des Kindes festgemacht Ja Weil es ist nicht mehr gewickelt werden Vielleicht machen wir es hier Genauso wie mit den anderen Einzelfällen Dass wir die Kaffeepausen nutzen Um so ein bisschen die individuellen Geschichten Noch weiter zu diskutieren Eine Frage würde ich jetzt noch nehmen Weil ich gerade noch eine Hand gesehen habe Es sei denn, es hat sich erlebt Dann eine letzte noch Weil wir dann aus Zeitgründen Noch mal zu einem anderen Thema kommen wollen Ich versuche das ohne der Einzelfallbeschreibung Ganz kurz zu machen Es war auch ein Fall Was bei der Clearingstelle dann verhandelt wurde Ich selber bin EUTB-Beraterin Eine konkrete Frage Wahrscheinlich geht eher Richtung Herrn Mann Es war eine Elternassistenz beantragt Da ging es ganz klar um eine körperliche Beeinträchtigung Aber die Mutter hatte eben auch eine psychische Beeinträchtigung Beides Und am Ende ging es darum Eben zum Beispiel die Kinder von der Kita abholen zu können Mit denen Zeit zu verbringen Und es wurde nicht bewilligt Die Elternassistenz Man hat sich dann zusammengesetzt mit dem Jugendamt Und hat dafür Hilfen zur Erziehung Vorgeschlagen und durchgeführt Mit der Begründung Die Eltern waren schon über 27 Jahre Das habe ich nicht verstanden Also es gibt eine Umsetzungsbegleitung zum BTHG Das ist mir bewusst Aber es wäre schön, wenn man mir das nochmal erklärt Was das Alter damit zu tun hat Ob es eine Elternassistenz wird oder Hilfen zur Erziehung Also das war für mich nicht erklärt Das war dann schon quasi nachdem Das durch die Clearingstelle durchgegangen ist Hat man sich dann so geeinigt Zwischen Sozialamt und Jugendhilfe Wir schütteln erst mal mit dem Kopf Weil im Grunde genommen Das, was Sie beschreiben Es geht sozusagen um die Unterstützung der Eltern Und die ist ja nicht altersbezogen Das hat damit nichts zu tun Ich glaube, das ist umgeswitcht worden Oft dann von dem Körperlichen aufs Psychische Dann war man bei begleiteter Elternschaft Und dann hat man das Alter genommen als Begründung Dass die Eingliederungshilfe nicht greifen muss Okay, also die Grenze wäre sozusagen für die Eingliederungshilfe nach 35a Für das Thema seelische Behinderung Das könnte irgendwas damit zu tun haben Was ja nochmal so eine Sonderkategorie ist Auch im SGB VIII Was ich nicht besonders glücklich finde Weil man hat sozusagen die Definition Die anerkannte Definition für Behinderung übernommen Und macht das nochmal sein eigenes Ding Aber gut, das ist im Moment noch so Das könnte der Grund sein Im Grunde genommen geht es ja darum Den Bedarf zu erkennen Und dort auch das geeignete Instrument einzusetzen Und wenn es eben faktisch Hilfe zur Erziehung heißt ja Dass die Eltern oder der Elternteil eine Unterstützung braucht Bei der Erziehungsaufgabe Da bin ich wieder bei Frau Dr. Michel Denn die Eltern haben bewusst sich nicht ans Jugendamt gewandt Weil da die Ängste da waren Sondern wollten eine Unterstützung Aufgrund der körperlichen Beeinträchtigung der Mutter Na da sind dann wieder die Vorbehalte da Also ja, aber das ist glaube ich nichts Neues für uns Ein ganz wichtiges Thema Das hier noch gar keinen Raum gefunden hat Das wir aber auf jeden Fall ansprechen sollten Ist die Handreichung für eine praxisgerechte Unterstützung Von Eltern mit Behinderung und deren Kinder Deswegen einmal die Frage an Sie drei Was steht denn da drin? Ich habe eine Folie vorbereitet, könnte ich sagen Aber mal das, was wir gemacht haben Also diese Handreichung ist entstanden Durch die kooperative Zusammenarbeit verschiedenster Akteure Die ja auch vor Ort zusammenarbeiten sollen Auf einer anderen Ebene Und die hat genau dieses Phänomen gehabt Man arbeitet zusammen, kennt sich so ein bisschen Aber eigentlich nicht in den Details Als das nochmal herauszuarbeiten war Wer ist wofür zuständig? Was ist die leistungsrechtliche Grundlage? Was sind die Rechtsansprüche? Und wir haben versucht, das Papier so anzulegen Dass es sowohl in der Jugendhilfe gelesen werden kann Nach dem Motto, was steht da? Was ich über Eingliederungshilfe noch nicht weiß? Und wenn man in der Praxis nachfragt Wird man relativ viel finden, was man da nicht weiß? Und auch umgekehrt für die Akteure in der Eingliederungshilfe Zu schauen, was hat die Jugendhilfe für Instrumente? Also so ein wechselseitiger Erklärbär, sage ich mal Und haben dann eigentlich so zwei Also die rechtlichen Themen Der Leistungsabgrenzung und Zuständigkeit Haben uns sehr beschäftigt Da haben wir Lösungen dafür gefunden Die am Schluss pragmatisch sein müssen Das ist ja auch schon angeklungen Und wir haben so zwei Typisierungen Wie, sage ich mal Leistungsarrangements aussehen könnten Dort entworfen Hat eher mit den Möglichkeiten der Jugendhilfe zu tun Weil für Eingliederungshilfe ist es Elternassistenz Und das ist zum einen Also Leben im eigenen Wohnraum der Familie Mit einer ambulanten Hilfe zur Erziehung Kann sozusagen auf Familie fokussiert sein Kann auch noch mehr dazu kommen Da gibt es verschiedene Varianten Muss auf das passen, was da ist Also ich lebe im eigenen Wohnraum Bekomme eine ambulante Leistung Und die zweite Variante Die in der Zuständigkeitsabgrenzung etwas komplizierter ist Ist das Wohnen für Mütter und Väter mit Kindern Dort Paragraf 19 Das heißt, da wohnen Eltern Mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren Wenn sie da reingehen in die Einrichtung In einer Einrichtung Sie wohnen nicht im eigenen Wohnraum Diese Einrichtungen sollen so angelegt sein Dass die im Grunde genommen So eine Art Apportementcharakter haben Also mit Gemeinschaftsräumen Aber auch mit privaten Räumen des Rückzugs Das sind die beiden Varianten Und dann verweisen wir faktisch auf Also es gibt so ein Diagramm Für die Zusammenarbeit in der Hilfeplanung Was wir heute besprochen haben Also fokussiert auf Rechte der Betroffenen Auf rechtliche, leistungsrechtliche Grundlagen Und so ein paar Grundlinien der Zusammenarbeit Was, ich frage mal kurz dazwischen Was braucht es denn perspektivisch Um so ein Angebot in Sachsen bereitzustellen Das sich an dieser Handreichung orientiert Also wenn wir im Rahmen der Eingliederungshilfe So ein Angebot stricken wollen Ein Träger, der beide Bereiche Sowohl der Jugendhilfe Wie auch der Eingliederungshilfe abdeckt Dann braucht er die Professionalität Die der Jugendhilfeträger fordert Das sind meistens Sozialpädagogen Die federführend hier Die sozialpädagogische Familienhilfe erbringen Und dann aber auch die Fachkräfte Der Eingliederungshilfe Die die Eingliederungshilfe erbringen können Der Träger müsste Nach unseren Erfahrungen sind das Träger Wir haben einzelne Träger Mit denen wir eine Vereinbarung abgeschlossen haben Sind breit aufgestellt Und haben meistens auch eine Vereinbarung Mit dem Jugendamt schon Und haben eine Vereinbarung mit dem KSV Und solche, ich sage jetzt mal Leuchtturmprojekte versuchen wir Unsere Sozialplanung ist da dran Führt hier schon Gespräche Mit einigen Leistungserbringern In Sachsen flächendeckend Versuchen wir diese aufzubauen Also die Träger brauchen das Verständnis Für Behinderung Den Umgang So wie es auch heute in den Vorträgen Eigentlich sehr gut angeklungen ist Was die Kollegen da aus NRW berichtet haben Also diese wertschätzende Haltung Aber auch den professionellen Blick Aus dem Bereich der Jugendhilfe Förderung und Kindeswohl All das müsste ein Träger vereinbaren Und dafür geeignetes Personal einstellen Oder beschäftigen Und nach unserer Erfahrung Ist es doch dann meistens so Ich meine Es kann nicht nur eine Person sein Die in die Familie geht Die hat auch mal Urlaub oder wird krank Also dass der Träger zwei Personen Als Tandem einsetzt Der Idealfall Gibt es da Fragen von Ihrer Seite? Da bin ich vielleicht Der nicht fachlich kompetent genug Die Frage geht immer ans ganze Podium Ja ich komme von so einem Träger Wo so ein Projekt umgesetzt wird Und wir sind auch sachsenweit aktiv Und ich möchte einfach an der Stelle Mal was Positives kurz vor der Pause Noch einwerfen Die Einzelbeispiele sind ja doch Negativ geprägt gewesen Also in Zusammenarbeit mit Jugendamt und KSV Ist es gelungen so eine Geschichte aufzubauen Allerdings bewegen wir uns halt in Deutschland Immer sehr in Verwaltung In langen Behördengängen Und der Träger der sagt Wir machen sowas brauchen langen Atem Und da kann man nur jeden auffordern Den langen Atem zu haben Weil am Ende kann es ein richtig super Projekt werden Und man kann es durchstehen Und damit dann wirklich auch Betroffenen Hier eine zielgenaue Hilfe anbieten Das so als Positives Als zum Mitnehmen Es geht doch Aber seid geduldig Und hart aus Und fordert immer hartnäckig wieder ein Ich nehme an Mit Frau Hoffmann habe ich in der Vergangenheit Auch schon gearbeitet Es wird vielleicht jetzt in der Zeit Etwas mehr Bewegung in die ganze Sache kommen Und man braucht nicht noch mal zwei Jahre Vorbereitung bis zur Umsetzung Das wäre was, was ich mir wünschen würde Und noch als kleinen Ausblick Herr Herr Mann kann da bestimmt bestätigen Also die Gesetze werden ja auch Im Zusammenhang Jugendsozialamt Sozialamt-Kreisebene Also auch Trägerschaften Die uns hier helfen Demnächst irgendwann anschubsen So dass vielleicht mancher Weg Dann auch vereinfacht wird Und das Gerangel Welche Behörde ist Für welche Hilfe Für welches Alter zuständig Das klaut uns so viel Zeit Die dem Klienten verloren geht Leider Genau Gerne Applaus Ich wollte gerade sagen Das wäre eigentlich das optimale Positive Schlusswort Wir haben aber noch drei, vier Minütchen Und weil wir Frau Michel Um ihr Eingangsstatement gebracht haben Würde ich Ihnen anbieten Stattdessen die Schlussworte zu sprechen Danke für das Beispiel am Ende Weil wenn es nicht gute Beispiele gäbe Könnten wir unsere Arbeit nicht machen Und wenn es nicht Mitarbeiter in Ämtern Sowohl in der Eingliederungshilfe Als auch in der Jugendhilfe gäbe Die verstanden haben Worum es geht Könnten wir unsere Arbeit nicht machen Wenn wir die negativen Beispiele hier schildern Ist es immer so ein bisschen Klingt es immer so Möglicherweise immer ein bisschen negativ Aber wir möchten natürlich Auf die Probleme aufmerksam machen Die noch beseitigt werden müssen Damit das gelingt Was Sie uns gerade gezeigt haben Max, kannst du mir mal meinen Maitreis oder habe ich denn die Kornestrufe Was willst du haben? Nein, nicht von heute Es reichen auch ein paar freie Worte Wir haben eh jetzt nur noch drei Minütchen bis zur Kaffeepause Ich wollte eigentlich noch mal was sagen Zur Wahrnehmung des Rechts auf selbstbestimmte Elternschaft Was brauchen Leistungsberechtigte Leistungsabbringer Leistungsträger Und das wieder aus Erfahrung aus unserem Beratungsalltag Eltern als Leistungsberechtigte brauchen in erster Linie Vertrauen Vertrauen zu den Mitarbeiterinnen in der Eingliederungs- und in der Jugendhilfe Wenn das Vertrauen nicht da ist Wenn die heute schon mehrfach zitierte Angst Die Kontaktaufnahme regiert Dann ist teilweise auch schon vorprogrammiert Dass der ganze weitere Verlauf problematisch wird Leistungsträger Brauchen Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen Und Angeboten einerseits Und mit dieser Handreichung Die auf der Seite vom Landesjugendamt auch abgerufen werden kann Ja, Herr Mann? Ja Stehen eigentlich erstmal gerade hier vor Sachsen Sehr gute Informationen zur Verfügung Sie brauchen auch Informationen Zu den Ressourcen und individuellen Bedarfen der Leistungsberechtigten Wir haben es heute schon mehrfach angesprochen Wenn lediglich ein defizitärer Blick auf die Eltern gerichtet wird Also all das, was sie nicht können Können wir natürlich immer dazu Dass dann eben auch solche schlimmen Fälle entstehen Wo Kinder aus der Familie genommen werden Oder nicht bedarfsgerecht unterstützt werden Was wir brauchen, um auch die Handreichung letztendlich mit Leben zu erfüllen Denn Papiere sind immer Papier Die müssen mit Leben erfüllt werden Von denen, die in der Praxis handeln Ist auch nochmal ein Rahmenkonzept für Leistungsvereinbarung Weil vor allen Dingen auch kleine Träger, die sich auf den Weg machen Selbsthilfeinitiativen, die sich auf den Weg machen Einfach auch Sicherheit brauchen Bei der finanziellen Planung der Assistenzköpfte Und wir sollten die Leitlinien der begleiteten Elternschaft, die in Nordrhein-Westfalen auf wissenschaftlicher Basis ausgearbeitet wurden Tatsächlich auch bei uns in Sachsen hier zu Leitlinien unseres Handelns machen Was gehört noch dazu? Wir brauchen Weiterbildung zur ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinderung Die ICF ist die Grundlage eigentlich für die heutigen Regelungen in der Bedarfsfeststellung in der Eingliederungshilfe Sie erfasst nicht nur die Art der Schädigung, sondern auch die ganzen Faktoren rundherum Wie soziale Netzwerke, Sozialisation des Betreffenden, Barrierefreiheit im Umfeld und so weiter Und auf dieser Basis, wenn das alles mit einbezogen wird Wenn das auch in den Hinterköpfen ist, bei denen die Leistungen bewilligen Sind wir auch schon wieder einen Schritt weiter, weil dann auch mit mehr Hintergrundwissen gearbeitet werden kann Und was auch wichtig ist, sind Informationen zur barrierefreien Kommunikation Ich sage dann gleich noch was dazu Analog für Leistungserbringer, auch die brauchen Informationen zu den gesetzlichen Grundlagen Zu den finanziellen Grundlagen, zur Handreichung, zu den Leitlinien Was ganz wichtig ist, dass die Leistungen im Sozialraum angeboten werden, dort wo die Eltern wohnen Wir erleben es immer noch zu oft, dass Eltern wirklich aus ihrem sozialen Umfeld wegziehen müssen Oder gesagt wird, wir haben dann dort und dort ein Angebot gefunden Da muss die Mutter eben dorthin umziehen Nein, die Angebote müssen zu den Muttern kommen oder zu den Eltern kommen Die Hilfe muss dann einfach auch, wir haben es vorhin schon von Frau Hoffmann gehört So geleistet werden, dass sich Leistungsanbieter auf den Weg machen Und sowohl Leistungen mit Kenntnissen aus dem Bereich der Jugendhilfe Als auch aus dem Bereich der Eingliederungshilfe anbieten Damit die Unterstützung bedarfsgerecht erfolgen kann Und wir haben, also es darf nicht passieren, dass gesagt wird Auch das haben wir in Praxis gehabt Die Mutter passt nicht in unser Angebot Nee, das Angebot muss sich an die Bedürfnisse und Bedarfe der Mutter anpassen Und Raoul Krauthausen, Behindertenaktivist, hat einen sehr schönen Satz geprägt Hat gesagt, wer Inklusion will, findet Wege Wer sie nicht will, findet Ausreden Und in diesem Sinne denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir hier weiterkommen Auch, also wirklich in dem gesamten Prozess beginnt von der Bedarfsplanung Von der Bedarfsfeststellung Wir haben heute schon mehrfach gehört, es gibt unterschiedliche Instrumente Die Eingliederungshilfe hat hier in Sachsen einen integrierten Teilhabeplan Aber im ITP, Kurzform davon, taucht Elternschaft nur in den Fragebogen Sucht und herausforderndes Verhalten auf In dem Basisbogen ist die Elternschaft nicht mit drin Denn wir sagen deshalb unseren Eltern immer Bring sie vor allen Dingen in diesen ITP-Gesprächen Ihre Ziele zur Umsetzung ihrer Elternschaft an Machen sie die deutlich In der Jugendhilfe haben wir das Hilfeplanverfahren Herr Mann hat es schon dargestellt Sozialpädagogische Diagnostik und kollegialer Austausch Klingt gut und hat sich sicher in vielen Fällen bewährt Aber es gibt eine Studie von der Evangelischen Hochschule Ressen Dazu, wie sich Absolventinnen in den sozialpflegerischen Berufen auf ihr Berufsfeld vorbereitet fühlen Und da steht die Vorbereitung auf den Bereich Eingliederungshilfe an vorletzter Stelle Das heißt, in der Ausbildung von Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen Spielt dieser Bereich eine sehr untergeordnete Rolle Und auch in unserer Studie, die ich heute Vormittag genannt hatte Zeigte sich, dass zwei Drittel der teilnehmenden Jugendämter Angaben, dass sie keine speziellen Kenntnisse zum Bedarfen von Eltern mit Behinderung haben Das heißt also, hier muss wirklich auch mit Weiterbildung gearbeitet werden Dann können Informationen gegeben werden, dass alle auch mit einer sicheren Basis dann agieren können Für uns, und das muss ich hier auch nochmal sagen, es ist heute auch schon mehrfach angeklungen Das Kindeswohl ist natürlich auch für uns das höchste zu schützende Gut Eine Kindeswohlgefährdung besteht aber nicht aufgrund der Behinderung der Mutter oder des Vaters Ein Risiko kann es dafür sein Zur Kindeswohlgefährdung wird die Behinderung dann Wenn den anspruchsberechtigten Eltern die Unterstützung verweigert wird Oder nicht bedarfsgerecht bewilligt wird Oder wenn die Eltern keine Einsicht in den Unterstützungsbedarf haben Und keine Unterstützung einnehmen Auch das passiert hin und wieder in der Praxis Und dann kann tatsächlich eine Behinderung auch zur Kindeswohlgefährdung werden Ja und als letzter Gedanke von mir Ich strapaziere den Gedanken Weiterbildung ja immer wieder Bei Weiterbildungsangeboten sind Eltern mit Behinderungen als Expertinnen in eigener Sache Unbedingt einzubeziehen, damit wir diesen Blickwechsel erreichen Weil das ein Unterschied ist, ob ich als Referentin komme oder als Antragstellerin Und werde anders wahrgenommen Frau Hoffmann hat vorhin von Verena Bendele gesprochen Wenn Menschen mit Behinderung mehr die Chance haben, auch gleichberechtigt mitzureden Und das ist ja unser Anliegen auch heute hier Dann werden sie auch anders wahrgenommen Und deshalb Weiterbildungsangebote immer mit den Eltern Ich praktiziere das seit vielen Jahren an der Medizinischen Fakultät Für das Wahlfach Sexualität, Elternschaft, Partnerschaft mit Behinderung Jedes Mal nach dem Gesprächsblock, wo wir vier Stunden mit Eltern mit Behinderung reden Kippt bei unseren Studenten der Schalter Danach regen sie sich über das negative Behindertenbild ihrer Kommilitoninnen auf Und das zeigt, wir müssen den Menschen mit Behinderung zuhören Ein Wort verleihen, eine Stimme verleihen, ein Gesicht verleihen Und an den entsprechenden Rahmenbedingungen auch weiterzuarbeiten Damit alle Beteiligten, sowohl Leistungsträger als auch Leistungserbringer Und natürlich vor allem Leistungsberechtigte Das bekommen, was sie brauchen An Unterstützung, an Hilfen Und letztendlich an Perspektiven für sich und ihre Familien Danke für das Schlusswort Ganz herzlichen Dank an das Podium, dass Sie sich den Fragen gestellt haben Bevor wir zu den Workshop-Ergebnissen kommen Ganz wichtig, Frau Lodin vermisst ihren Fahrradhelm Ach und, da ist er auch schon Okay, dann hat sich das jetzt erledigt Und wir können direkt in die Präsentation der Workshop-Ergebnisse starten Damit wir alle nämlich auch ein bisschen darüber erfahren Was in den anderen Workshops passiert ist Bitte ich jetzt gleich eine oder einen Workshops-Verantwortlichen nach vorne Und diese Person hat dann knackige fünf Minuten Zeit Das ein bisschen zusammenzufassen Und ich werde auch ganz streng auf die Uhr gucken Dann gibt es gegebenenfalls noch eine kurze Zusammenfassung in leichter Sprache Und dann haben Sie noch mal drei Minuten für ein oder zwei Nachfragen oder Kommentare Wir verlieren auch keine weitere Zeit Wir starten direkt mit Workshop 1 In dem ging es ja um die Unterstützung von Familien durch einfache Elternassistenz Und da bitte ich die oder den Verantwortlichen Wunderbar nach vorne Ich gebe Ihnen dann ein Zeichen, wenn Ihre fünf Minuten um sind Vielleicht sind Sie aber auch schneller Ja Ja, hallo Ich bin Marc Sidio von der Fachstelle für begleitete Elternschaft Und wir haben ja den Elternassistenzverein gegründet Um Elternassistenz anzubieten Und in dem Workshop waren 19 Personen verschiedenster Leute und Richtungen Und wir haben die Begleiter, also die Gründe, warum man Elternassistenz braucht Die Umstände, wie sie sein sollte, wie sie sein kann Die Vorteile und Nachteile besprochen hatten von der Frau Hölzl, die das selbst seit zehn Jahren begleitete Elternschaft Also normale Elternassistenz bekommt Begleitet und sie hat ihre Sachen gesagt und erzählt Sie hatte auch dazu ein Handout uns gegeben, wo sie das emotional beschrieben hat Was eine Assistenz leisten soll Und wir haben von der Fachstelle jetzt eine Weiterbildung Bieten wir an im Oktober und im November Um Elternassistenten weiterzubilden Und auch qualifizierte Elternassistenz Also beides, mit Erste-Hilfe-Kurs und Kinderschutzbeitrag Sodass man die Grundsachen kennt von Elternassistenz Das war's Hervorragend Darin können sich alle ein Vorbild nehmen Dankeschön Gibt es von euch eine Ergänzung in leichter Sprache? Also ich kann, es hat eine Frau gesprochen Sie ist Mutter mit Behinderung und sie hat ihre Erfahrungen erzählt Und welche Vorteile es gibt und welche Nachteile es gibt Welche Schwierigkeiten Und im Oktober, November gibt es einen Kurs Eine Schulung für Elternassistenz Einfache Elternassistenz und unterstützte Elternschaft Gibt es von Ihnen Fragen oder Kommentare? Das sieht nicht so aus Vielleicht auch schon ein bisschen müde Aber sicherlich stehen Sie vielleicht ja auch noch für Fragen nach der Veranstaltung zur Verfügung Wunderbar Dann danke ich Ihnen sehr für die Zusammenfassung Und wir machen dann einfach direkt weiter mit Workshop 2 Der sich mit begleiteter Elternschaft in der Praxis befasst hat Wir waren 27 Leute im Workshop und eine sehr bunte Gruppe Es waren Menschen dort, die bei Leistungserbringern arbeiten und schon begleitete Elternschaft machen Es waren Interessierte da, die noch ein Angebot aufbauen wollen Es waren Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen vertreten Und es waren verschiedene Mitarbeiterinnen von Leistungsträgern Also vom Jugendamt und von Eingliederungshilfeträgern da So dass wir wirklich diese ganz verschiedenen Blicke auf das Thema begleitete Elternschaft in der Praxis hatten Wir haben kein Thema vorgegeben, sondern in die Runde gefragt Wo einfach Austauschbedarf bestand und damit haben wir auch die gesamte Zeit gefüllt Genau, das erste Thema war, dass wir uns darüber ausgetauscht haben Wie eigentlich eine begleitete Elternschaft anfängt Also wie die Anstragstellung losgeht und wie die verschiedenen Möglichkeiten aussehen Wenn man Jugendhilfe in Anspruch nehmen will und dann hinterher Eingliederungshilfe oder umgekehrt Haben festgestellt, dass es eben sehr viele oder sehr unterschiedliche Wege gibt Und dass die Zusammenarbeit der Leistungsträger, also die nachher die Hilfe finanzieren Und die Maßnahmenplanung machen, dass das sehr wünschenswert ist Wenn die auch gut zusammenarbeiten und Absprachen treffen Und wir hatten Beispiele aus der Praxis, wo jemand gesagt hat Das ging aber auch ohne ganz gut Und wir haben Beispiele aus der Praxis gehört Es wurde nicht gemacht und lief dann nicht so gut Und wir hatten auch Beispiele aus der Praxis, wo gesagt wurde Die sprechen miteinander und es läuft gut Also alles war dabei Zum nächsten haben wir uns dann mit der Umsetzung der Hilfe Also wie die Unterstützung in der Familie organisiert wird ausgetauscht Da war das Thema, dass ja, wenn es Familien Also wir haben nur über Familien, die in eigener Wohnung leben und Unterstützung bekommen gesprochen Dass wenn Familien Hilfe aus der Jugendhilfe bekommen und aus der Eingliederungshilfe Dass dann schnell drei, vier, fünf Unterstützungspersonen in einer Familie sein können Manchmal gibt es noch rechtliche Betreuer Und dass es eine sehr schwierige Situation ist Sowohl für die Eltern als auch für die Fachkräfte Und da haben wir eben auch uns ausgetauscht Ob es andere Möglichkeiten gibt und welche Vorteile oder Nachteile das jeweils hat Genau, es würde jetzt glaube ich zu weit führen, wenn ich das auch noch so benenne Rausgekommen ist aber natürlich, dass es immer Absprachen zwischen den verschiedenen Fachkräften geben muss Damit es wirklich auch eine gute einheitliche Unterstützung ist Und dass diese Absprachen zum Teil zeitaufwendig sind Ja und dass wenn die Absprachen fehlen, dass für manchmal für Eltern auch ein bisschen undurchsichtig und verwirrend ist Und auch Eltern nicht immer ganz klar haben Welche Unterstützungsperson ist jetzt eigentlich für welches Thema da Oder selbst wenn das da ist, dann ist auch manchmal das Leben einfach so Dass was passiert und dann muss einfach die Unterstützungsperson, die gerade da ist, reagieren Auch wenn sie eigentlich für das Thema nicht zuständig ist Das kann ja auch passieren Genau, dann haben wir uns noch dazu ausgetauscht Dass man ja ein Angebot auf unterschiedliche Weise organisieren kann Auf der einen Seite besteht die Möglichkeit, dass man einen Dienst hat Der in eine Familie kommt und den Jugendhilfeteil erbringt Und die Jugendhilfe eben leistet Und einen anderen Dienst, der die Eingliederungshilfe leistet Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es einen Dienst gibt Der beide Leistungsformen anbietet Also der Jugendhilfeträger ist und Eingliederungshilfeträger Und einfach zwei Teams hat Und dann die Hilfe aus einer Hand leistet Und noch die dritte Möglichkeit Es war auch ein Träger vertreten, der gesagt, also die ihre Arbeit vorgestellt haben Dass sie über beide Leistungsträger finanziert werden Aber alles aus einer Hand aus einem Team geleistet wird Und dann gab es noch ein Beispiel, dass es auch eine Familie gibt in der Praxis Die einfach ein Pool, also eine bestimmte Menge von Stunden bewilligt bekommen hat Von beiden Leistungsträgern Und dass der Träger, der Leistungserbringer mit den Eltern gemeinsam besprechen kann Ach, wie viele Stunden brauchen wir diese Woche davon und wie viel brauchen wir davon Also das hörte sich so am schönsten und praktischsten an Genau, also da ganze Brandbreite, alles hat seine Vor- und Nachteile, haben wir diskutiert Genau, und zum Schluss sind wir nochmal auf das Thema professionelle Haltung zu sprechen gekommen Und haben uns nochmal zu dem Thema Professionalität ausgetauscht Denn es ist nochmal die Idee aufgekommen oder der Hinweis gekommen Dass ja eigentlich diese Reflexion, dieses Nachdenken über diese Spannungsfelder Die ich auch heute Morgen vorgestellt habe Dass das ja eigentlich eine ganz normale sozialpädagogische Arbeit ist Das stimmt ja auch so Also wir alle Fachkräfte haben das ja eigentlich im Studium so als gelernt Und das ist unser Auftrag Und haben aber darüber uns ausgetauscht Dass in der begleiteten Elternschaft das vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung ist Oder ein besonderes Augenmerk braucht Und haben auch nochmal zusammengefasst Dass es vielleicht auch damit zusammenhängt Dass man je nachdem mit welcher Zielgruppe man arbeitet Also mit welchen Menschen man arbeitet Und eben diese ganzen Spannungsfelder auch eine unterschiedliche Wichtigkeit haben Genau Und Sie wollten noch was ergänzen Weil ich das jetzt zu schwer und zu schnell oder was vergessen habe Ich würde es nochmal kurz zusammenfassen Also wir haben über ganz verschiedene Dinge gesprochen Wir haben uns einfach frei ausgetauscht Und es waren auch ganz verschiedene Personen dabei Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen Die Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe sprechen sich nicht ab Der Wunsch ist Unser Wunsch ist Das sollte anders sein Aber wir haben gesagt Manchmal klappt es trotzdem gut Manchmal klappt es nicht gut Und manchmal sprechen die sich schon ab Und wir haben auch gesagt Es gibt oft sehr viele Assistenzpersonen Und das ist oft nicht einfach für die Eltern Sie müssen sich auch viel absprechen Das ist auch nicht einfach für die Assistenzpersonen Und für die Eltern ist oft nicht klar Wer kümmert sich worum Und manchmal ist da auch gar nicht die Zeit Das zu teilen Und die Assistenzperson muss das machen Was gerade ansteht Und auch wenn es nicht die Aufgabe ist eigentlich Wir haben auch gesagt Man kann das ganz verschieden organisieren Die gleiche Einrichtung kann nur Sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern Oder auch um die Eltern Es kann verschiedene Teams geben in der Einrichtung Oder es kann ein Team geben, die alles machen Und wir haben von einer Familie gesprochen Die hat eine feste Stundenanzahl Und kann immer selber entscheiden Wofür möchte ich Assistenz in dieser Woche haben Das ist sehr schön Ich habe an der Stelle müssen wir Oder zumindest einen Schlusssatz noch Oder so Denn dann haben wir noch eine Minute Falls es eine Nachfrage von Ihnen gibt Oder eine Ergänzung Gut Dann können wir direkt weitermachen Mit Workshop 3 Wer hatte das Ziel Erfahrungen und Herausforderungen auszutauschen Bei der Beratung von Eltern mit Behinderungen Im Rahmen der ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung Genau das ist das Mikrofon Ich müsste hier rüber gehen Ach so Weil es eine Visualisierung gibt Wunderbar zusammengefasst hat Was wir in unserem Workshop besprochen haben Also wie gesagt Bei uns ging es um die EUTB Und was die EUTB leisten kann Für Eltern mit Behinderungen Es war ein sehr offener Austausch Wir hatten Fragen vorbereitet Zwar aber ein dankenswertes Publikum Was direkt in die Diskussion eingestiegen ist Und wir konnten gut zusammentragen Also was wir herausgefunden haben Oder was wir besprochen haben Ist der Vorteil der EUTB Ist die Empathie Die einem entgegengebracht wird In der Beratung Dass man sich erstmal durch die Peerberatung Also Betroffene beraten Betroffene Aufgehoben und verstanden fühlt Und damit auch Die Möglichkeit bekommt Von sich zu erzählen Und das wurde auch nochmal herausgestellt Wie wichtig auch die EUTB Gar nicht so Also schon auch inhaltlich Aber auch diesen Rahmen zu geben Den Raum zu geben Die Zeit zu geben Dass man von sich erzählen kann Und dass man da auch erstmal Oder wir auch als Berater erstmal erfahren Wie ist denn die Lebenslage Und wo können wir denn gut ansetzen Mit unserer Beratung auch Ebenso herausgestellt Haben sich der Vorteil Von Kooperationen und Netzwerken Da haben wir dann auch So ein paar Beispiele mit genannt Das im Leipziger Raum Ist zum Beispiel Inklusiva Ein Verein, der sich schon aufgemacht hat Begleitete Elternschaft anzubieten Aber auch der BBE Ist wieder lobend erwähnt worden Als wunderbare Institution Um Informationen über Eltern mit Behinderung Und Elternassistenz zu bekommen Vosea ist ein Verein Der auch unheimlich wichtig ist Was Budgetabrechnungen Und ähnliches betrifft Jetzt muss ich kurz lesen Genau Was wir im Rahmen dieser Vernetzungs- Und Kooperationsdiskussion Was sich wirklich herausgestellt hat Wie hilfreich und wichtig Das auch für die Eltern ist Dass sie schnell und sinnvoll Weiter gelotst werden Also an die richtigen Stellen Dann gelotst werden Wo sie dann auch Die notwendige Hilfe bekommen können Die Fachstelle ist eine davon Genau Was immer so ein bisschen Diskussion auch ist Inwieweit wir als EOTB unterstützen sollen Und dürfen Auch bei der Antragstellung Und auch da kam nochmal ganz deutlich Auch von den Eltern heraus Dass sie sich wünschen Dass sie bei der Antragstellung Für Leistungen begleitet werden Und gut beraten werden Und eben den Weg Nicht alleine gehen müssen Sondern da auch die Unterstützung Der EOTB bekommen Und dass auch im Rahmen dieser Beratung Verfahrensabläufe Und vor allen Dingen Hürden In diesen Verfahrensabläufen Schon angezeigt werden Dass auch schon Dann Stress rausgenommen wird Indem man schon vorher Darauf hinweist Das kann eine Weile dauern Und das könnte dir in die Hürde geben Da können sie sich wieder an uns wenden Da können wir dann vielleicht Zur Not einen Anwalt engagieren Oder wie auch immer Oder auf einen Anwalt verweisen Da sind wir auch bei den Hürden Das gibt sie natürlich Die größte Hürde sind Also ich habe das nicht von mir Behörden als eine der Hürden genannt Weil es einfach irrsinnig lange dauert Bis ein Antrag erst mal lanciert ist Bewilligt ist Und sich dann in die Tat umgesetzt hat Dann ist auch ein weiteres Problem Dass die Leistungsanbieter Die Landschaft der Leistungsanbieter Noch nicht so ausgeprägt ist Dass man direkt auf Assistenten Immer wieder zugreifen kann Was immer wieder ein Problem ist Assistenten werden schwer gefunden Im Zusammenhang mit der Bewilligung Manchmal sucht man Assistenten Schon vorher Bevor die Bewilligung da ist Dann springen die Assistenten Natürlich wieder ab Weil sie auch irgendwie Geld verdienen müssen Und dann nicht zur Verfügung stehen Wenn dann das Geld endlich da ist Das sind große Probleme Die wir haben Die Zuständigkeiten der Behörden Da ist ja Wunsch und Wirklichkeit Auch ein bisschen Driftet ein kleines bisschen auseinander Also im Gesetz steht Die Behörde muss sich die Zuständigkeit Selbst überlegen Und das dann gegebenenfalls weiterleiten Wir kennen die Realität Es ist nicht immer so Oder beziehungsweise wird es halt Sehr lang rausgezögert Dann ist ein großes Problem Überhaupt die Landschaft einschätzen zu können Also welche Angebote gibt es denn Und wo finde ich die Wo finde ich Informationen zu den Angeboten Und was beinhalten die Und natürlich auch wieder die Antragstellung Dass einfach die Art der Bedarfsfeststellung Manchmal noch nicht optimal läuft Und auch da Nochmal darauf bewiesen muss Welche Rechte man hat Welche Möglichkeiten es gibt Und wie es vor allen Dingen Eigentlich idealerweise aussehen sollte Um dann auch sagen zu können Moment Also ich weiß, dass das so laufen muss Sie brauchen einen Bedarfsfeststellungsbogen Sie können ja nicht mit einem Zettel und einem Stift kommen Und dann versuchen das hinterher zu übertragen Das weiß man aber auch erst Wenn man einmal in die Falle getappt ist Damit sind die fünf Minuten eigentlich durch Sie haben noch einen Abschlusssatz würde ich sagen Wunderbar Wünsche Dann kommen wir kurz zu den Wünschen Also ein großer Wunsch ist Mehr Personal Mehr Geld Mehr Personal für EUTB Also für die EUTBen Und eben auch mehr Geld Für die Finanzierung dieser Assistenten Und Unterstützung Super, Dankeschön Sogar Applaus Sie sind auch sicherlich dazu eingeladen Sich die Visualisierung abzufotografieren Wenn Sie da Interesse dran haben Dann schaue ich mal Es geht jetzt um die Beratung von Eltern In der Teilhabeberatungsstelle Das geht um die Beratung für Eltern Mit Behinderungen Zu dem Thema wurde in der Gruppe gesprochen Die Berater und Beraterinnen sind selbst erfahren Haben also Selbstbehinderung Und da beraten also gleiche, gleiche Man kann erzählen Und alles bleibt da Wir wissen, was wir machen können Wurde gesagt Es gibt viele Kooperationspartner Da sind viele Infos auch Da in der Teilhabeberatung So, dass Eltern Tipps bekommen Wohin sie gehen können Und es geht auch um die Frage Was darf Teilhabeberatungsstelle anbieten Also begleiten zum Beispiel Das wünschen sich viele Es gibt auch Barrieren in den Abläufen Zum Beispiel Hürden Dass Leistungsanbieter sind schwer zu finden Oder Assistenz springt wieder ab Und Angebote Anfragen oder Angebote werden Manchmal nicht weitergeleitet Da weiß ich nicht mehr genau, was das war Ehrlich gesagt Infos zu Angeboten schwer zu bekommen Aber bei der Teilhabeberatung klappt das Die haben die Infos Antragstellung Die Anträge werden nicht weitergeleitet Wenn sie gestellt sind Die müssen eigentlich von der ersten Stelle bearbeitet werden Und das klappt nicht Immer Wünsche Mehr Personal für die Teilhabeberatungsstelle Und mehr Geld Dankeschön Gibt es denn zu Workshop 3 von Ihrer Seite eine Frage? Das habe ich mir fast gedacht Aber dann schauen wir uns einfach direkt Workshop 4 an Da ging es ja um die qualifizierte Elternassistenz Und weil da das Interesse so groß war Haben wir aus dem Workshop eine kleine Podiumsdiskussion gemacht Und die wird jetzt Frau Michel zusammenfassen Achso, die Uhr brauche ich trotzdem Wir hatten im Workshop 3 kurze Oder in der Podiumsdiskussion 3 kurze Input-Referate Von Frau Hoffmann vom KSV Sie hat mal den gesamten Ablauf von der Antragstellung Bis zur Bewilligung bestenfalls dargestellt Insbesondere ist sie darauf eingegangen Dass es wichtig und sinnvoll ist Dass ich gerade bei diesen trägerübergreifenden Leistungen Der qualifizierten Elternassistenz Begleiteten Elternschaft Die Beteiligten an einen Tisch setzen Und auch das Bedarfsfeststellungsverfahren Nach Möglichkeit gemeinsam machen Nicht, dass ein Tag Der eine mit seinem Bogen kommt Und den anderen Tag der nächste Und die Eltern damit immer wieder zusätzlich belastet Und auch verunsichert werden Es ging dann um diese Achso, und über die Bedarfsfeststellung Dann im besten Fall bis zu einem Gesamtplanverfahren Gesamtplankonferenz Wo dann gemeinsam darüber beraten wird Wer übernimmt welchen Part Wer bezahlt Welche Leistung Wie viel bezahlt jeder Weil viele Leistungen Gerade in der begleiteten Elternschaft Ja gar nicht so direkt getrennt werden können Und letztendlich an der Lebenswelt Und der Lebenssituation der Familien orientiert werden müssen Wurde dann nochmal kurz diskutiert Über die erhebliche Teilhabebeeinträchtigung Dass hier trotz bestehender Trotz vorliegenden Schwerbehindertenausweisen Gerade Behinderung Das Gesundheitsamt damit beauftragt wird Nochmal ein Gutachten einzuholen Ob die Beeinträchtigung Oder die Teilhabebeeinträchtigung Tatsächlich erheblich ist Herr Mann hat uns dann den Blick Auf die Jugendhilfe eröffnet Und hat Zu Hilfeplanverfahren In der Jugendhilfe gesprochen Und uns auch nochmal Die Handreichung für eine Praxis Ich kriege den Titel immer nicht zusammen Handreichung für eine Praxis Orientierte Unterstützung von Eltern mit Behinderung Ein gutes Papier Das Leistungsträgerinnen und Leistungserbringern Eigentlich Handlungsrichtlinien an die Hand gibt Wichtig ist Dass es in der Praxis umgesetzt wird Was Was wichtig ist Was deutlich geworden ist Dass es eine Vernetzung statt Dass eine Vernetzung stattfinden muss Eine Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Leistungsträgern Leistungserbringern Und Eine Kooperationsbereitschaft Und Kooperationsfähigkeit Zwischen Jugendhilfe und Eingliederungshilfe Da sein muss Damit es Tatsächlich zu Guten Lösungen kommt Am Ende Was haben wir noch Achso Diese Handreichung Zur praxisorientierten Unterstützung Ist auf der Homepage des Landesjugendamts Sachsen abrufbar Und wer Interesse hat Sollte die sich Wirklich auch mal Anschauen Was etwas problematisch ist Dass es immer noch getrennte Bescheide Getrennte Zuweisung Der Zuständigkeit Und so weiter gibt Und dass das Dann auch für Leistungserbringerteil Also schwierig ist In der Diskussion Wurde herausgearbeitet Dass diese einfache Ich sage es jetzt mal Einfache sozialpädagogische Familienhilfe In den meisten Fällen Nicht geeignet ist Für Menschen mit Behinderung Für Eltern mit Behinderung Sondern dass es hier wirklich auch Qualifikationen geben muss Wie wir es heute früh auch schon Von Frau Sprung gehört haben Die Fähigkeiten Der sozialpädagogischen Der sozialpädagogik Mit Fähigkeiten Zu arbeiten mit Menschen Mit Behinderung vereint Damit die Unterstützung Wirklich bedarfsgerecht Auf die jeweilige Behinderung Der leistungsberechtigten Abgestimmt ist Ja Herr Mann Haben Sie noch Also im Fazit Dann nochmal Im Überlegen Was ist die Situation Da entstehen Also es gibt Standorte Die auch funktionieren Die sozusagen Leistung erbringen Und es entstehen noch weitere Und ich glaube wir brauchen So eine Art Vernetzung Und Austausch Um A sozusagen festzustellen Was gelingt Was ist gut Was sollte man tun Und B ist Wo sind noch Baustellen Wo muss noch Entwicklung Stattfinden Also so eine Austauschräume Braucht man eigentlich Für die Akteure An der Stelle Damit es eben stärker Ins Bewusstsein Und in den Alltag Auch übergeht Das perfekte Schlusswort Dann würde ich nochmal An euch weitergeben Es gab drei Sprecherinnen Es ging um Das Thema Antrag Wie kann man einen Antrag stellen Zum Beispiel im Bereich Eingliederungshilfe Da geht es vor allen Dingen Um das Thema Was braucht jemand Um als Eltern Ja die Aufgaben zu schaffen Und wer zahlt was Da geht es drum In der Gesamtplankonferenz Da kommen dann viele verschiedene zusammen Also der Antragsteller Antragstellerin Und auch von den Ämtern Leute Dann gibt es ein Gespräch Und das Wichtige im Gespräch Ist immer Was ist der Bedarf Was braucht jemand Und darum geht es dann auch Und um die Frage Hat jemand Große Schwierigkeiten Mitzumachen Mitzubestimmen Also um das Thema Teilhabe Für sich selbst entscheiden Das ist der Schwerpunkt Das ist der Schwerpunkt von dem Gespräch Es ging noch um den Leitfaden Praxis Hat Herr Mann vorgestellt Und Antrag beim Jugendamt stellen Für diese sozialpädagogische Familienhilfe Auch Und über die Zusammenarbeit Wurde auch viel gesprochen Zusammenarbeit Also wie können verschiedene Einrichtungen Wie können verschiedene Anbieter Gut zusammenarbeiten Und zum Abschluss Ging es auch um verschiedene Beispiele Aus der Praxis Und was klappt gut Was klappt noch nicht gut Und dass mehr Alle mehr miteinander sprechen Dass das wichtig ist Dankeschön Ich frage Sie vorsichtshalber Trotzdem nochmal Haben Sie eine Frage Zu Workshop 4 Oder ist Ihnen inzwischen Eine zu den anderen Workshops Eingefallen Okay Aber auf jeden Fall Danke ich Ihnen ganz herzlich Für Ihre aktive Mitarbeit In den Workshops Und wir nähern uns jetzt schon Dem Ende des Fachtags Aber bevor wir jetzt gleich Alle auseinander gehen Soll quasi als Quintessenz Dieses Fachtags Die Leipziger Erklärung Verlesen und verabschiedet werden Und dafür bitte ich nochmal Frau Dr. Michel zu mir nach vorne Bevor ich mit der Leipziger Erklärung Beginne möchte ich Ein ganz ganz herzliches Dankeschön aussprechen Carina Krause Für Ihre Moderation Meinem Vorbereitungsteam Das wirklich ganz toll Und fleißig gearbeitet hat In den letzten Tagen Immer intensiver Und dazu beigetragen hat Dass der Fachtag Organisatorisch Inhaltlich gut gelungen ist Und natürlich Ein ganz großes Dankeschön Auch unseren DolmetscherInnen Die Gebärdensprache In leichter Sprache Und in Schriftsprache Übersetzt haben Ja und letztendlich Auch Ihnen allen Vielen Dank Dass Sie uns zugehört haben Dass Sie mitdiskutiert haben Und mit uns gemeinsam Auch das Thema Elternschaft mit Behinderung Weiter im Blick behalten wollen Und noch ein Satz Bevor ich die Erklärung vorlese Es hat vorhin Einen ganz Prägnanten Schreibfehler gegeben Weil das Schreibprogramm Der Schriftteilmetscher Ja manchmal selber mitdenkt Und da stand Hier vorne ganz groß Dass in den Verfahren Eine Einbeziehung Von allen Unfallbeteiligten Personen Erfolgen soll Meine große Hoffnung ist Dass zukünftig Es keine Unfälle mehr gibt Wenn es um Begleitete Elternschaft Elternassistenz geht Sondern dass wir Von den fallbeteiligten Personen sprechen können So Und unsere Leipziger Erklärung Selbstbestimmte Sexualität Partnerschaft Und Elternschaft Sind grundlegende Menschenrechte Mit der Ratifizierung UN-Behindertenrechtskonvention Hat sich Deutschland 2009 Zur Achtung dieser Rechte Verpflichtet Das Bundesteilhabegesetz Regelt den Anspruch Auf Leistung Bedarfsgerechter Unterstützung Von Eltern mit Behinderungen Im Sinne dieser Konvention Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz Stärkt die Rechte der Eltern Und Kinder Im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention Die Realität der Familien Sieht noch zu oft anders aus Noch immer stoßen Menschen Mit Behinderung Bei Kinderwunsch Auf Unverständnis Bedenken Oder gar Ablehnung Noch immer erhalten Eltern mit Behinderung Oft nicht die Unterstützung Die sie benötigen Oder müssen sich diese Erkämpfen Obwohl sie einen gesetzlichen Anspruch darauf haben Noch immer sind Ämter Und Behörden Nicht zufriedenstellend In der Lage Sich auf die Bedarfe Von Eltern mit Behinderung Einzustellen Und ressourcenorientiert Unterstützung anzubieten Noch immer gibt es zu wenig Bedarfsgerechte Unterstützungsangebote für Eltern Mit Behinderungen im Sozialraum Und das betrifft Noch immer werden Eltern mit Behinderung Bei der Wahrnehmung ihres Rechts Auf Selbstbestimmung zu wenig Als Experten in eigener Sache betrachtet Was sind die Anforderungen An eine bedarfsgerechte Unterstützung Der Eltern Aktivitäten zur Umsetzung Der UN-Behindertenrechtskonvention Müssen neben so wichtigen Punkten Wie Armutsvermeidung Selbstbestimmte Teilhabe An Bildung und Arbeit Wohnen Und politischer Partizipation Auch den Lebensbereich Sexualität Partnerschaft und Elternschaft Berücksichtigen Gehört er doch zu den menschlichen Grundbedürfnissen und Grundrechten Die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Unterstützung von Eltern mit Behinderungen Im Sinne der UN-BRK Erfordert einen konsequenten Abbau Ideeller, struktureller und materieller Barrieren in allen Bereichen der Gesellschaft Das heißt Schnelle und unkomplizierte Hilfen Für Eltern und Kinder sind bei Bedarf Zur Verfügung zu stellen Elternschaft und die Verantwortung für Kinder Muss in die Bedarfsermittlung Aufgenommen werden Auch dann, wenn die Kinder nicht ständig Bei dem jeweiligen Elternteil Beziehungsweise bei den Eltern leben Bundeseinheitliche Standards Zur Bedarfsermittlung Sind zu entwickeln, die die Lebenslage Elternschaft berücksichtigen Hilfen sind vorrangig aus einer Hand Zu gewährleisten Bei trägerübergreifenden Leistungen Muss im Rahmen von Gesamtplanverfahren Eine klärende Kostenträgerschaft Im Vorfeld der Hilfeleistung erfolgen Das Wunsch und Wahlrecht der Eltern über die Leistungsabbringung ist sicherzustellen Unterstützer, Assistentinnen und Elternassistenten sind nach Tariflohn zu bezahlen Ebenso sollte eine Aufwandsentschädigung für Hilfe im sozialen Netz in die Budgetplanung einbezogen werden Barrierefreiheit in Kommunikation, Information und Bereitstellung von Angeboten ist sicherzustellen Um Eltern mit Behinderung die selbstbestimmte Teilhabe in allen Belangen ihrer Elternschaft zu ermöglichen Insbesondere Hilfeplanprotokolle, Sachverständigengutachten, Gerichtsbeschlüsse sind in einer für die Eltern zugänglichen Form bereitzustellen Wenn die Kinder ständig oder vorübergehend nicht bei ihren Eltern leben können Muss die Teilhabe der Eltern am Leben ihrer Kinder gesichert Und Elternarbeit im Sinne des SGB VIII auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der behinderten Eltern ausgerichtet sein Ist eine Herausnahme der Kinder aus der Familie unumgänglich Sind Eltern und Kinder darauf vorzubereiten und zu begleiten Erleben die Eltern diesen Schritt als Entlastung Statt als Bestrafung können sie die Trennung besser akzeptieren Ein achtungsvoller Umgang mit den Eltern ist dafür Voraussetzung Aus- und Fortbildung in allen relevanten medizinischen und sozialen Berufen für Gutachter und Juristen Um Menschen mit Behinderungen in allen Fragen bezüglich Familienplanung, Schwangerschaft und Elternschaft qualifiziert beraten und unterstützen zu können Weiterbildung und Beratung von Leistungsträgern und Leistungserbringern sowie weitere Beratungsangebote Zum Beispiel der EOTB Zum Beispiel zur Entwicklung bedarfsgerechter Angebote der Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen zu den Rechten von Eltern mit Behinderungen Und zu Umsetzungsmöglichkeiten trägerübergreifender Komplexleistungen sowie anderer Leistungen der Teilhabe Um die bestehenden Lücken in Bezug auf das Wissen um Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft von Menschen mit Behinderungen zu schließen Sind gezielt Forschungsprojekte in diesem Bereich zu fördern Die Fachstelle unterstützte Elternschaft auf Landesebene in eine institutionelle Förderung zu überführen Sie kann als Beispiel für andere Bundesländer fungieren und wesentlich dazu beitragen Die Rahmenbedingungen für unterstützte Elternschaft zu verbessern Zu ihren Aufgaben gehört Beratung und Interessenvertretung der Eltern, Weiterbildung, Informationsveranstaltungen von und für Eltern mit Behinderung zu ihren Rechten und Möglichkeiten Bedarfsgerechte Unterstützung, Unterstützung beim Ausbau regionaler, ambulanter, teilstationärer und stationärer Angebote für Eltern mit Behinderung Und Vernetzung bestehender Unterstützungsangebote Frau Klauthausen hat gesagt, wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden Gute Beispiele belegen, in der Zusammenarbeit von Eltern, Leistungseinbietern und Kostenträgern Lassen sich Wege zur bedarfsgerechten Unterstützung von Eltern mit Behinderung und ihrer Kinder finden Darf ich das kurz nochmal zusammenfassen? Sehr gerne In der Leipziger Erklärung steht, Eltern mit Behinderung sind Experten und Expertinnen in eigener Sache Sie wissen am besten, welche Hilfe brauchen sie Daran sollen sich alle halten Die Unterstützung von Eltern mit Behinderung ist kein Gefallen Sondern Eltern mit Behinderung haben ein Recht darauf So steht es im Gesetz Alle haben gemeinsam die Verantwortung für eine gute Unterstützung Die Eltern Die Ämter Die Elternassistenz Es muss genug Geld für eine gute Unterstützung geben Fachleute sollen sich zu Eltern mit Behinderung weiterbilden Die Fachleute sollen wissen, was gute Unterstützung ist Informationen müssen barrierefrei sein Eltern mit Behinderung sollen sich selbst und ohne Hilfe informieren können Dankeschön Und damit endet dieser Fachtag inklusive Elternschaft Wir haben die Zeit nicht nur wieder eingeholt, wir haben sie sogar überholt Wir sind schneller fertig als geplant Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich eingebracht haben Und mir bleibt nur zu sagen Vernetzen Sie sich Bleiben Sie in Kontakt Setzen Sie sich für Ihre Rechte ein Und helfen Sie anderen dabei, das zu tun Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend Vielleicht bei der Fête de la Musique Die ja schon immer mal so ein bisschen hier reingespielt hat Und danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit Applaus Vielen Dank Applaus Vielen Dank.